Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft, herzlich willkommen zu einem Livestream von der schönen polnischen Map mit dem FA-Team. Wir haben heute dabei den Deutzi. Hallo. Mit ihr sind Rainer. Guten Abend. Und natürlich den Alien Paul. Hallo. Und den Chat, den Chat haben wir auch. Leon, guten Abend. Und Gw, servus. Passerati, servus. Orlando, guten Abend. So, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich muss hier nochmal die Lautstärken irgendwie ein bisschen anpassen. Rainer ist ein bisschen leise und Deutzi ist auch ein bisschen leise. Jetzt ist das glaube ich schon besser. Havoc LP, servus. Meier Produktion, servus. Jata, moin. Stefan, Kai, servus. Daniel, guten Abend. Hans, guten Abend. Niedersachsen Gaming, guten Abend. Wo ist denn die Pferdeweide? Aus dem Hof raus, links und dann nach 300 Metern auf der linken Seite. Ah, okay. So, ich kann auch vorfahren, wenn du möchtest. Ich glaube, ich werde es schon finden. Gut, dann folge ich dir. Sorry, falls es ein bisschen ruckelt. Ich habe hier, ja, ich habe heute irgendwie so ein bisschen ein bisschen Framerate-Probleme. Mach gerade mal die FPS-Zahlen an. Hast du irgendwas geändert? Nee. Von, nee, von den OBS-Einstellungen? Nee, nee, nee. Alles gleich. Also ich habe heute tatsächlich mehr als gestern. Deshalb wundere ich mich gerade so, dass es genau entgegengesetzt geht, weißt du? Ja, wir sind heute noch mit Head-Tracking und Innenkamera unterwegs. Mal gucken, wie lange ich es aushalte, weil ich heute eh so ein bisschen Kopfweh habe. Aber schauen wir mal. Ich dachte, es wäre auch mal wieder an der Zeit. Ja, Jonny, genau. Das Mutterleiche ist live. Von 13. Servus. Jens. Jakob. Und auch mein Jakob. Moin. 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 Edo-Mod-Bild ist schön. I know. I knew that he would say that. Sag mal bitte was zu dem Fachwerk. Ja, lieber nicht. Doch, bitte. Nee, wirklich, weil ich finde es scheiße. Ja, ist es auch. Und zwar, also ich kann dir meine Beweggründe sagen, also ich meine, modelltechnisch wird das wieder super gut alles werden, ne? Also jetzt so vom Handwerk her. Aber ich weiß nicht, wo solche Fachwerkhäuser stehen. Ja. Ja, und auch die Form vom Fachwerk ist halt, das ist das klassische, ja, Cartoon-Fachwerk würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wenn man irgendwie so ein Mittelalter-Spiel spielt oder sowas, wo jetzt nicht so extrem auf Details geachtet ist. Ich meine, wie hieß denn das? Dieses eine Spiel war so wahnsinnig toll, ne? Das irgendwie in Ungarn oder sowas spielt. Hang-Dem-Kamm. Ja, genau. Ja, das hat ja wirklich reale Nachbauten von Gebäude und wirklich bis ins letzte Detail. Ne, das, aber sowas hat man ja normalerweise nicht. So, okay, da sind irgendwie die Schläuche nicht dran. Normalerweise ist das ja alles so ein bisschen Fantasy in so einem Mittelalter-Spielen und genau so sieht das Fachwerk da halt auch aus. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit einem realen, physikalischen Ding zu tun. Also, was ich gut finde, was ich gut finde, ist, dass man sieht, dass er die Putzkanten dran hat, ne, an den Gefachen, aber die sind viel zu lang, zu hoch. Und, ähm, also ich hab's halt gesehen und hab gedacht, boah, der wird wieder geile Modelle bauen, aber leider, äh, hoch. Bin zu blöd zum Ballenpressen. Oder hast du keine Lohner, doch, sonst könntest du den Trecker nicht fahren, ne? Doch, ich hab Lohner, die Picker war nicht unten. Zu viele Dinge auf einmal. Zu viele Dinge auf einmal. Ne, deshalb bin ich ganz froh drum, dass, also, wie gesagt, bei mir, ich hab's halt jetzt auch nur von der Sicht gesehen, wie ich Fachwerk kenne und so. Der Flapper kann gar nicht langsam, okay. Ne, der hat keine Gruppen. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber ja, wie gesagt, das ist, äh, das ist halt derselbe Punkt, den ich ja schon bei manch anderen Fachwerkgebäuden bemängelt hab, dass es halt wirklich, ne, das ist, das ist Arcade-Fachwerk. Das ist halt, ne, man macht eine Wand und man macht so ein paar Bällchen rein und, aber es ist, das passt halt nicht so wirklich. Was dann schon irgendwie ziemlich schade ist. Gerade weil hier wahrscheinlich die Texturen und so weiter sehr gut werden. Ja. Klein-Silo-Ballen, ne, so weit sind wir noch nicht, ne. Ne, warten wir noch auf den Wickler. Aber die könnt, ihr könnt die mit Mais Plus machen, mit dem, äh, ihr könnt dann die mit dem Auto-Stack zusammen machen und dann könnt ihr die wickeln. Also dann habt ihr ein großes Paket an Klein-Silo-Ballen. Ach, ich hol den mal was näher ran, weil sonst laufen uns hier ein Wolf. Das wollen wir ja nicht. Ah, was ist denn mit dem Schlepper los? Der ist nicht fahrbar. Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, kommt der dritte Gang los. Ja, ich hab's gemerkt. Hatte ich mal erwähnt, aber vergessen, es nochmal zu erwähnen jetzt eben. Das war jetzt zu gut. Ich lebe den Ballen auf, ich höre nur, aha, und sie im Augenwinkel sind Schlepper. Aber das ist das doch, Kleinballenerntung soll doch immer Spaß machen. Jetzt will ich eigentlich wieder nicht aus der Innenkamera fahren, weil ich mach so selten Kleinballen, dass ich eigentlich die Ballen hinten bei der Presse sehen will, weil ich eigentlich nicht die Ballen hinten bei der Presse sehen will, weil die alle da so rausflutschen. Wobei mit meiner Framerate heute sieht's ja fast so aus, als würden die so schön ruckeln, also von daher. Vangos, guten Morgen, sehr gut, Lukas. Ne, die fallen sehr, sehr schön raus, ne, also das tun die wirklich. Ja, aber eigentlich ruckeln die halt, ne, die schiebt's ja nicht in einem, ne, also so eine Presse hat einen, wie heißen die Dinger, Stampfer, nicht Stampfer? Kolben. Kolben. Das ist halt was, was bei Chains noch nicht so ganz angekommen ist, dass so eine Presse mit Kolben funktioniert. Aber du müsstest gleich dann nochmal hinten in die Ecke nochmal hier reinfahren, weil da hast du was liegen lassen, also bitte sauber pressen. Ja gut, das war die Innenansicht, ich weiß doch lieber aus, ne, guck die Ball. Weil die Pferde-Tussi ist da. Penning King, auch dir einen schönen Abend und Tobi 28,50. Guten Abend, du hast gerade was verpasst, aber irgendwer hat's vielleicht geklippt. Du weißt, dass er zurückspulen kann, ne, und das auch immer gerne macht. Über den Hängern schon. 635 Kilo wiegt so ein kleiner Ball? Also Rückwärtsgang einlegen, dann aus dem Gang raus und den ersten Gang einlegen. Also das ist sogar tatsächlich reales Gewicht, weil die sind ja 1,20 lang. Achso, ja, die sind länger als die. Also von der AP12 oder sowas. Ja, und die hat hier die, die, ähm, die Messerpresse ist die, die der Jakob auch hat, womit er halt das, ähm, Nature Green Silage macht. Die kann halt unwahrscheinlich fest zusammenpressen. Und da hast du bei 80 Zentimeter hast du dann auch locker 25, äh, 25 Kilo drin. Und das passt halt wirklich. Und Wälderballen fahren, da weißt du, was man am Abend gemacht hat, sportlich bei der Höhe. Ja. Ja, Rainer und ich, wir haben gestern gut gegessen, wir müssen uns heute Schäme arbeiten, ne. Ich hab ja mal bei einem Schäfer in der Heuernde ausgeholfen und da haben wir auch die Ballen dann so draufgeladen. Wir hatten zwar keinen so Wälder, aber wir hatten einen Ladewagen mit Gatter an der Seite und oben offen und... Ja, das war auch ganz, ganz schön, also... Eine Gabel wär jetzt cool, ne? Ja, sowas hatten wir da auch. Ohne Gabel wär das nicht funktioniert. Du bist dann seit 15 Minuten da, ja? Du klippst wirklich, ja, ich hab's gemerkt, ne, das ist, ja, ausgeschlafen, ja, so könnte man's auch bezeichnen. Denk an den Rückwärtsgang, ne, also... Ja, deswegen fahr ich jetzt vorwärts. Ja, wenn du Rückwärtsgang einlegst, musst du einfach nochmal mit der Schaltung den ersten einlegen. This is when you don't pay attention to my needs. Fuh, moin, servus. Fuh, sweet, moin. Atility, guten Abend. Ja, so ein Wickler für die kleinen Ballen wär noch was. Also ich mein, in real find ich das irgendwie total bescheuert, weil wegen der Folie und so, aber irgendwie hätt's auch was. Naja, es ist halt für kleine Tiere, äh, für kleinere Tiere, ähm, ist es halt super. Ja, aber ich find, ja, die ganze Ballenwickelei anhand von Umweltgedanken eh nicht so super und je kleiner der Ballen, desto weniger macht das Ganze Sinn. Aber sonst schmeißt du zu viel weg? Dann war das schon? Ja. Oh, hoch. Sag, da gibt erstmal den Ballen in den Gesicht. Ach, ich hab dir mit den Ballen in die Fresse. Ja, wenn du bei dir auch noch kleine Ballen pressen willst, kannst du die Presse gerne mit zu dir nehmen? Nee, sonst hab ich die in den Halle bei meinem Hochrumliegen. Meine Kühe fressen doch nix. I would say that was a very short Heuernte hier auf dem Pferdehof. Oh, guck mal da, Sauerbraten. Ja, die sind noch jung. Das ist noch saftiger Sauerbraten. Oh, ich glaub, ich, äh, halt hier den Verkehr auf. Samhain konnten die so ohne Probleme rausfahren, ja? Ja, alles geplant. Oh, jetzt ist einer despaunt. Ja, siehst du, beim Abladen sind sie alle wieder weg. Die Framework hier ist echt nicht so angenehm. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir ist sie besser als gestern. Naja. Sam sagt, nee, Sam sagt ja, Sam sagt ja, dass sie, äh, gestern nicht so war, sondern es heute schlechter ist als gestern. Ich hab nichts verändert. Naja, aber wie gesagt, ich bin hier oben immer so, wenn ich die F2 drücke, dass ich eine rote Zahl sehe, also von daher. Faderin, moin, beziehungsweise guten Abend. Zeit, dass sie endlich mal neue Hardware bekommt. Als Kind haben dir die Mini-Pferdesilo-Ballen immer gefallen, Leon. Ja, ich fand, äh, diese Mini-Brassen, die man so auf YouTube sehen konnte, auch immer cool. Aber so eine Mini-Rundballen-Brasse wird mir auch heute noch gefallen. Da diese Mini-Rundballen... So eine kleine 90cm-Rundballe machen oder sowas. Die, äh, Mini-Rundballen brauchen aber mehr Folie als die Ballen hier im Verhältnis pro Kilogramm Futter. Hm. Doch, glaube mir. Na gut, pro Kilogramm vielleicht, aber nicht pro Volumen. Man müsste fester pressen. Ja, kannst du mit der Rundballen-Press ja nicht. Das sind die Lila-Dinger auf der Karte. Ja. Das sind Alien-Dickel. Ich fahr grad eh falsch, also von daher. Warum hält mich keiner auf? Die Alien-Pocken. Hätt doch in die Einfahrt reingemusst und nicht einfach weiterzufahren. Mann, Mann, Mann. Kannst du aber auch, äh... Kannst du aber auch einfach... Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ja, in Richtung Händler unterwegs. Ach so. Gibt's ne Presswickelkombination im LS22 für 1,80er Ballen? Äh, weiß ich nicht. 1,50er. Du kannst 1,80er, kannst du mit dem X-Rapper, äh, wickeln. Mit dem großen. Gibt's denn überhaupt 1,80er Ballen im LS? Keine Ahnung. Ja, gibt's hier wieder? Ja, ich wusste nicht, weil jetzt Straw Hubs nicht da ist, deshalb frage ich. Bei euch werden andauernd die Silomar mit Graffiti vollgesprüht. Wohnt ihr in der Großstadt? 1,25er, 1,50er, 1,80er. Gibt's du, wo du wolltest den Waltra verkaufen? Vielleicht mit gelten Felgen zurückbringen oder sowas? Kilian, Moin, Servus. Ne, bei dem Farbton musst du rote Felgen draufmachen, wenn... Was ist Fendt Classic Green? Ja, da macht schon wieder eine Acker-Kontrollfahrt, hä? Mhm. Das war jetzt aber eine kurze Kleinballenerhnte, du. Ja. Ich glaube, ich muss bei dir am Hof doch noch alles in Kleinballen machen. Ach, ist das schön, wenn man nicht streamt. Keiner sieht, dass ich die Pickup oben hab. Ist das geil. Weder das eine noch das andere. Ne, ich spiele heute mal komplett inkognito. Mal... Endlich mal total relaxed. Pssst. Oh, Mike. Guten Abend. Ich dachte allerdings auch, dass ich heute Abend nicht da wär. Deshalb haben wir das mit dem Doppelstream auch heute gelassen. Gerade beim Taschepacken morgen geht's mit der Klasse nach Berlin. Ui. Ah! Ah! Vielleicht hätt sie doch besser zum Händler gefahren. Da hätt ich mehr gekriegt als... Jetzt kannst du ihn nur noch zum Schrottplatz bringen, oder was? Da muss ich warten, bis der Afrikaner kommt. Du brauchst es, du brauchst es doch nur, ähm, Schritt für Schritt abzuarbeiten, Father Reed. Du änderst die Moddesk-Version auf 65. Dann holst du das Ding... ...in Shop. Und dann guckst du dir deine Lok an. Und dann, ähm, arbeitest du nach der Lok. Stück für Stück. Was? Da ist immer diese Zäune überall, hier kann man irgendwo entlanglaufen. Oh, warte mal ab, du kennst den neuesten Zaun noch gar nicht. Die Zäune heißen dezent Clip-Zäune. Ähm. Ja, dann arbeitest du dir das halt einfach Stück für Stück ab, weil es steht ja, es steht ja in der Lok, steht ja drin, in der und der Zeile ist das und das falsch und das und das musst du machen. Oder, ähm, Rear-Light, äh, bla bla bla, irgendwas, gibt's nicht mehr, wurde ersetzt durch dies oder das. Es steht wirklich alles in der Lok drin. Also, wie gesagt, ich hab's selber auch geschafft. Und das will was heißen. So, dann gehen wir mal unser Heu auf Schwaden legen. Alexander, halt ich bereit. Was? Nix. Hab ich was gesagt? Oh, ich dachte, ich hätte das nur gedacht. Hab ich das jetzt echt gesagt? Es tut mir jetzt leid. Du kannst bei mir keine Zäune gesetzt haben, weil da hat's nix drumherum, wo meine Wiese und mein Heu ist. Aha. Ja. Aha. Ich hab auf deiner Fläche keine Zäune gesetzt. Ja, aber meine Fläche ist eh rundherum mit Bäumen und Büschen, also da ist ja. Ist dir jetzt mitten im Satz eingefallen, wo du noch eine Fläche hast? Nee, ich hab sonst keine Fläche. 63. Ah. Aber die 63 ist dann auch eine. Der hat ja noch nicht ausgewachsen. Der hat ja noch schon auf Schwad liegen, als Heu. Nee, der hat ja da liegen als Heu, aber noch nicht auf Schwad. Ach so. Aber du weißt ja, ich hab dich sehr, sehr liebt, ne? Also ist mit Herzen. Mit Clip-Herzen. Und ich hab' ich hab' ja keine Probleme mit Säunen. Noch nicht. Kommt noch. Wo ist denn die 63? Ach, nee. Ach da. An dem lustigen Bäumchen. Es gibt aber ein Adapter für Front-Ladergeräte an Radlader zu hängen oder ein Teleskop-Lader. Mit der, mit der Rubi. Da, die kann man noch dann mit Adapter auch dran hängen. Besonders spannend wird's bei dem Feld 123 oder was das ist. Das ist doch ganz komisch krumm. Und letztes Mal hab' ich das ziemlich bescheuert zusammengeschwadet. Wo können wir das diesmal besser hinkriegen? Nee, ich seh' das anders. Ich denke, besonders spannend wird's bei Feld 63. Nee, na, na. Merkend hier die Worte. Bis später. Nachher hört man im Stream nur noch, du Popo. Du Popo. Wir hätten komische Sachen drauf gesprüht. Du kriegst sogar eine Führung durch den Bundestag mit irgend so'n Carl Julius von der FDP. Nee, Alex, ich mach' keine leeren Versprechungen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich mein voller Ernst. Ich wollte meiner 64 ja den Charakter einer ehemaligen Wiese geben. Da ist mir aufgefallen, dass ich eine Ecke vergessen hab'. Da, wo du dich gewundert hast, warum du einmal ohne Aufbreiter gemäht hast. Gestern. Äh... Nee, nee, nicht bei dir am Hof. Nee, nee, nicht bei dir am Hof. Nee, die... Nee, die... 63, da... Oder wo bist du jetzt? Ja, ja, genau da, wo du gerade rum... Wer ist denn der Grüne? Ich. Und wer ist der Orange? Sehr. Ach... Billuxdorf. Moin. Servus. Guten Abend. Nee, das rechts vom Zaun, das krieg' ich... Also, das unten vom Zaun, das krieg' ich nicht. Ja, wie? Das musst du aber bitte sauber machen hier. Nee, nee. Wenn man einfach Pfosten reinhaut und Brenner aufschönt, ohne davor den Trempel wegzuräumen, ist selber schuld. Luca, Moin. Servus. Schön ist ja, wenn jetzt irgendwie so ein bisschen Unwetter kommt, äh, oder Wind kommt und dann das ganze Heu dann da in dem Zaun hängt oder so. Also, wenn wir jetzt im Real Life wären. Bis mir geht auch, naja, ne, es muss, es muss. Wie geht's dir denn? Ja, dein heimlich erstes in Schwad nicht wert. Ist Sam ganz still und leise da an dem Zaun vorbei geschwadelt? Ja, natürlich. Kein einziges Mal berührt. Gut, der hat ja auch keine 12 Meter Arbeitsbreite, da hast du ein bisschen mehr Übersicht. Aber der Ertrag hier ist schon heftig, also das werden schon große Schwaden. Ja, wir haben eben gelernt, Schwadgröße ist nicht gleich ertrag, ne? Ja, aber... Ich finde, es sieht auf jeden Fall schöner aus, so. Dafür, dass wir noch nie Heu gemacht haben, in dem Sinne eigentlich so richtig. So, ich hab schon Heu gemacht. Ja? Ich auch. Woher kommen denn wohl die ganzen Ballen, die bei mir in der Scheune stehen? Bei mir kommen die vom Händler. Ja, bei mir inzwischen glaube ich auch, weil aus meinem Heu, was ich am Anfang gemacht habe, da ist nicht mehr viel von übrig. Ich hab noch mehr als die Hälfte übrig. Du hast ja auch nur 10 Tiere oder so. Der hat ja auch nicht gefüttert. Ja, der hat auch keine Gülle und keine Milch und gar nichts. Meine Tiere fressen nichts. Ich kriege auch nichts. Ich kriege auch nichts. Ich kriege auch nichts. Die sehen zumindest vom Volumen her aus, so wie ich mir Heuschwade vorstelle. Ja, aber wir haben ja nichts dran geändert jetzt. Also es ist ja einfach nur... Also wir haben nichts mehr jetzt nachträglich geändert, sondern es war die ganze Zeit schon so. Nur ich hatte noch kein Heu gemacht vorher. Mir ist jetzt halt das erste Mal so aufgefallen, dass die wirklich schön aussehen. Ich denke mir bei dem Schwade, wenn man hier so voll die Kurven reinzieht, dann reißt es ja die Räder auf dem Boden rum, weil die die mitlenken. Das ist auch nicht so ideal. Ich weiß nicht, ob der das in echt so mitmachen würde. Willi, servus, guten Abend. Paul, du bekommst jetzt alles, Verbot. Warum? Ich weiß doch ganz genau. Ja, der Schwade wird am Anbaubock gelenkt, aber hat er nicht so wahnsinnig viel Bewegungsfreiheit. Das heißt, theoretisch kann ich damit nicht wirklich so scharfe Kurven hier dahinten fahren, wie ich jetzt hier gefahren bin. Sven, guten Abend. Was der größte Schlepper auf der Map ist, den ich habe, der hier. Mit 117 PS. Leon, Moin, servus. Welches Map hätte für die Map eine Idee? Meinst du die kleine aus dem letzten Map? Kleines Frankreich ist nur ein temporären Namen. Ich habe noch keinen finalen Namen für die Map. Ja, Alexander, noch ist er nicht alle Tage Abend. Noch hat das Heu nicht drin, ne? Also warte mal ab. Ach, das wäre erst noch eine Idee, aber eigentlich habe ich ja selber eine Presse. Die irgendwann mal kaputt ist. Oder was? Ja, die hatte schon so ein paar Probleme, aber jetzt im Moment scheint sie zumindest mal schauen, wie lang wieder zu gehen. Das beim 500 oder so kann sein, dass er ein echtes Stück weiter schmecken kann, aber das Fahrwerk ist komplett starr. Ja, da muss man ja wirklich eigentlich ziemlich, weil hier ist ja diese scharfe Kurve hier, da hat es hinten jetzt richtig den Schwader rüber geschoben. Er lenkt nochmal, bis er lenkt, wie weit er lenkt und dann rutscht es drüber. Also erstens ist der Boden ja trocken, der Schwader nicht so schwer, also das macht dem Schwader nichts. Dann macht man das in echt schon auch so, dass man da auch ein bisschen... Ja, ja. We made in zwei Wochen Heu. Ja, ich könnte auch, wenn das Wasser passen würde, aber es regnet ständig. Man kann leider nicht mitspielen. Ne, wir sind hier geschlossene Multiplayer-Runde vom FA-Team. Er lässt der Landwirt, guten Abend. Das ist in der Tat der größte Flapper auf dem Hof und das ist auch der, der die meisten Stunden macht. Wie ihr seht, wir haben gerade eben die 60 Stunden vollgemacht. Ich fahr den einfach gern. Ein meiner, der so viele Stunden gemacht hat anfangs, der macht jetzt gar nicht mehr so viele, weil der am Ladewagen hängt. Für Grünfutter und so. Und ich keine Lust habe, ihn ständig abzukuppeln für andere Sachen. Wie kann man bei euch denn irgendwie zusammen spielen? Eigentlich gar nicht. Wir machen keine Community-Projekte oder sowas. Also zumindest ich nicht. Wenn ich eigentlich zwei Agra 1300 hab, äh, Ersatzteilspende. Bei der eine war ja der Vergaser kaputt und... Ersatzvergaser kostet viel. Und die hat genauso viel gekostet wie ein Ersatzvergaser und dann, ja. Wollt ihr immer schon mal, muss ich mal probieren, dachte ich eigentlich, dass ich das diesen Sommer mache, dass ich mal so einen günstigen China-Roller-Vergaser kaufe und dann mal probiere, ob ich damit zum Laufen kriege. Dann hätte ich beide im Laufen, aber ich habe ja eh bloß einen Mähbalken und beim anderen ist vorne der Zapfen abgesägt von da. Du weißt ja, hintereinander kuppeln potenziert, die verdoppelt die Leistung, ne? Hast du halt einen Zweiachser Knicklenker. Leider hat keiner von beiden einen Rückwärtsgang, das ist das Problem. Da muss ich hinterher laufen und kann nicht draufsetzen. Okay, dann fährst du halt... Na gut, dann fährst du halt mit dem einen vorwärts und mit dem anderen rückwärts. Also musst du dann immer... ...zurückwärts fahren. Und so würde die Scheune immer voller. Ja, so passiert das, genau so passiert das. Das ist schon tödlich, Sam, ne? Was? Ja, naja, also dann mit dem Satz zusammen nichts wegwerfen und dann wird die wirklich immer voller. Geil, ich weiß, ich habe große Probleme. Nachher aus dem Scheunentor musst du einen Vorhang machen, damit das noch ein bisschen nach außen gewölbt sein kann. Ne, mal gucken, die zweite hatte den ILO-Motor. Ich meine, das ist ein ILO ja doch. Oder ein Sachs. Ne, ein ILO. ILO-Motor mit dem Reversierstarter. Hätte ich eigentlich fast lieber als den Hirt-Motor, wobei der Hirt-Motor jetzt immer zuverlässig war und der auch einen tollen Klang hat. Ah, den ILO-Motor hatte ich einmal am Laufen, bevor ich dann den Vergaser gewechselt habe. Der lief eigentlich echt gut. Der lief sehr schön an, lief sehr sauber. Und da habe ich immer schon ein bisschen den Gedanken, ob ich den ILO-Motor nicht mit dem Rollovergaser wieder zum Laufen kriege. Oder nicht eventuell tatsächlich mal den Motor tausche, dass der auf die andere, den anderen Balken mehr drauf macht. Jonas, ja, ich habe die ersten Wipp-Bilder, also zumindest ein Bild davon habe ich gesehen, was jemand geteilt hat. Da hatten wir es gerade eben schon davon, dass ich von dem Fachbalken nicht so sonderlich begeistert bin. Leon, ihr habt noch einen Balken übrig. Wäre an sich nicht ganz uninteressant. Nur wie gesagt, ich habe das Problem, dass bei der Ersatz-Agria vorne jemand den Bolzen abgesägt hat, der normalerweise den Balken antreibt. Der hat einen Schneeschel da dran gemacht. Von daher kann ich damit eigentlich gar keinen Balken mehr antreiben. Ich weiß nicht, ob das hält, wenn ich den Bolzen, also wenn ich da was Neues dran schweißen würde, wäre es, glaube ich, schwierig. Weil das ist ja gerade, gerade in der Stelle, wo immer die ganze Kraft draufhaut, wenn der Balken sich bewegt. Warum sägt man denn den Bolzen ab, wenn man da ein Schneeschel dran machen würde? Ja, das ist eine gute Frage. Bitte da. Welcome back. Es gibt schon komische Menschen. Der Bolzen guckt halt vorne ein Stückchen raus und hätte wahrscheinlich am Schneeschel irgendwie ein bisschen eine Aussparung für machen können. müssen oder so. Und ja, wahrscheinlich hat er gedacht, da kommt eh nie wieder ein Balken dran oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich würde sowas auch nicht machen, weil ich immer versuche, wenn ich irgendwas umbaue, es so zu machen, dass man möglichst wenig dabei kaputt macht und rückbaufähig macht. Genau, rückbau behalten, weil du zerstörst doch das ganze Teil. Ja. Loch rein, Gewinde rein und Schraube rein als neuer Kopf. Wäre mitunter auch eine Möglichkeit, ja. Wäre vielleicht besser als Schweißen. Weil wir Schweißen denke ich mir halt, dann wird direkt neben der Schweißnaht wahrscheinlich wieder abreißen. Aber man braucht dann schon irgendwie eine sehr stabile Schraube. Essenberg, guten Abend. Arcade-Fachwerk auf ein neues. Ja, genau das. Ganz genau das. Dark Galaxy erste Regel zum Moderator werden. Wer fragt, wird es nicht. Bei wie vielen Kanälen fragst du denn so im Durchschnitt jeden Tag? Sam, hast du mir überlegt, vielleicht auch andere Spiele wie das zu machen? Ich habe das ja in der Vergangenheit schon mal versucht und das wollte keiner sehen. Also von daher. Ich wüsste jetzt auch nicht welche Spiele. Ich bin, bin. Du musst ja doch Corsa machen. Ich kann dich daran erinnern, dass sie irgendwann mal bei Sam auf dem Kanal war, ETS oder ATS geguckt habt. Ich habe mal ETS gespielt und ich habe auch mal ATS gespielt. Und beides hat nicht wirklich Zuschauer bekommen. Und Livestream habe ich auch mal gemacht. Da war ich dann mit zehn Leuten unterwegs. Und das waren alle Leute aus dem Discord. Also von daher. Es war, war nicht so erfolgreich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich den Monitor angeschrien habe, als bei dir irgendwie City Skylines oder sowas war. Ja. Ja, City Skylines habe ich immer mal wieder versucht. Aber das Problem ist zum einen, dass da nie wirklich... Also es gibt ein paar Zuschauer, die das sehr gerne gucken und die allermeisten, die es nicht wirklich interessiert. Also ich habe geschrien. Warum? Warum? Ich habe halt so meine Schwierigkeiten immer gehabt, da dran zu bleiben, weil sie die Skylines... Ja. Was ist ATS? American Truck Simulator. Im Grunde ETS nur in Amerika. Aber es gibt Bilder von der deutschen Map von Edomod. Weiß ich nicht. Facebook. Facebook bei seiner auf seiner Seite. Zum Beispiel. Oder bei Prodax oder wer da noch geteilt hat. Bei uns hat es heute auf der Alm die auf 1400 Meter liegt geschneit. Oha. Oha. Oder Insta, genau. Ja gut, wenn die hier schon... Was haben wir denn? 12 Grad oder so draußen? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr auch andere Projekte außer das da? Ne, wir haben im Moment... Ne, also wir spielen nicht 5000 Spielstände gleichzeitig im Multiplayer. Haben nur den hier. Prodax soll ich nicht so gern, dass irgendwie... Wir schauen nur mit LSD und auf Schweizerdeutsch. Der ist aber gar kein Schweizer. Nicht? Prodax ist kein Schweizer, nein. Mein Ton ist immer mal weg. Hier nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da muss ich mal OBS ein bisschen im Auge behalten, ob da irgendwie Kodierung überlastet oder sowas steht, aber... Ach. 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 Geopower. Das heißt ja, ich wollte mal fragen, was deine ehrliche Meinung zu meinen Gebäuden ist. Du brauchst doch da einen echten Hof nach, oder wie war das? Also so rein vom Optischen her, gut. Wie es jetzt vom Technischen ist, kann man natürlich auch in der Ferne schlecht beurteilen. Bei dir ist der Ton klar und deutlich. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Fandmodding sagt auch, der Ton ist gut. Und bei Agra Alex, äh, bei Flo IHC ist auch nichts. Gut, vielleicht ist dann das Problem tatsächlich nicht meinerseits. Man sieht jetzt gar nicht wieder so unterhaltsam wie der Oldstream gerade. Am Anfang okay, dann langweilig. Der Ton ist nur weg, wenn Sam nicht spricht. Hoffentlich, ja. Haha. Mario sagt auch Ton in Ordnung, okay. Geben wir einfach mal davon aus, um Mahlzeit, servus. Lagern deine Soundbox mal nicht richtig angeschlossen, na? Da hätten wir dann das Problem. Ich wechsle den Eichepower, echt. Ich wechsle den Eichepower. Ich wüsle den Eichepower. Ich wechsle den Eichepower. Ich wechsle den Eichepower und offenbar. durch die halle unterbringen weiß ich jetzt auch noch nicht so genau oh don't worry halle bauen könnte tatsächlich passieren müssen deshalb habe ich noch eine halle gebaut hat heute minus 1 bis 0 grad bei uns ist jetzt auch wieder frisch und regnet jetzt auch aber so kalt ist nicht von der 1640 servus ich habe gerade dieses kleine haus stahlschwein und einem dachweißchen gebaut er bis ich habe auch nicht der den großen fachwerk hof baut dass das reale nachbaut denn wie sie es mit dem kartoffelfeld aus ich bin nicht dazu gekommen was jetzt natürlich ziemlich schlecht ist das ist bisher zwei nicht laufende holte im sieben wind haben wir auch einiges ja wind haben wir auch einiges dafür soll es ja übernächste woche über 30 grad werden ein deutscher und ein paul freuen sich jetzt schon mehr text hat er im ls 19 diesen fachwerk hof gebaut ob der ls 22 kommt weiß ich nicht wird aber mal vermuten nein da ist er eigentlich aus dem alle 17 dazu hatte den aber neu gebaut dachte er hat nur dass sie texturen neu gemacht dann kommt er vielleicht wieder oder erhebten sich für seine map auf ich glaube ich glaube nicht dass sie auf die wiesengrund passt dass sie auf die wiese und passt oprofit fahrten heute er ist mit undichtem getriebe ja ich weiß auch nicht wie das mit den kartoffeln jetzt noch was wird keine ahnung das wie jedes jahr ich bin jedes jahr viel zu spät aber letztes jahr bin ich ja nicht mehr auf die wiese gekommen weil dann der einfahrt zu war dieser komme ich theoretisch drauf aber habe es trotzdem nicht rechtzeitig geschafft ja mir war der fachwerkhof eh immer schon zu groß müsste fast quaterballen pressen lassen die lassen sich ein bisschen besser komprimiert stapeln aber die kriege ich mit dem kleinen c turnier raus und rein gefahren aus meiner kleine kleine quaterballen machen ja aber das problem ist ich habe habe keinen ballen spieß für der hydraulik nur sondern zum unten drunter fahren unter die rundballen wieso du hast doch die zange die gewalt ja aber der c tor hebt die zange doch nicht wir reden von klein 25 hat auch kein hydraulik an schluss dann noch paletten stellen mit der sackkarte raus waren wir werden als der späte spätkartoffel wenn halt nachher nix mal dran wächst ist auch irgendwie blöde aber einfach verkauft den von vertex und katsu der im 19 und 17 und zum download kam im 17er war der doch meine ich noch vom vom dingens auch wie hieß er noch von der two rivers von der vom cedric vom css vergesst den namen macht war das war das im 17 ja der war im 13 war der hof ja wann wann war das mit war das echt mit dem mit dem building arrays waren war das im 19 ja wie die zeit vergeht oder ganz am anfang wo sie das erste erlaubt hatten und dann nicht mehr mit dem fort kann ich schon in die halle fahren das problem ist dass ich nicht um die ecke kommen der c tor ist halt er ist ja nur ein hinterrad und der hat kann so scharf einschlagen dass ich da fast recht um die ecke fahren kann und dann schön die ballen da rein rangieren mit dem fort vor allem mit dem frontlater dran aber selbst wenn ich da hinten das teil dran habe er braucht an sich schon so viel platz dass ich die halbe scheune zum rumrangieren brauchen dann nicht wirklich was hin tun kann wie gut bist du eigentlich bei dem mod mit einem von der pendlack sperre durchs testen gekommen gut da ist ja nichts dran an dem mod warum tatsächlich einer der wenigen mods wo ich wenig bis gar keine probleme hatte nee nicht auf der geißelsberg der war nicht auf der geißelsberg oder war nee der war nicht auf der geißelsberg der der hof naja er ist du denn vor das bett anzulegen hatte schon nach solos gefragt ja dass ich glaube nicht dass ich mit der solo die grasnabe umgepackt kriege also entweder spaten oder aber wir haben noch alte pferdepflüge aber der ist ziemlich das ist so ein so ein drehflugs und dem wo man den ganzen schadkörper drehen kann und das ist ziemlich dünnes blech ich weiß nicht ob ich das nicht auseinanderreiß außerdem ist es nur ein holz holzbalken wo das dran befestigt ist weiß nicht ob er das aushalten würde mich denn mit dem kramer durch die graswurzeln sie willkommen beim kuhstall die gelb schwarze linie weg welcher gelb schwarze linie bei einem kuhstall die gelb schwarzen linien an den kuhstall dieser trigger markierung kürzt du mit interaktions markierung ja interaktions markierung infopunkte interaktions markierung sind die gelb schwarzen markierungen das steht auch daneben in den einstellungen und das andere infopunkte sind diese leuchtenden symbole abgibt symbole ja tobi gaming aber bei einem kleinen skript das nichts anderes macht als eine ingame funktion deaktivieren sagt kann man einfach nicht viel angreifen da ist ja nicht da ist kein modell da ist keine textur da ist nicht das einzige was da ist ist der download text und der thumbnail beziehungsweise der icon was man da theoretisch angreifen könnte und da ist ja es ist nicht viel was problematisch sein kann kartoffeln nicht zu spät die letzten drei tage schon zwei kärr früh kartoffeln gerne in der region bahn in der schweiz naja kartoffeln wachsen so oder so und dann werden die halt nicht so groß wenn man sie erntet aber ich war der letzten jahre schon recht spät dran immer und hatte dann fast gar kein ertrag beziehungsweise nur so mini kartoffeln erst recht wenn dann das ja auch nur so trocken war und letztes jahr da war ich auch ein bisschen später dran und ja dadurch dann das problem dass die schnecken alles weggefressen haben die haben das ganze kraut von den kartoffeln weggefressen und ich hatte dann am ende irgendwie sondern so zwei handvoll kartoffeln gerne die alle sollen im schnitt 1 bis 14 die männer durchmesser hatten das war weniger als ich im boden habe andere sammeln drillinge auf und du baust sie an ja so in etwa drillinge sind das leckerste überhaupt ich weiß auch nicht bei meiner mutter im garten ist das kraut auch von 20 zentimeter hoch da jetzt erstes ich weiß dass ich zu spät bin aber ich will es wahrscheinlich trotzdem noch versuchen weil sonst wird wieder nichts wenn sie tief genug verbuddelt sind kann man die theorette sogar über winter lassen ja aber wenn es halt nur zu frostig wird dann werden die nichts mehr brian servus dann ist das wieder einmal rein weiß nicht ob jemand im orten zweischab flug hat aber ich kenne niemand aus dem ort näher nicht so dass ich mich trauen würde zu fragen wie ein flug verwenden kann zumal ich auch sehr unkomm maschine auslei wenn da was kaputt geht und so naja gut flug ist ja noch das unkomplizierteste zum ausleihen belebt servus wenn er fräse wächter auch vorsichtiger gut aber du weißt ja nicht die vorgeschichte von der maschine und wenn du die person nicht gut kennst und so wer weiß da ist vielleicht irgendwas was schon die ganze zeit nicht richtig funktioniert und fast kaputt ist und dann nimmst du das teil und dann fällt es auseinander und heißt oh jetzt hast du es kaputt gemacht oder so ach bin ich froh dass ich im rheinland wohne ihr kennt jeder jeden und hier kriegst du auch ein zettelend so für frage was ist wenn du die kartoffeln mit zwiebeln anbaust das macht man manchmal ja könnte natürlich ein paar zwiebeln dazwischen stecken ja habe sogar noch steckzwiebel dann machst du noch mürchen dabei dann bist du schon direkt vorbereitet für terra live ist unser außendienst mitarbeiter berater ich glaube dadurch dass er ziemlich schneckenreiche flächen sind ziemlich schneckenreiche boden hier wird das mit dem mürchen nichts neckelkorn jonas tut jetzt noch ein zweiter flug jahre roger mit dem kramo bis zu dir ist glaube ich ein bisschen argweil ich glaube sie hat überall in gleichem flug zu kaufen wenn wir das ding mit geld und dem finden ja das ist halt das problem das ist halt das problem hast du auch keinen 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 sauzahn oder irgendwas was du dahinter hängen kannst wo du dann wenigstens das aufreißen kannst und dann mit der fräse drüber gehen kannst oder gar nix 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 stabil genug ist es ist ja auch keine große fläche das ist mit zu zweit mit sparten kriegt man das auch hin und da allein dafür im flug zu besorgen der dann rum steht muss jetzt auch nicht zwingend sein dann lieber mit zwei mann umgraben wo einer rum steht grüße gehen raus an einen gewissen joni es wäre nur lustig gewesen jetzt eine von alten pferdepflügen mal wieder einzusetzen nur so spaß ein bisschen arbeitserleichterung aber exakt ich weiß noch nicht mal schauen wenn man die tsa klar so weit weg bin ich auch nicht ich glaube schon hast du nicht mal gesagt du kommst aus norddeutschland finden das ist ein bisschen sehr weit von hessen ja das wäre auch was das wäre auch was ich hatte ja früher für die 6000 agren im flug aber da war halt nichts mit anzufangen weil die war einfach viel zu leicht zum flügen aber an den mhm im flug dranhängen kommt wenn du aus dem marschen kommst und mein stem wohnt nicht weit weg dann würde ich den erdkunde ein bisschen besser aufpassen naja ob die jetzt den erdkunde dann geografisch erklären wo hessen ist ich weiß es nicht er legt zwischen der salate stroh damit die schnecken nicht pressen ist das stroh nicht so dass dann die schnecken sich drunter verstecken und sich da erst recht vermehren also wir hatten mal kartoffeln und das stroh angebaut und da waren haufen schnecken drunter nachher reiner bei uns im erdkundenunterricht hat tatsächlich haben uns kaum mit deutschland beschäftigen alles was mit dem ausland zu tun habe ich alles vergessen ja ein einachseflug würde locker in den doppel passen aber das mit billig ist es nicht trifft es nicht unbedingt zu also zumindest nicht hier bei uns in der ecke was dünnes eis was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt und ich meine dass irgendwie hier 250 kilometer oder 300 kilometer um einen einachseflug zu holen im günstigen zu fahren dann ist er auch nicht mehr günstig bei den derzeitigen spritpreisen wenn die was habe ich gesagt ja was ich auch nie sagt hier bei uns sind die einachseflüge selten und teuer hier gibt es auch generell wenig einachse das ist so also hier sind auch einachse teuer was habe ich denn gesagt wo hessen liegt muss schon da muss ich gerade aufklären weil ich weiß jetzt gar nicht was er will habe ich irgendwas gegen hessen gesagt er hat ja nur gesagt bei uns im erdkundenunterricht wurde hessen nicht benannt sondern nur das ausland und da habe ich auch vergessen wo es alles ist ja lässt der land wird langstrecke ist mit dem doblo gerade eh nicht also von da fällt das auch raus aber muss ich auch mal an angriff nehmen fragt nochmal den peter vielleicht hat er noch irgendwie was kleines da rumstehen bezweifelig meint es nicht macht er nicht auch hat er nicht auch einen garten oder was anbaut ja aber der ist so klein glaube ich waren die nicht mit dem slapper rein neben dass er meine ich ja ob der nicht was von einachse hat oder sowas thema leihen kannst er hat aber kein einachse ach so dann wusste ich dachte er hätte auch so was für den garten nicht dass ich wüsste jedenfalls stunden hat der kramer um die zehntausend rum zwischen acht und zehntausend die haben tiefenbacher hat auch ein einachseflug ja du bist aber glaube auch relativ weit weg kaffelpulver um die kartoffeln streuen die schnecken bleiben wegen dem schleim am stroh hängen ja aber dann regnet es doch dann ist es nass und dann ist das stroh ein wunderbares schneckenversteck muss die schnecken fangen wenn es trocken ist habe ich auch kein problem mit schnecken aber wenn es nass ist dann der lehmboden hält halt die feuchtigkeit auch ziemlich lang das ist das problem Kennst du das nicht wo sie die österreichische aushilfe in die weinberge geschickt haben um die weinbergschnecken zu sammeln und der dann drei wochen lang abends nicht eine einzige schnecke gefangen hat und der landwirt sagt oder der winzer sagt ja wieso hast du keine schnecke gefangen weil er sagte ja nun da kommen sie doch an und dann husch husch war uns wieder weg Kaffelpulver habe ich auch schon gehört dass es geht tatsächlich dann braucht laufenden ja aber kein karo kaffee kein karo kaffee ich glaube nur der wirklich kräftige boden kaffee geht da das ist ein paar kann ja die schnecken fangen und braten ja sind gar nicht mal so schlecht schnecken oh nee danke ist wirklich gar nicht mal so schlecht ein paar schöne tabak planten sie fressen die schnecken an und dann war es das mit ihnen echt funktioniert das der arme sam wir bringen hier zu koffein und tabak da sitzt dann mit demnächst kaffee trinkend und rauchen neben seinen kartoffeln weg du schnecke weg du schnecke also wenn wir kommen zu fast jedem einachse einen pflug dazu mit einer einachse 500 euro kostet dann kann man so einen pflug wenn man ihn einzeln kauft nicht so teuer sein ja so gut nicht so teuer ist halt immer relativ also für 150 bis 200 euro finde ich ja auch ein einachse pflug aber das problem was halt dazu kommt ist ich kann ja für meinen mhm keinen passenden pflug kaufen weil und in mhm gibt es sowieso keine das heißt dann müsste ich auch noch umbauen aber was man für 150 euro an kartoffeln kaufen kann das kommt dann auch noch dazu das kommt halt auch noch dazu wir haben neulich gelandet sind circa 20 jahren der wohnort wo ich wohne circa 30 km von der nahrze entfernt und überflutet sein wird ich hatte mal laufenden hatten wir überhaupt keine schnecken mehr nur wenn man nicht aufpasst ist der salat weg jetzt auch die schnecken da lassen können ja eine bekannte hat gemeint dass sie ihr unkraut und ihre insekten im gemüse weghalten kann wenn sie hühner da laufen lässt habe ich gesagt du kennst hühner ne ja 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 die haben die hat nichts mehr da gehabt die graben ja alles um ne die graben ja alles um das schöne wenn jemand so irgendwie so blümchen vorstellungen hat von von sachen wird man ihn auch gar im garten laufen lassen aber halt fliegen davon dann sind sie zu dünn siehst du alexander lohnt sich gar nicht zum sam zu fahren die sind so dünn die können doch fliegen was ich super spannend finde was ich überhaupt nicht mehr weiß und nicht behalten habe ist dass du halt diese diese gemisch kulturen machen kannst wo du halt die schädlinge gut weg hält ich weiß aber nicht mehr was du mit was anpflanzen da musst du halt viel viel mehr machen als nur kartoffeln und zwiebelchen ja und jetzt nicht nicht jetzt tabak dazwischen um um das weg zu halten sondern wirklich eine andere kultur die du nachher auch essen kannst aber ich weiß es halt nicht mehr ich habe mir das nie gemerkt aber da gibt es doch bestimmt bücher drüber oder nicht entschuldigung ich muss ja sagen das gibt es bestimmt bei google bücher kennt ja keiner mehr meine katze die schnecken immer gefangen aber nachteil er den salat gepinkelt sechs hühner muss halt die flügel stutzen ja das das wäre eine variante traue ich mich nicht so ganz auslaufen mit netz drüber ja aber kann halt schlecht den ganzen garten mit dem netz überspannen kontrolliert die hühner in die kartoffeln lassen wegen kartoffelkäfer ja so ähnlich habe ich mir das auch irgendwie mal vorgestellt wenn ich hühner hätte die nicht fliegen dass ich die einfach kontrolliert dann gerade wenn es geregnet hat und die schnecken unterwegs sind im moment den garten lassen oder so also wenn ich an unsere hühner denke die wir hatten ist das letzte wort was mir einfällt kontrolle die haben wir als ich im hof saß haben die mir einen döner beziehungsweise eine pita als ich da saß und am essen war und den so zwischen den beinen gehalten habe aus dem silberpapier geholt ey die das sind einfach das sind raptoren raptoren sind das flügel stutzen ist ja wohl das allerletzte warum ja wenn du es halt nicht stutzen willst dann bricht du sie halt geht ja auch oder betonschühchen an nee aber wirklich also normalerweise dass die wegfliegen ist aber eigentlich selten oder hast du eine besondere rasse dass die so flugintensiv sind ich denke mal die würden auch wieder zurückkommen aber wenn die halt beim nachbarn im garten sitzen freut denn das wahrscheinlich auch nicht also die haben keine probleme hier auf der 1 meter hohe mauer hoch zu fliegen wo die immer über nacht sitzen und ja flattern die sind sind im alten anbau der war ungefähr 1 80 in der mitte hoch sind die auch in die mitte bis am fuß hoch geflogen also ok ich glaube nicht dass die ein problem hätten über den zaun drüber zu kommen der jetzt hier ich weiß nicht was der zorn zum nachbarn hat 1 60 oder sowas maschen maschen rad zorn und daher das ist wenn ich einen wesentlich größeren garten hätte dann könnte ich mir vorstellen dass sie vielleicht einfach gar nicht so weit gehen wollen weil hühner sind ja doch ziemlich territoriale ich weiß nicht was das richtige wort ist ich habe mir gar nicht so das bedürfnis weit weg zu gehen du meinst dass die domestizierter sind als andere tier ja also wir hatten einen 1 80er maschen rad zorn ums hühner gehege rum und weiß nicht in den jahren ist vielleicht mal drei oder vier hühner die mal drüber geflattert sind ich meine garten ist halt sehr klein ich weiß ich habe es noch nie ausprobiert ich weiß aber auch nicht ob ich es mir trauen soll auszuprobieren weil wenn nachher die hühner weg sind was mache ich dann dann weißt du zumindest die hühner mochten dich nicht ja toll ich weiß es nicht ich meine wenn ich wenn ich ziegen irgendwo auf einer wiese ohne zaun los lasse die fangen an zu fressen und dann laufen sie weiter und fressen und laufen weiter und fressen und laufen weiter und fressen und laufen weiter und fressen und wenn man die nicht aufhält dann fressen sie sich einfach bis ins nachbardorf durch also die haben ja gar kein gar kein ding dass sie irgendwie das gefühl dass sie ein bisschen wieder zurückkommen jetzt wenn ich so gucke hier haben einige leute hühner auch im garten die haben jetzt nicht unbedingt das bedürfnis abzuhauen oder so die sind eigentlich ziemlich zufrieden da wo sie sind aber nachdem mein garten schon sehr sehr klein ist könnte ich mir schon vorstellen dass sie da bedürfnisse hätten zu den nachbarn rüber zu fliegen zumal hühner halt generell auch ein bisschen das bedürfnis haben auf hohe stelle zu gehen und wenn halt der nächste hohe stelle der zaun ist hühner kommen immer abends zum stall zurück ich weiß nicht also wir hatten wir hatten anfangs als wir in weiler gewohnt haben hatten wir die hühner hinten im garten freilaufend in anführungsstrichen da war nur ein normaler 1 meter maschendrahtzaun da war nur ein 1 meter maschendrahtzaun rum rum war allerdings viel gebüsch und gesträuchst dabei die sind dann immer ins gebüsch und gesträuchst oben auf die äste drauf in der nacht und tagsüber haben die da halt auf dem boden rum geschadung gemacht die sind aber nicht abgehauen ja gut aber ich habe hier was habe ich 150 quadratmeter garten am haus das ist halt ein bisschen eng aber auch nur drei hühner oder wie war das ja aber trotzdem ob das jetzt vier oder zehn hühner sind ich glaube wie weit die weg gehen wollen das zu meinen hühner brauchen mindestens 1,50 meter zauern sonst gehen die rüber habe jetzt komplett überdacht das gegend das geht gut abends meine gemeine von alleine rein die ganze kommen mit dunkles auch nach hause haben wir guten abend hier gehen die interaktions markierung nicht weg wenn du die ausstellst bei dem stall den ich auf dem hof habe da muss man irgendwo da ist das über dings über eine animation dass man die dinge ausschalten kann gibt es irgendwo ein trigger für ja es gibt auf jeden fall hühner rassen die flugunfähig sind einfach von dem körperbau her aber da gehören meine nicht dazu ja 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 ich habe noch nichts dagegen das fich zu essen wenn ich das fich mehr türmus zu essen dann passt das ja raus straße werden was werden doch was schönes Nee, nee, danke. Wer hält den? Ja, eben deswegen. Enten für Eier halten ist jetzt ein bisschen schwierig. Enten habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Außerdem ist das Problem, dass... So, jetzt brauche ich mal ganz kurz Hilfe vom Chat. Wie mache ich das jetzt am schlauesten, dass ich dieses Feld hier unterteile? Dass das nachher schöne gerade Reihen gibt. Da habe ich nämlich letztes Mal ziemlich verbockt. Ich würde mal sagen, erstmal hier auf und ab fahren. Und dann hier dieses kleine Fege und dann haben wir da oben eins, oder? Ähm. Nee, Enten für die Eier halten. Außerdem ist das so, dass viele Leute auch gegen Enten-Eier allergisch sind. Und Enten fürs Essen halten, weiß ich auch nicht. Generell ist halt das Problem auch mit dem Flachten. Wer macht das einem? Äh, war jetzt nur mal so wirklich ganz blöd gefragt. Was interessieren dich denn andere Leute, die gegen Enten-Eier allergisch sind? Ja, ich weiß ja nicht, ob ich selber gegen Enten-Eier allergisch bin. Ach so. Ich habe noch nie ein Enten-Eier gegessen, aber statistisch gesehen sind einige, also viele Leute allergisch auf Enten-Eier. Und entsprechend steht die Chance ja nicht ganz schlecht. Okay, und was passiert dann mit denen? Die fangen dann das Quaken an, oder kriegen Ausschlag, oder was kriegen die? An die Gänsehaut, an die Entenhaut, oder was kriegen die? Nee, ich glaube, man fühlt sich ziemlich scheiße. Okay, also wirst du es nicht merken dann, wenn du es isst, oder was? Entschuldigung, der war einfach, die Vorlage war zu gut. Die war, die war, die war, ich hab dich lieb. Nee, ich weiß es halt nicht, also ist es jetzt nicht wie bei Laktoseintoleranz, oder was, dass man dann flotten Otto kriegt, oder sowas, sondern irgendwie, keine Ahnung, oder was? Ja, schon, das auch, und Bauchschmerzen, und Magenkrämpfe, und all die unangenehmen Dingen halt. Okay. Lange Bahn, ja, ich mach jetzt mal die langen Bahnen, und dann gucken wir mal, ob das was wird. Weil ich hätte die ganze Familie Enten-Eier vertragen. Ja, ich meine, man könnte sich ja auch ein Enten-Ei besorgen, und das mal probieren, bevor man sich Enten hertut, aber jetzt Enten für die Eier halten, ist jetzt ja nicht wirklich, dann legen die ja nicht regelmäßig genug. Ich weiß auch nicht, man könnte sich im Frühjahr junge Enten hertun, und im Herbst essen, und dann hätten wir was, was die Schnecken frisst, aber wer flachtet einem die? Und vor allem, wer rupft einem die Federn? Macht man selber, wie man das früher auch gemacht hat. Wer bringt einem das bei? Sag jetzt nicht, Google. Du weißt, dass wir zwei dekorierte Köche im Team haben, ne? Hast du noch nie einen Huhn geschlachtet, oder so? Nö. Ja, meinst du, ob der seine alten Gacker-Viecher da noch hat? Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass du schon mal so beim Schlachten oder so mit dabei warst. Nö, hat sich nie so ergeben. Wer hat's noch, dass ich, da war ich noch relativ jung, ich war da sehr schockiert bei Hühnerschlachten. Wir wollten zwei Hühnerschlachten. Als wir das zweite geschlachtet haben, war das erste, was im Eimer lag, nicht mehr da. Wer hat's geholt? Nö, der, 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 der Bauer damals, wo wir da waren. Der hat's wieder eingefangen, weil es ist durchgegen gelaufen noch. Ach so, meinst du, das war ein Scherz? Ja, Hühner haben auch ohne Kopf noch eine Weile Bewegung, ja. Nö, ich hab schon gesehen, wie Hühner geschlachtet werden im Video, aber live noch nie. Früher unsere Schafe, die haben wir zum Metzger gebracht, aber ich mein, da war ich noch jung und da wollte ich definitiv nicht mit rein. Ah, okay. Ja, ich mein, ich hätte sowas mal gehört, dass du gesagt hast, ihr habt die auch verzehrt, deshalb dachte ich jetzt gerade, hättest du schon mal mitgemacht. Ne, ich bin, bin mitgefahren, wenn wir die zum Flachter gebracht haben, aber ich bin dann nicht, nicht mit rein, wenn dann das Bullschenschussgerät zum Einsatz kam oder so, irgendwie. Wollte ich als sensibler, kleiner Junge nicht dabei sein. Und wir hatten ja dann später, also unsere Ziegen haben wir nicht mehr geflachtet. Händen für 10 Euro Küchen fertig, das ist aber gar nicht schlecht. Und Hühner für 3. Das ist eigentlich ganz gut. Händen, du musst die Kartoffeln jede Nacht bewachen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir macht hier der Mond. multiplayer und der ls richtig viel spaß gerade jetzt so total schöne licht wieder und die jahreszeit gefällt mir schön hamburg ist auf entzug von frankreich mehr bja ich habe jetzt noch eine folge die fertig geschnitten ist dies aber fast eine größtenteils zeitraffer die muss ich mal gucken da muss ich nur noch einen schönen screenshot für zurecht basteln und dann habe ich noch ein paar ungeschnittene sachen die ich irgendwie noch zu einer folge verarbeiten muss und dann muss ich anfangen neue aufzunehmen ach siehst du da ich wollte dich mal fragen ob du mir was schicken könntest irgendwann hat es in der luftgewehr macht brathähnchen dein letztes deinen textur gewöhnen so was du gemacht hast du mir das mal schicken könntest werden was für textur gelöhnt aber die ganzen indizes und alles gemacht hast und die texturen die du rüber geholt hast weil hier fehlen ja auch noch einige in der karte ja aber das habe ich ja in die frankreich karte eingebaut ja ja deshalb ob du mir die 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 3d mal schicken könntest und die xml dazu und die textur ist nix ist nix mit xml das alles i3d hast du die texturen nicht irgendwie neu gemacht also neun benannt das musst du hast sie nicht in ordner gezogen neu benannt dass die kommt das jetzt in dem nächsten video beim letzten video war das noch so dass du die dann irgendwie us 2 oder so genannt hat das und dann ja das sind die leider namen gewesen ja und die dings die heiter die 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 dm die die png die weit ja genau ja aber die weiß habe ich ja nicht mehr als schwarze dateien ich habe schon mit den neuen texturen gemalt ja gut die kann man dann einfach ersetzen durch den schwarzen hat man die namen schon mal jetzt muss man das alles noch mal machen wirst du moin paul paul hat jetzt auch den 22er gegönnt und macht spaß die ui hat das video nicht geguckt doch ich habe das video gesehen falls du nicht jetzt meintest pico sind die hühner platt wie ein teller war der sam im kramer schneller auch wie geil ich frage jetzt mal für ein freund wie habt ihr denn das jetzt empfunden mit der mit der holzer weil du gerade schreibst dass der holzer gemacht hat ich habe da eben auch mit sam schon drüber gesprochen also den optischen unterschied ich fand das video total super was er gemacht hat aber ich war ein bisschen geschockt vom 19er das ist das was er immer sagt dass man so dass du das nostalgische immer besser in erinnerung hast und wenn es dann sie ist ist das gar nicht mehr so es ist mir da halt extremst aufgefallen weil vom stream das video dann danach gucken das war schon ziemlich krass war das noch auf das paket wenn sie nur platt wird aber das ist ja mit mhm wieder schnall oder nee mit dem ein axel selbst wenn ich wollte könnte ich damit kein huhnblatt fahren der ist einfach viel zu langsam oder das huhn zu schnell die hat eine gewisse geschwindigkeit haben hühner so an sich ich habe gedacht der 19er sah viel besser aus aber diese ganzen texturen und so weiter vom boden im 22er sind so viel besser ja das ist mir auch da erst bewusst geworden dass man dass man so nostalgisch immer denkt ah ja das war alles so geil und so toll und wenn man es dann direkt so eins zu eins vergleichen stellt man erst mal fest wie groß der unterschied ist diese brecht agrar guten abend wie war geil auf ein bisschen heute würde ich mich auch wieder freuen wisst ihr was noch schlimmer ist was wenn man die neue holzer schon mal in game gesehen hat du hast auch so sehen mein hund untergepflügt wie ist das passiert lebendes 19 auf der holzer map vor allem mit dem extremen gelbstich eine zeit lang war damals schon nicht schön das ist einfach ein bisschen der realitätsverlust immer so lange drauf spielt ja das problem ist halt immer mit dem color grading was halt auf jedem bildschirm auch wieder anders aussieht und nach obs wieder anders aussieht und durch youtube wieder anders aussieht das waren nur ein axel gerannt also ich muss schon sagen wenn ich jetzt hier gerade hinten bei der 64 wo ich jetzt bin wenn du da die wegränder die das gras color grading zueinander das hat ja also alles auch wie die die texturen jetzt angeordnet haben mit dem gras ist ja auch ganz anders als im 19 es sieht so viel wirklicher natürlicher aus eine grafik war unter das ist im 19 wieso meinst du jetzt an dem einen video weil die settings runtergestellt waren weil sonst habe ich immer auf höchsten settings gespielt kann ich auch nichts also ist halt 19 grafik ich habe das ich poste das mal gerade im meist plus im news also wenn man das wenn man das sieht also den unterschied das ist mir gestern extremst aufgefallen an dem video als du über die straßen gefahren ist wie die straßen ränder waren wie das gras da aussah und giants hat jetzt das gras auch anders angeordnet die haben ja nicht mehr diese ein meter langen textur leisten sondern das ist ja alles viel kürzer und viel mehr ineinander verschachtelt und das sieht halt einfach so viel besser aus und wenn man dann bedenkt dass du dir jetzt die map komplett neu baut das wird halt so ein großer unterschied sein dass es eigentlich wie eine neue karte ist also deshalb ich also ich finde jetzt wenn du holster 22 das deutlich weiß ist du brauchst jetzt was aber ich würde das im hinterkopf halten und nicht von wegen die habe ich schon gespielt oder so ich glaube das wird jeder gucken jeder lieben wenn du deine story drauf machst also du erkennst die map wieder und trotzdem ist alles neu also es ist unterschied wie tag und nacht das wird ja denke ich mal mit der bergisch auch so sein obwohl die halt ja geografisch nicht neu gebaut ist aber dadurch dass halt das halt dass das 22 system in allem jetzt so viel besser ist und wenn du dann die neuen neuen gebäude und so hast das sieht einfach so viel besser aus du fühlst dich dann so ein bisschen hier war ich schon mal aber kannst nicht sagen euer kenne ich schon sondern so dieses gefühl finde ich halt total klasse die bilder die ich halt gesehen habe bislang waren halt umwerfen von der holzer ne den 366 gibt nicht im motto nämlich der gelbste hier und und color settings mit dem himmel ach das ist immer schön wie leute sie immer im nachhinein somit kritik vorauslassen können was denn diese brecht gerade bis hier bitte keine mob tauscht börse ja das meinte warum also der hätte bei mir nicht überlebt aber das mit dem 19 und dem color grading war halt auch extrem schwierig weil das alles so blass war und ich sehe es ja erst recht so blass weil die die belichtung nicht wetterabhängig war und das heißt dass an bewölkten tagen ja trotzdem alles extrem grell war und das entweder ließ man das color grading dann komplett weg dann hatte man halt immer blass egal wie das wetter war oder man hat das color grading so gemacht dass es mit sonne gut aussah dann sah es aber halt immer sonst schlecht aus das ist immer also jetzt was du auch in dem video gesagt hast mit den pflanzenschatten und so in kombination mit dem richtigen lichteinfall und dem richtigen lichtspiel und die pflanzenschatten und die feineren texturen von den pflanzen das ist halt einfach wow ab daher noch ein stück das was dich im 19 mal so gestört hat wurde mir immer so mit auf den sack gegangen bist also ich sag's bewusst so hart weil wenn ich dann sagte das ist gerade so schön und passt so oder nicht bewölkt und trotzdem ist alles hell und ich dachte immer was will der von mir und jetzt wo der 22 er da ist jetzt verstehe ich das erst was du da schon wahrgenommen hast und da hast du vollkommen recht mit gehabt und das ist gestern auch in dem video total krass rüber gekommen du hast ja dann vom 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 regen sozusagen ins bewölkte weiter die zeit gemacht und und trotzdem war es noch so komisch komisches licht das also ich verstehe dass du jetzt vollkommen muss ehrlich sagen wird ja auch noch mal 19 bergisch land terra livestream aber die feature wiegen nicht diesen diesen anderen eindruck auf und dann habe ich noch hühner für 8 50 bekommen ja im 17er season war das licht besser ja ich weiß ich kann es nicht beurteilen ich habe es nicht nicht im kopf nicht gesehen weiß nicht mehr wie das war also ich finde das system jetzt im 22 auf jeden fall richtig gut also das ergebnis ist wirklich toll mit wenn man sich ein bisschen was anpasst so nach seinem geschmack dort das colorgrading noch ein bisschen angepasst aber es gefällt mir halt richtig gut so gut hat mir der 19er nie gefallen ja wenn wir zahlen auch in richtigen himmel mit richtigen himmelfarben und so und wolken sind auch viel besser also da hat sich wahnsinnig viel getan sucht ihr noch mapper wer denn frage ist auch was ist denn ein mapper ich habe einen baum gepflanzt im gehe ich bin ein mapper jemand der alles kann ne du weißt wie ich das meine also so referenzen sind dann immer ganz gut wenn man mal so sagen kann guck mal hier das habe ich gemacht oder so bei tinder hat man wenigstens noch ein bild was man weiten kann aber generell sind wir eigentlich nicht auf der suche nach neuen leuten aber was bei uns halt auch wichtig ist ist nicht nur dass die referenzen passen sondern dass man sich halt auch auf persönlicher ebene gut versteht wie man hier bei uns in kölle sagt jute freunde stunden zusammen auch was soll ich natürlich alle hinlegen hast du wieder platzproblem ich habe von den ballen die ich noch auswärts liegen habe die silo ballen weil mein silo hier am hof so langsam zur neige geht ja also zumindest die maissilage und so habe ich gesagt ich hole mal ein paar ballen ran jetzt weiß man nicht wo ich die hinlegen soll halle bauen silo ballen brauche ich keine halle verbauen ich habe das in 60 stunden haben wir auf dem schlepper kommen wir in der büsche bis im ls 19 aktuell auf der jodnia dolina deine lieblings map das ist leider so ein bisschen das problem im 22 jetzt auch dass die einzigen wirklich schön maps alle so ein bisschen richtung osten spielen das ist der der die einreihe kartoffel möhren zwiebel dinger ja ich sagte wo wir noch mit unbedingt mal mit voicen sprechen müssen ein reihe weißt du ein reihe schon mal ein schon mal 30 prozent von den 100 prozent dann werden ja dass auch das gespräch baut ja keiner doch dag da 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 ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt ich meine die die bergisch land im neuen zehner finde ich schade, dass ich die am Ende nur Multiplayer gespielt habe und dass wir da dann auch nicht mehr so viel gespielt haben. Woran hat Cilation? Prime Rate, Performance, Mods, die nicht fertig waren. Ich hätte jetzt gesagt, so am Overall an unserem Anspruch, unserem eigenen Anspruch. Ich hätte das auch. Und wenn man mit vier Mann in Multiplayer gespielt hat und drei Leute permanent disconnected sind und man dann von vier Stunden, drei Stunden in der Warteschlange hing, das hat halt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Aber da waren ja schon auch ein paar Gebäude, die nicht so auf dem Stand der Zeit waren, aber bei unserer Version hatten wir schon einiges ausgetauscht. Und da die, denke ich mal, war, was deutsche Maps angeht, schon ziemlich weit oben auf der Liste. Durch die Gebäude muss ich auch noch fertig machen für ein 22er. Rambo, ja, aber die Maps von Ludi sind halt von Textur, waren halt von Textur und die Gebäude sind ja halt rausgeflogen. Ich vermute mal, er meint die Folie zu essen und so. Dann war das ja unsere. Weil wenn man sich die Texturen von diversen polnischen Moddern oder vom Oxygen David anschaut, sind das bei weitem, tralala und so weiter, der hat ja unsere Texturen gehabt. Also ich denke mal, es geht um die Gebäude. Ich weiß es nicht, weil wenn man sich hier die Map anschaut, die Texturen sind ja viel blasser. Unsere Texturen waren ja so farbig. Da, der sagt, das schreibt ja, die Folie. Die Folie sind doch alle Standard-Giants. Nein, die Texturen waren alle von uns. Das waren alles Custom-Texturen. Ja, Morle, Cito ist die Map, der wir gerade spielen. Aber ist halt, äh, der Dings, der Oxygen David macht ja auch blassere Texturen, der macht ja auch die Texturen raus. Und hier auf den ganzen polnischen Maps sind die auch ein bisschen blasser. Schau dir mal die 22er Bilder von dem an. Von wem? Ludi meint er wahrscheinlich. Also du weißt, dass es ja bei uns im Team ist, wir haben die Bilder schon, also wir, also haben auch, können auch, also in die Map gucken und so. Ich weiß nicht, sind die 22er Standard-Texturen oder hat er Custom-Texturen schon drauf? Also die Holzer-Texturen sind, glaube ich, alles noch Standard-LS22er. Ja, wo ist das, was? Aber wir reden doch gerade gar nicht vom 22er. Nee, wir reden doch vom 19er. Rikki C., guten Abend. Sokogran, guten Abend auch dir. Lieber Rimjo Brambo, der Ludi baut im Moment die, natürlich die Holzer mit den Foliages auf Standard noch, weil wir an dem Terra-Life halt Team mit deiner noch arbeiten. Deshalb, ich verstehe das jetzt gar nicht. Wir haben vom 19er geredet. Nächste Woche kommt die neue Karte von Oxygen David. Ja, leider auch keine deutsche Karte. Ersmich Schneider, Servus. Wer sagt denn, dass die nächste Woche kommt? SD sagt das. Die ist doch noch nicht beim Testing. Die ist doch nicht mal eingeschickt zu Giants. Nächste Woche, weil es die Holzer-Map oder die Walchen bald im 22er geben wird. Was die Walchen angeht, kann man überhaupt nichts sagen. Was die Holzer-Map angeht, auf jeden Fall nicht bald. Die Holzer-Map ist ein kompletter Neubau. Das wird noch ein bisschen dauern. Oxygen David hat gesagt, dass er nächste Woche ein paar mehr Bilder zu der Map zeigt. Dass er was zeigt davon, aber nicht, dass die kommt. Dann presst du die Ballen jetzt. Ich dachte, wir schlafen jetzt und machen dann morgen schön das Heu zusammen. Okay. Ja, ich wäre auch für schlafen, weil dann kann ich nämlich mein Heu auch weitermachen. Können wir machen. Können wir machen. Dann lasse ich das jetzt über Nacht auf Schwad liegen und hoffe einfach, dass es nicht reinregnet. Agrarpix Sebi, warum die Holzer neu gebaut wird? Weil die neu gebaut wird. Weil die mit neuem Terrain gemacht wird. Weil Ludie da Bock drauf hatte. Was wesentlich dichter am Original dran ist, als die 17er Variante. Und Ludie ist zu uns ins Team gekommen und damals die Holzer und die Bergeschland sozusagen von der Farming Agency, was abgedatet wurde. Und jetzt ist Ludie mit bei uns und Admin Farming Agency und Mapper bei uns. Und deshalb wird jetzt von Anfang an alles zusammengebaut. Also ich wäre soweit zum Schlafen. Warte, ich will nur einen kurzen Blick in die Viecher werfen. Also in die Stelle der Viecher. Ich habe gerade nochmal gefüttert. Für über Nacht soll es reichen. Ja, das wollte ich gerade mal testen. Ich wollte mal gucken. Die haben, also die Dicken haben auf jeden Fall genug und Stroh 14.000 Liter. Ja, also von mir, das können wir. Wenn Deutsche da ist. Wer ist da? Schlafen? Ja, immer mit der Ruhe. Ich muss ja jetzt mal zum Haus laufen. Schlafen, 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 schlafen. 7 Uhr oder was? Hallo? Die Bergeschland kommt auch im 22er, ja. Mit Terralife. Oder eigentlich muss man das ja anders sagen, ne? Gibt ja die Bergeschland Terralife, die Holzer Terralife und die Old Altmap Terralife und es gibt ja kein Terralife einzeln. Das ist ja eigentlich so. Mein Bunkersilo ist fermentiert. Das ist ja schön. Hab's gelesen, Rainer. Ich hoffe, dass es meins ist. Es steht auf jeden Fall auf 100%. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das, was du mir geschickt hast im Discord, habe ich gelesen. Ja, du weißt, das wäre bei mir anders, ne? Ja, ja. Ich hoffe, es kommen bald gute Maps 2019 zurück. Was sind denn für dich gute Maps 2019er? Ich hoffe, dass irgendwie vielleicht mal eine neue Map auftaucht, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, ne? Irgendwie sowas, was so aus dem Nichts kommt. Ja. Aber ich glaube, sowas gibt es relativ selten, weil die meisten mittlerweile auf Insta und Co. alle schon vorher... Aber ich kriege da eh nichts mit, von daher für mich könnte das trotzdem aus dem Nichts kommen. Oder die Westerade kommt in einer guten Version. Die ist im Sam doch zu groß. Nochmal klein. Rainer? Ja? Knapp 30.000 Liter in 12 Stunden. Oh. 45. Leer. Die sind komplett leer. Sollte man vielleicht auch ein bisschen runterdrehen? Eventuell? Ich weiß es nicht. Also von der Masse Gras, was ich habe, ist das eigentlich jetzt passend. Also das... Wie viel haben wir denn? Wir haben 12 Monate. A. Drei Tage. In Anführungsstrichen. Also 90.000, das heißt, eine Million 80, eine Million 800, eine Million... Landezoom kommt, ja. Das war für mich eine gute Map im 19. Leider kam sie erst recht spät. Die kenne ich tatsächlich gar nicht, aber der klingt auch so flach und nördlich. Unter Griesbach war ich in Ellerbach, Bergeschland, Holzemap. Ja, die Bergeschland und die Holze wird ja für den 22er auf jeden Fall kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Was ist denn eigentlich mit der Ellerbach? Kommt die irgendwie? Ist da irgendwas? Soweit? Ich weiß nicht. Weil letztendlich, gerade in der letzten Zeit, habe ich jetzt einige Kommentare bekommen und auch einige Leute, die mich so angeschrieben haben, die gefragt haben, ob ich auf der Ellerbach spielen werde. Nein, das liegt einfach da dran. Also, erst mal hat sich jemand die Ellerbach konvertiert, postet darüber wieder auf irgendwelchen Insta und hast du nicht gesagt, ne, so, und streamen da drauf und machen wieder hier so Clickbait, aber das hat nichts mit Timox zu tun. So, und im 19er hatte ich die dem Horse Extension Ready gemacht, da hat er mich ja die ganze Zeit genervt, dann hat er die Monate lang gehabt und hat sie nicht released und die Leute haben bei mir mal gefragt. So, wenn die Ellerbach kommt, kommt die von Timox. Selber, weil er hat ja noch sehr viel dran gemacht. Aber die, die jetzt im Moment gezeigt wird und so, hat nichts mit der von Timox zu tun, also nicht mit der 22er Version von Timox. Jetzt geht das alles wieder von vorne los. Füttern, füttern, ja. Und ihr so, füttern. Ihr hört nicht mehr kommen, sagt er im Discord. Ja, Mann, Servus. Wo der Sound herkommt, den habe ich selber zusammengeschnitten aus YouTube. Da, da ist der Flapper. Nee, kommt nicht, aber könntest du bitte so ein Projekt machen wie der Ellerbach mit Fendt. Ich habe ja auch der Dings damals auch ein bisschen mit Fendt. Das ist, ne, mit dem, mit meinem 300er Sechszylinder und mit dem GTA, der zum Download gekommen ist. Wäre auch schon fast ein kleiner Fendt Hof, aber die passende Map fehlt halt schon. Und es fehlt eigentlich noch ein passender älterer Fendt. Der ältere 300er oder 615er oder sowas. Das ist auch noch unbedingt ein Feature-Request, den wir machen müssen, ne? Was? Dass eine Animation reinkommt, dass man Ballen rollen kann. Aber am besten, so wie das damals war mit den Arcade-Sticks, also gerade bei so schweren, äh, Rundballen, je schneller du den, den Joystick halt so hin und her schlägst, weißt du, so brrrrrr, umso mehr kannst du dann so einen schweren Ballen bewegen. Weil so einen schweren Silo-Ballen zu rollen, da wird ja schon das Ärmchen dünn, also das wäre schade. Aber ich fände das cool, wenn man so einen Ballen rollen könnte. Was machen eigentlich die Deuts von Matt, ist das noch aktuell? Matt ist im Moment sehr im Real Life eingespannt und entsprechend ist da nicht wirklich viel weiter gegangen. Der Plan steht aber nach wie vor, dass sie gemacht werden sollen. Nur Real Life ist halt Real Life, ne? Ja, die Kuh, die springt da immer rüber über das Gatter. Ich weiß auch nicht, was mehr los ist. Ja, was ist das? Das kann man so nicht sagen, dass sie modellmäßig unfertig sind. Es ist eher so, dass das Real Life hervorgeht und er teilweise aber nochmal neu bauen wollte. Nochmal neu neu bauen wollte. Du kennst das ja, wenn er dann keine Zeit hat, das zu machen, geht es halt nicht weiter. Die waren ja auch im 19er auf dem BGL-Spielstand eigentlich noch nicht so, dass sie fertig gewesen wären. Ja. Nee, da waren ja noch fehlende Texturen und alles Mögliche. Deshalb, wir machen es halt mit Spaß und nicht mit Fließband. Alles, was wir machen, ist halt... Es gibt halt Modder, die modden nur und releasen und spielen nicht und es gibt halt welche, die spielen auch gerne mal. Ja, früher auch mal so jemand, der nie selber gespielt hat. Ja, ist doch furchtbar oder nicht? Das ist auch den Rechner dafür nicht. Nee, das auch, ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ist doch furchtbar. Also, wenn ich das jetzt so sehe im Verhältnis vom 19er zum 22er, ich meine, ich würde mich nicht als Modder bezeichnen, aber halt das ganze Updaten von den Maps und den ganzen Kram, ich bin nicht zum Spielen gekommen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und jetzt, das macht total viel Spaß. Ich wusste gar nicht, dass Multiplayer-Spielen im LS so viel Spaß machen kann. Wie ist das eigentlich bei dir, Jonas, mit dem Hof, den du da mal damals mal gemacht hattest? Bist du da eigentlich mal weitergekommen? Oder hast du den für den 17er noch gemacht? Ja. Oder war der mal für eine Map geplant oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Wenn es da gerade kann mir keiner helfen, also zumindest keiner von uns hier. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Reshade benutzt, aber auch nur Scala-Grading. Ansonsten von den anderen benutzt gar keiner Reshade. Och, ist das schön. Rainer, was ist das schön? Mit dem Futtermischer und das Harvest-Dorf-Hahn und die Schnecke macht's voll. Och, was ist das schön. Ruhe. An die Stelle der Tele-Lader hingestellt. Ich will immer, wenn der Ed Paul steht, denke ich immer, ich bin gemeint. Ed Paul, ich geh nur Ed Blue. Ich will, ich bin mir und ich bin mir weil er nicht so wie was ist. Ich war es auch so. Ich bin mir schluss, immer wieder. Ich habe auch ein Schiff, Ich bin der Knoll, Füche, das ist so. ich bin der Knoll nicht hier. Und der Knoll ist das eigentlich nun hauen sie alle ab hier der norddeutsche hof ist ja vom 2 2018 da mache ich nichts mehr dran demnächst kommt noch eine und schweinestein mit 200 massplätzen aus der zeit noch fertig gemacht habe der rest ist geschichte okay brauchst jetzt zwei jahren an dem projekt also kommt da was größeres okay das ist cool ja hoffentlich bleibt der ls damals länger das ja ich meine du weißt das ja selber auch mit am besten ist total ätzend wenn du an was baust wir jetzt zum beispiel mit den deutschen wenn du das irgendwann mit der ls anfängst und dann ist der neue ls schon da und dann das dauert ja halt manchmal auch wenn man nicht die ganze zeit immer nur dran baut aber fand ich cool geschichte ist der weil der weil 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 weg also hast du den hast ihn vernichtet oder also dateien abhanden gekommen oder weil das projekt nicht mehr machen willst so du bin ich wieder ich werde ja noch beobachtet hier ah mein mikrofon Wird Sam kurz randaliert und jetzt hört man ihn nicht mehr. Hm? Was? Das war jetzt gerade so, mein Mikrofon und dann war wieder Stille. Ich hab nichts zu sagen. Ist alles noch da, teils weiterverwendet, aber größtenteils mein Anspruch halt gestiegen. Daher, die Getreidetechnik gibt's noch und die hat sich auch vervielfacht in allen Variationen. Hast du schon eine Lösung gefunden für oben auf dem Dach das Getreide? Du hast ja auch einen Dachspeicher gehabt, wo du Getreide lagern wolltest. Jonas, servus, Herzoglieter 3D, servus, guten Abend. Tja, was machen wir nu? Was machen wir nu? Silo könnte man schon pressen, das muss ja nicht so lange warten. Du kannst ja auch bei mir gerne den Schwadlüfter leihen, ne? Für deine Schwade nochmal zu lüften beim Heu, bevor du's dann nachher presst. Hm, zu spät. Da hätt' ich das schwaden müssen, bevor das Heu ist, dass es nachher nochmal ne Stufe umändert. Sieht man ja nix davon. Naja, oder machst du's einmal zurück und einmal vor? Sicher zweimal drüber fahren. Ja. Beklagt sich ja einer über Arbeit? Hab ich übrigens gerade gesehen. Was denn? Hier war's wohl. Bist du wohl ruhig, ey? Ey. Äh, Rainer, ich bekomm das hier nicht mehr aus dem Silo raus. Aus deinem. Den letzten Rest so. Ja, das macht Spaß mit der Vogelperspektive mal so ein bisschen in den anderen zugucken. Ist wohl so. Kannst du mich nicht einen Streamtag mal in Ruhe lassen? Ich will einen Streamtag einfach nur mal Ruhe haben. Äh, den Stall hab ich abgehakt, bin wieder in die Heimat gewechselt. Achso, alles klar. Ich bin nur drüber geflogen, ich hab's nur aus den Augenwinkeln gesehen. Ja, aber das hängt dann in der Tippkolli drin. Scheinbar. Sieht lustig aus. Warum kann ich mit dem Göwell keine Siloballen füttern? Mit welchem Göwell? Aber der Füllstand ist null. Ist auch cool. Nö. Äh, Servus. Servus. Ich glaube, mir hat selten ein Standardfahrzeug so viel Spaß gemacht wie der große mechanische Waltra, ne? Nein, 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 ein Fan vor einer deutsch runden Prallenpresse jetzt kann ich nicht mehr. Ach, Süddeifel, du Armer. Ist, ist ne Kuhnballenpresse. Genau. Ist nur ein bisschen anders angemalt. Wenn ich mir pressen warten will, ich weiß nicht, aber ich meine, morgens um sieben Prallenpresse ist ja nicht unbedingt heu. Kann man mal machen, aber wenn man stolz von deinem Ding ist und ne Heutrocknung hat. Bin aber nicht stolz von deinem Ding. Und ich hab auch keine Heutrocknung. Wir haben aber ne Heutrocknung hier auf der Map, Hase. Ja, ich hab aber keine. Ach. Darfst du die gerne mal benutzen. Nee, musst du nicht füttern, oder hast du schon gefüttert? Hab schon gefüttert. Okay. Ein Siloballen, ein Heuballen, fertig. Das ist aber keine vollständige... Nö. Also, das ist keine gesunde Ernährung hier? Ja, geht halt nicht anders. Warum? Ja, weil ich keinen Mischwagen habe. Ja, kannst du ja bei mir einen leihen. Und die sind irgendwie dauerhaft, irgendwann. Und umleuchten an. Wo? Bei mir? Nee. Nee, bei dem Gerät, ja. Ich fahre aber nicht jeden Tag zum Mischwagen leihen, um hier Mischfutter zu holen. Eigentlich müsste ich mit dem Ladewagen und Melberg Frischgras mähen, aber... Ja, genau. Und dann einen Ballenheu dazu und dann hast du alles leider bedient. Brauch noch mal einen Schlepper. Ach so, eine in der Garage stehen. Ja, der hat aber keine Fronthydraulik. Ja, für den kriegt man aber eine Fronthydraulik. Ja, der sieht aber fürchterlich aus. Du hast auch immer was zu meckern. Ja. Halt der jetzt erst auf. Sam, du weißt ja, dass ich dich wirklich gern habe, ne? Ja, aber... Aber, ich glaube, in den Asterix und Obelix Comics wärst du bestimmt der... Rainer weiß, wen ich meine, oder? Was der, der am Baum gefesselt wird? Mit Fisch beworfen. Ach so. Der, der, äh... Was ist er nochmal? Der Barde, ne? Ja, ja, Trubadix. Ich habe ja ein Lied für euch zu singen. Nein! Ich habe ja ein Meckerschill für euch. Nein! Dann fahren wir jetzt mal eine Runde zum Händel und gucken, ob der unseren Ladewagen schon repariert hat. Ist der Ladewagen kaputt, oder was? Mhm. Du kannst dir auch gerne bei mir meinen kleinen Futterhol-Ladewagen leihen. Ich brauche im Moment nicht für Frischgras. Er möchte doch seinen wieder haben. Weiß noch nicht, ob der Händler den schon repariert hat. Das ist ein guter Händler. Guter Händler, diese. Muss echt mal zum Chip-Tuning mit dem Karren, dass der hier nicht mehr gedrosselt ist. Ich glaube, reparieren würde reichen. Im Gilde ein Drittel von der Leistung. Nee, aber der ist ja vielleicht der 40 kmh bei reduzierter Motordrätzer. Wenn man dann das Drätzer-Limit rausnehmen würde im höchsten Gang, dann würde er ein bisschen schneller laufen. Ah, ich sehe schon. Du willst den Fahrstruck überholen, ja? Ja, ja, ja. Zweimal wichtig überholt und das dritte Mal dann, meck, meck. Roadrunner. Sam hat ja den Ladewagen wieder zwischen Schäuentoren oder was. Nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Schlepperwartung mitten in der Heuerende machen ist immer eine ganz tolle Idee. Das macht man meistens vorher, weil damit in der Heuerende das Ding auch läuft. Oder nachher. Das macht man eigentlich vor der Saison. Nach der Saison. Aber nicht mittendrin. Mittendrin ist immer schlecht. Aber ich könnte echt nochmal einen Schlepper gebrauchen, nur an meinen Ladewagen zu hängen. Hier im Dorf war ein Aushang einer verkauften Deutz. Ich kann aber doch keinen Sechszylinder-Deutz kaufen, um als Foto-Hollschlepper zu verwenden. Warum? Dann planst du nochmal einen Let's Play of the Frühling oder Osada. Im Moment plane ich gar nichts. Das Problem mit der Osada ist halt, dass es wieder so eine Ost-Map ist. Schlossbauer, guten Abend. Einen neuen C-Toker kaufen, wenn ich beim Händler bin? Nee. Für Geld habe ich nicht. Den Händler, äh, den reparieren den C-Tor? Nee, das mache ich daheim. Ölwechsel und so mache ich selber. Das bringe ich nicht zum Händler. Na, wir können ja mal gucken, was der Händler so hat. Einen kleinen Schlepper mit Front-Hydraulik. Die Auswahl ist nicht groß. Ein Proxima. Vielleicht kann ich nicht auch noch ein Proxima dazu kaufen. Nur als Foto-Hollschlepper. Das ist nix. Das ist nix. Hat auch keine Front-Hydraulik. Wir haben auch alle keine, soweit ich weiß. Auch ein bisschen zu klein. Hat der kleine MF nicht den silbernen, den du hast? Eine Front-Hydraulik, Rainer? Nein, nein. Achso, ich dachte, der hätte eine. Der hat auch nur 49 PS. Das könnte ein bisschen eng werden mit Mehrwerk und Ladewagen. Leider keine Front-Hydraulik. Du bist ja mit dem kleinen New Holland, äh, den ganz Kirschenstar. Der ist da? Ja. Der ist nicht klein und der ist nicht schön. Nee, links, weiter links. Entschuldigung, weiter links, weiter links. Ich tue das wegen dem Verzug. Ja, so einen habe ich ja schon. Ja, gibt es aber doch auch in dem, in dem, in dem Braun und so. Ja, aber man kann ja nicht einen zweiten davon haben. Sehr langquälig. Langquälig wäre das. Der ist halt auch zu groß. Also, es gibt ein Restaurant, ne? Da gibt es, äh, wenn du da bestellst, da kannst du dann sagen, äh, meine Freundin möchte nichts. Und dann bekommst du automatisch mehr Pommes, mehr Pommes und so mehr dazu, weil die halt immer von dir runter ist, ne? Kennst du wahrscheinlich auch, ne? So, was willst du? Ah, ich will nichts. Und dann nachher frisst du dir alles weg. So ähnlich ist das gerade. Das, nee, will ich nicht. Das, nee, will ich nicht. Und nachher kauft er sich jetzt einen 7er-Fend oder so, einen 7er-Fend-Vario. Wartet mal ab. Jakob, der hat keine Front-Hydraulik, der 3,90er. Außerdem kann ich nicht immer im Reiner seine Flapper klauen. Und der hat halt auch keine Front-Hydraulik. Er kann auch schlecht hier einen Front-Lader dran machen und dann in einem kleinen New Holland die Front-Hydraulik, wobei ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt mit Front-Hydraulik, doch den gibt es mit Front-Hydraulik, ne? Ja. Ja, aber der MP-Lift-Front-Lader würde an den 3,90er dran passen. Ja, aber es ist ja auch irgendwie schlecht zu... Habe ich extra Konsole gebaut. Und Schräg-Haube-Schlepper dann den Front-Lader wegzumachen und dafür das Front-Märwerk da dran zu machen. Wieso? Front-Märwerk ist doch genau passend für einen Schräg-Hauber. Ja, aber für Front-Lader halt auch. Naja gut, Front-Lader musst du ja aber eher auch oben gucken. Außerdem kann da keiner Front-Hydraulik. Aber ist nicht bei dir das Problem mit dem Front-Lader, dass du immer nicht weit genug ausholst und nicht, dass du nicht weit genug vorne runter guckst? Also ist das egal, ob du da eine Haube hast oder nicht. Du musst eh links und rechts. Nee, nee, wenn ich Ballen stapeln will, muss ich schon. Muss ich schon. Oh, mein Güllefass wandert. Scheinbar. Der ZZ oder so einen habe ich, aber da ist ja die Front-Hydraulik nicht. Also die ist nicht, die ist nicht. Also, nee. Nee, von daher schleppertechnisch. Wir müssen gucken, dass wir mit dem auskommen, was wir haben, dann muss man halt immer hin und her hängen. Da kommen wir nicht drum rum im Moment. Könntest du ja auch mal so einen kleinen Radlader oder so einen kleinen Hoftrad holen. Drei-Zylinder-Power, der Sam war gerade kurz davor einen Möpf-Zuckerhofen. Ja, Hoflader holen und dann einen Frontlader wegmachen und stattdessen Front-Hydraulik dran, wäre auch nicht ganz verkehrt. Ja. Oder einfach Front-Hydraulik dran machen, Frontlader zu Hause stehen lassen für Notfälle und trotzdem einen Hofdruck holen. Du kannst auch, wenn du möchtest, den ganz kleinen Hoflader nehmen. Ich habe den nicht mehr, weil wir ja immer so irgendwie damit sind, von wegen keine Doppelten und so. Der Sechszylinder hat auch einen Frontlader, ne? Hast du das gehört, Dolce? Dann wisst ihr das noch. Was hast du? Ich glaube, du hattest die Standardbereifung. Nein, ich hatte hier die ganz normale Standardbereifung, ja. Hast du gehört, Dolce? Von wegen mit nicht doppelt, ne? Ich sage nur JCB-Telelader. Das ist ja egal. Das ist genau. Mir ist das auch egal. Bei Teleladern ist mir das sowas von egal, aber bei Schleppern gucke ich da persönlich schon drauf, dass ich nicht irgendwas nehme, was jemand anders schon hat. Das ist bei Real-Life-Landwirten, aber irgendwie genau andersrum. Ja. Sorry, wenn ich jetzt den Chat ein bisschen nicht so genau gesehen habe, weil der hier als Overlay ist und wenn da Shop an ist, dann kann ich ihn nicht so wirklich lesen. 3066 mag ich nicht mehr sehen. Das ist das Problem. Wenn ich dem eine neue Dirt und Use oder sowas machen würde, dass der da vielleicht, aber nee, mag ich nicht mehr sehen. Außerdem ist das halt so, gerade hier in Polen, da bräuchte er schon eine richtig gute Use oder sowas oder eine blasse Textur, das so ein bisschen älter aussieht. Hattest du ja gestern auch im Video gesagt, dass 3066 ja eh nicht so eigentlich, dass du gar nicht wüsstest, warum, ne? Nee, da habe ich eh nicht so wirklich den Bock drauf, wobei den zu kaufen und dann einfach nur als Foto-Hollschlepper zu verwenden, wäre schon eine Möglichkeit, aber dafür sieht er halt zu neu und zu restauriert aus. Ja, die Osada könnte schon an einigen anderen Stellen sein, abgesehen von den Gebäuden und von den Schildern und sowas halt. Aber die sind halt da, die Gebäude und die Schilder. Wenn man die Straßenschilder und so ignoriert, dann könnte man sagen, okay, die ist irgendwo im ganz östlichsten Ostdeutschland, so an einer tschechischen oder polnischen Grenze. Aber es ist halt nicht unbedingt Schweiz oder sowas. Ich habe nichts gefilmt am Haus, nee. Oh, was für ein schöner Ladewagen. Ja, also. Mal ein Zehteil mehr Biken verpassen und damit Futter holen. Ja, nein. Was hat der Trecker in der Scheune eigentlich? Außer kaputte Felgen. Kaputten Motor. Ja, nee. Ich meine, hat der Fronthydraulik, hat der Frontlader hat der irgendeinen Zweck? Nee. Auch den kannst du, glaube ich, als Fronthydraulik auch kaufen. Ja, der sieht aber wörterlich aus. Gefällt ihm aber nicht. Ach so. Also du kannst dir keinen, keinen schönen Trecker holen, nur zum Futter holen, kannst aber einen Trecker in der Scheune stehen, haben der einfach nur da steht. Ja, ich sag dir, warum der da noch steht, weil er keinen Sound hat. Ach so, okay. Der Sound, das ist über das Giant Soundsystem, da ist eine GLSS-Datei, aber die ist grottenschlecht gemacht. Aha. Da ist kein Unterschied zwischen Last und kein Last. Das macht keinen Spaß, damit zu fahren. Das Problem ist aber, dass der Flapper einen echten, sehr hervorstechenden Sound hat und der ist einfach, einen Sound von einem anderen Vierzylinder zu nehmen, ist ziemlich schwierig, weil so viele Vierzylinder-Sounds gibt es im LS nicht. Einen davon habe ich schon jetzt hier in dem hier drin und den anderen habe ich in dem New Holland drin und beide passen halt nicht wirklich. Aber das ist, Dankeschön, das ist doch mal, das ist doch mal eine Erklärung, wo man was mit anfangen kann. Dankeschön. Geht doch. War ja der Plan von Anfang an. Der Schlapper hat ja von Anfang an einen Motorschaden in Anführungszeichen gehabt, weil ich auf den noch andere Felgen drauf beziehungsweise andere Bereifung und weil ich auf den halt den Sound fixen wollte. Und Felgen und Reifen hätte er jetzt schon, da war Rainer dran. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es legt nur an den Felgen und Reifen, weil das, der Reifendienst ist ja sehr schnell. Das wäre alles schon. Es fehlt halt noch ein Sound, das er nicht ganz so schlimm anhört. Ich muss mal, habe versucht auf YouTube, aber das Problem ist, sämtliche Videos von dem C-Tour, die ich in echt gefunden habe, sind von der Qualität nicht brauchbar. Da habe ich einfach nichts Passendes rausgekriegt. Okay, verstehe. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich von irgendeinem anderen Schlepper müsste halt irgendein ein bisschen dreckig klingender, schreiender Vierzylinder sein, weil die sind halt schon irgendwie so ein bisschen. Wie machst du das eigentlich, wenn du dir so ein Soundvideo rausgust, wo du nachguckst? Also wenn du irgendwie vom Vorbeifahr-Sound oder aus der Kabine heraus? Das Problem ist, aus der Kabine heraus ist meistens viel zu viele Nebengeräusche. Ja. Vorbeifahr-Sound ist das Problem, dass der Sound dann lauter, leiser, lauter wird. Das heißt, das macht es ja die Schwierigkeit. Im Idealfall brauche ich halt ein Segment von wenigstens fünf, sechs Sekunden, wo die Drehzahl stabil ist und wo die Lautstärke stabil ist. Also wo die Entfernung von Kamera und Schlepper dieselbe ist. Und das ist ziemlich schwierig zu finden generell. Ja. Ich hatte auch schon mal überlegt, jetzt wegen dem 500er-Fan zu gucken. Ist da nicht so ein Soundvideo, wo dann draufsteht, irgendwie so, wir quälen unseren Vierzylinder den Berghoch-Sound gut oder ist das dann wieder zu viel Last? Das ist wieder zu viel. Ah ja, das Problem ist, du brauchst eigentlich eh mehrere Sachen. Du brauchst eigentlich eh mehrere Sounds. Wenn man jetzt das mit dem Soundtool von Giants machen möchte, dann braucht man theoretisch von verschiedenen Drehzahlbereichen einen Sound, wo jetzt nicht so wirklich Last drauf ist und nochmal dasselbe mit richtig Last drauf. Und dann kann man da einen schönen Sound draus zusammenbasteln. Wenn man jetzt ohne das neue Giants-Soundsystem macht, sondern mit dem alten Soundsystem, dann, ja, kann man vielleicht auch mit ein bisschen weniger Sounds auskommen. Aber man braucht es halt trotzdem. Man braucht einen Sound ohne Last und einen Sound mit Last. Sonst hat man am Ende einfach nicht so das Ergebnis, was man gerne bräuchte. Verstehe, verstehe. Und deswegen das, äh, hier den Sound für den kleinen C-Tor, den habe ich ja nur mit Dings gemacht. Ohne das Shined-Soundsystem, der ist ja nur mit XML gemacht, aber halt geguckt, dass die Drehzahl von dem Sound wirklich exakt passt, dass da die Übergänge passen. Ähm, und da habe ich dann halt auch aus einem Video einen Teil raus, wo die Last mehr hörbar war und einen Teil, wo die Last weniger hörbar war und habe das dann noch meinen Audacity ein bisschen angepasst von, von, äh, vom Bass her, dass da so ein bisschen größeren Unterschied ist. Aber, bei einem Mehrzylinder, der auch einen größeren Drehzahlbereich abdeckt, der C-Tor macht ja bis 2700 Umdrehungen oder sowas, ist es halt schwierig, aus einem einzigen Sound dann so viel rauszukriegen. Ja, aber danke schön für die Erklärung, weil wie gesagt, das hast du sonst so nicht, also, ich habe es nicht mitbekommen. Das war ja auch mal ein Video des Sound aus YouTube. Ja, das Problem ist, dass das halt eigentlich nicht wirklich möglich ist. Das ist halt das, huch, habe ich das nicht angehoben, habe ich nicht angehoben. Ups. Es ist eigentlich nicht wirklich machbar, mit ganz viel Glück halt, es ist machbar, aber, das ist nicht, es ist schwierig, ein Tutorial zu machen, wo so viel Glück nötig ist, weil man kann nicht einfach sagen, okay, ich brauche einen Sound für den und den Schlepper, ich suche auf YouTube das nächstbeste Video, mach da einen Sound draus. Man braucht wahnsinnig viel Glück, dass es gerade zu dem Schlepper einen Sound gibt, der brauchbar ist. Und auch dann im Video, vor allem, was genug drin hat, was eben nicht Last drin hat, was Last drin hat, was idealerweise brauchen wir auch Lärdauf. Man kann es natürlich auch so versieden in Videos zusammen machen. Und das Schwierigste ist sowieso, dass man die Drehzahl am Ende wissen muss, wenn man einen guten Sound für einen LS machen möchte, egal ob neues oder altes System, man muss die Drehzahl wissen. Ah, die exakte Drehzahl, bei dem der Sound aufgenommen ist. Und das kann man theoretisch bei manchen Sounds, wenn die Impulse sehr eindeutig sind, kann man das unter Umständen anhand der Aufschläge im Sound tatsächlich sehen. Man kann auch mit verschiedenen Analyse-Tools die Frequenz raus analysieren und gucken, ob man es da ran. Aber wenn halt du entsprechende Nebengeräusche hast, dann ist das schwierig. Das heißt, im Idealfall nimmt man den Sound selber auf. Hat dein Kramer nicht einen Vierzylinder? Der Kramer hat einen Vierzylinder, ja. Ich habe auch schon gedacht, ob ich da mal zumindest den Lastsound vielleicht hernehmen könnte. Aber müsste ich halt auch erst mal was aufnehmen. Das ist halt nicht so einfach wegen den Windgeräuschen. Wenn ich die Kamera wirklich dicht an das Ende vom Auspuff dran halte, dann werden die Windgeräusche ziemlich gut übertönt. Da könnte ich eventuell einen Lastsound rauskriegen. Was mit deinem Mikrofon, was du hier hast? Ja, das müsste ich dann an die Kamera irgendwie dran wachsen. Aber das ist halt, ich habe ja hier keinen Windschutz drumherum. Das nimmt die Windgeräusche genauso auf wie das, was im Intern ist. Nee. Achso, ich dachte, das wäre bei dem auch serienmäßig dabei gewesen, bei dem Mikro. Nee, nee. Ja, ist halt so ein bisschen Schaumstoff drumherum, aber das hilft nicht wirklich, um Windgeräusche zu minimieren. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem Mikrofon und dem Internen ist halt, dass das mehr Bass aufnimmt, dass es halt nicht so blechern klingt. Also einen Flausch hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Müsste ich mir mal besorgen, dass ich das Mikrofon dann auch an der Kamera verwenden kann damit, aber die Kamera ist ja eh... Ja, für die anderen Videos wäre das doch besser, oder nicht? Ja, ja. Ja, jetzt hier für die Aufnahme ist eigentlich irrelevant. Klar, so ein bisschen, wenn ich jetzt hier ffff mache oder sowas, aber ich habe ja relativ gute Nachbearbeitung durch OBS und so. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Das ist eh nur, wenn man draußen ist. Ja, ich meinte ja jetzt für draußen, für deinen anderen Kanal. Ja. Ist ja nicht schlecht. Ja, aber ich nehme ja selten was im Wind auch und nachdem die Kamera ja schwierig irgendwo zu montieren ist oder so, das ist... Aber wird schon Sinn machen, aber dann müsste ich immer das Mikro auch mitnehmen und die Kamera ist eh schon so unhandlich. Ja. Nee, ich muss mal probieren. Das Problem, das größte Problem ist halt, die Drehzahl konstant zu halten, vor allem beim Lastsound. Das heißt, ich müsste im Grunde einen Berg hochfahren, der steil genug ist, dass der Schlepper Last hat, aber der nicht so steil ist, dass die Drehzahl abfällt, aber auch nicht so wenig steil, dass die Drehzahl steigt. Das heißt, das ist... Hängen die ein Doblo dahinter? Ja. Ja, kann ich ja. Aber kann ich immer wieder nicht alleine machen und so. So Möglichkeiten gäbe es schon, aber das ist halt schon mit ziemlich Aufwand auch verbunden. Und den Nicht-Lastsound vom Grammer kann ich definitiv nicht nehmen, weil der hat ja so einen eindeutigen, das ist das genagelt von der Vorkammer, das hat ja heute keinen Schlepper mehr. Aber den Lastsound können die eventuell für andere Vierzylinder nehmen, das könnte gehen. Was ist denn mit DZP? Ich dachte, der könnte mal was aufnehmen. Das ist mal ein Dreizylinder, der Johnny. Der hat irgendwas mit seinem Mikro oder sowas. Der wollte ein anderes Mikro sich besorgen. Keiner ist aber doch immer auf Traktor-Pullings, da sind doch auch mal Traktoren, die da fahren. Ja, da kann es aber keinen Sound aufnehmen. Ja, nicht von einem Puller, aber da sind ja halt auch andere, denke ich mal. Ja, da ist aber in der Regel viel zu laut auf so einer Veranstaltung. Ja, so war es immerhin der Grundgeräufe, dass Menschen, die reden, du hast andere Schlepper, die im Hintergrund laufen. Dann könnte man da mal fragen, ob jemand so was mal zu Hause aufnehmen kann. Wie nimmt man denn einen Sound-Unterlass auf, ohne dass man beispielsweise einen Hamburg-Repp betreibt? Ja, Berg, Berg rauf fahren. Zapfwellenbremse, genau. Zapfwellenbremse wäre auch was, ja. Wenn man Zugang zu einer Zapfwellenbremse hat, dann kann man auf jeden Fall, ich bin schon wieder falsch gefahren. Sag mal, warum sagt mir denn keiner was? Meine Fresse. Du bist immer noch nicht am Hof angekommen mit dem Ladewagen. Ich war schon am Hof. Ich war schon am Hof, ich habe das Mailbag angehängt und dann wollte ich zur Wiese fahren. Bin dran vorbeigefahren, habe ich umgedreht und bin wieder dran vorbeigefahren. Hast du noch genug Sprit? Also wenn dann Tank direkt wenn du auf dem Hof bist. Nee, eine Zapfwellenbremse wäre schon nicht schlecht, aber an den Berg geht es im Grunde auch. Man muss jetzt ja auch, der Sound muss jetzt nicht irgendwie 10 Minuten lang sein oder so, sondern es langt ja im Grunde, wenn man irgendwie so 10 bis 15 Sekunden wirklich konstanten Sound hat. Konstant von Last und Drehzahl, keine Schwankung. Das ist eigentlich schon machbar und im Idealfall für einen wirklich guten Sound musst du halt wissen, dass es bei welcher Drehzahl das war, wo du es aufgenommen hast und vor allem du brauchst halt verschiedene Drehzahlbereiche. Das kann man auf alle mit dem neuen Soundsystem vom LS kann man das halt sehr gut machen, dass man, sagen wir mal, okay, man hat einen Sound bei 1000 Umdrehungen, man hat einen Sound bei 1200, man hat einen Sound bei 1400, dass man quasi alle 200 Umdrehungen oder alle 400 Umdrehungen in den anderen eine Sounddatei hat und die Übergänge, das neue Soundtool, damit kann man die Übergänge sehr schön machen. Mal eine andere Frage gerade. Möchtest du von mir den kleinen Futtermischer kaufen? Ich habe den günstig abzugeben. Wie klein? Klein, der kleine. Der kleine Kuhn. Wie klein ist der kleine Kuhn? Der hat doch auch 15 Kubik oder sowas. Nee. 11? 10? Der braucht auch nicht so viel PS. Vielleicht. Also, ich brauche den nicht mehr. So, nee, guten Abend. Mit der Handbremse Last simulieren, ja, auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit. Nee, wenn man wirklich, wenn man, sagen wir mal, man hat einen Originalschlepper und man möchte einen Original-Sound aufnehmen, man braucht im Grunde eine Schlepper anmachen und ausmachen und leerlaufen, das ist ja relativ einfach. Da muss man nur gucken, wo platziert man das Mikrofon am besten. Wenn man das Mikrofon zu näher am Motor hat, dann hat man Windgeräusche vom Ventilator und so. Wenn man das Mikrofon zu dicht am Auspuff hat, dann hört man vom Motor nichts. Das ist, muss man halt gucken, wo man das dann platziert und vor allem muss man gucken, dass man nicht zu viele Windgeräusche und sowas hat. Und ansonsten dann, Sound vom Motor ohne Last ist ja auch relativ einfach. Einfach auf eine bestimmte Drehzahl. Das Problem ist halt nur, wenn man komplett ohne Last macht, dann hat man ja fast gar keinen Sound. Also im Idealfall hat man ein ganz klein bisschen Last drauf, dass man irgendwie sich sagt, okay, man macht jetzt hier so, ein bisschen Gangrunde hier. So, dass man minimale Last auf dem Motor hat. Und der Lastsound muss man dann halt gucken. Es ist so, im 22er mit dem Soundtool ist es eigentlich so vorgesehen, dass die Last an sich anhand vom Equalizer berechnet wird und dass man noch einen Auspuffsound hat, der dann mit reingerechnet wird. Das heißt, theoretisch für den Lastsound bräuchte man es dann einen Auspuffsound. Das heißt, man bringt das Mikrofon irgendwo in Auspuffnähe an, bringt dann den Schlepper unter Last und nimmt das auf. Theoretisch, aber das ist halt das Problem, dass ich das noch nie zum Laufen gekriegt habe. Theoretisch hat es ja auch, gibt es im neuen Soundtool die Methode mit den Grains. Das bedeutet, dass man einen Sound hat, wo von Standgas bis Vollgas langsam die Drehzahl ansteigen. Lässt du hast quasi eine Soundkurve, wo die Drehzahl ansteigt, und da ist eine zweite Soundkurve, wo die Drehzahl langsam abfällt und er rechnet sich das dann da raus, die Grains, dass er die rausrechnet, aber das habe ich noch nicht funktionierend hingekriegt, dass er irgendein, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, das Tool. Gibt ja leider von Giants da auch keine Info oder Anleitung oder sonst irgendwas. Kommt dann auf Farmcon 1 oder 2. Ich wollte auf jeden Fall mal ausprobieren, ich wollte das mal machen mit dem Kram und mal einen schönen langsamen Soundanstieg aufnehmen und versuchen, ob ich da irgendwie die Grains rausbekomme oder so. Weil das wäre natürlich das Beste, wenn man wirklich die Grains extrahieren könnte. Damit Sounds aufzunehmen wäre vergleichsweise einfach. Weil man halt die Drehzahl nicht konstant halten muss, sondern einfach nur sich einen Berg sucht. hoch, warum lädt der jetzt nicht auf? Achso, weil er sich einfach nur einen Berg suchen muss, an dem er schön langsam befleunigend hochfahren kann. Ja, die externen, wenn da so ein bisschen pfeifend oder so was in bestimmten Bereichen dazu ist, das kann man auch theoretisch dann noch über die XML mit einfügen. Das muss jetzt nicht unbedingt mit in die GLS-Datei rein. Man kann in der XML ja nach wie vor wie im 19er auch noch festlegen, dass ein bestimmter Sound in einem bestimmten Drehzahlbereich oder in einem bestimmten Lastbereich eingefügt wird. Handkasten einfach rum und dann Kanone. Naja, wenn das mit den Grains funktionieren würde, gibt ja auch andere Tools nicht von Giants, die Grains machen können, aber die kosten einen Haufen Geld. Hast du Lens mal gefragt? Der macht auch nur in Outer City. Ich meine, wir hätten den mal, der wäre ja immer da gewesen, wir hätten den mal gefragt. Der gemeint, der gehe auch nur bei YouTube raus und... Ja, das war im 19er noch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der im 22er Tool irgendwas mit den Grains hinbekommen hat, aber wie gesagt, es gibt ja nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann an sich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was man ändern kann, ist die Qualität von der Rohdatei. Das möchte ich noch probieren, ob ich mit dem Kramer eine bessere Rohdatei aufnehmen könnte, aber ansonsten weiß ich nicht. Bin falsch gefahren? Ne, jetzt bin ich nicht falsch gefahren. Jetzt war ich richtig gefahren. Meist bloß nichts Neues. Ich verhindere jetzt, dass du wieder falsch fährst. Südelfler hat viele Vierzylinder. Eine neue Baufolge, meinst du von Let's Map? Lämst denn die Sound selber auf? Wenn Matt mal mit den Deutzen soweit ist, dann müssen wir mal hier zu Südeifel und Sound aufnehmen oder sowas. Ne, keine Infos. Ist noch nicht fertig. Wo sie gucken, wann die nächste Let's Map kommt. Ah, huiuiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt Clipping Time? Hm, gerade so nicht. Na, komm schon. hat der händler die trennscheiben auf dem ladewagen gepackt ja jetzt noch an die dicker sicher ja gefragt weil ich drauf hatte und ihr meintet ich hatte die hier drauf ich hab nix weil ich habe den stream auf 144 da sehe ich eh nichts da könntest du mir sonst erzählen aber ich meine als dickere gehabt wenn das die schönes rangieren soll ich dir ein bisschen zugucken macht ich gucke kräftig zu dann geht es vielleicht besser es hat definitiv nicht meine selbstgebauten reifen drauf gehabt ich meine der hat von den trellebock welche drauf gaben ich meine die waren auch relativ dünn echt meine ich jetzt halt auch so der bracht sam ist nicht so der breit reifen mensch vielleicht vielleicht verwechsel ich das auch mit deinem ladewagen mein ladewagen hat auch nicht meine reifen drauf nee aber breitere das richtig die die beim 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 deutschland was ich habe seine drauf als breitversion ich habe auch noch mal nein du hast auch noch mal ein ladewagen davon da stehen okay ja für grün für die knicktex ein bisschen höhe knicken rad dreht sich doch kommt an boden ja deswegen ist er drehen sich das noch ein bisschen also similität auch so umbauen dass man es mit dem ausgewählten hat bedienen kann nein wenn man die jack in der actions funktion den aufruf dafür ins update packt dann kann man das das problem ist dass dann die punkte nachlegen dann sind die punkte nicht mehr an der stelle an der sie wirklich sind gibt heute die sich das im 19 also umgebaut haben und damit gespielt haben ich finde es aber nicht gut so kann ich jetzt nicht ach weil ich ja so reiner wenn es da ist bei dem stream noch bauen wir ihm heimlich dieses quietschen vom ladewagen auch in den cto ein wenn er nicht repariert so richtig schön quietscht oder täuscht das gerade ist der balken immer noch so weit und ich dachte der matt hätte den letztens repariert ja ja hat er auch aber seit er habe ich ja wieder 20 stunden drauf gefahren und er hat auch er hat auch keine kohle gab glaube ich oder lässt du mich erst raus dann also der traktor steht oben laut dem laut dem bildschirm oben bei 100 prozent schaden und 100 prozent lackierung kaputt ich meine damit wollte wollte das machen aber keine kohle gehabt dazu noch fürs tanken gereicht oder so irgendwie sowas war das ja welcher cto soll aus dem motto sein der jetzt am ladewagen hängt er ist aus dem standart spiel die ladewagen stand eigentlich alles schön hintereinander aber ja das meerberg wandern wohl das daher komischerweise mainz wandert nicht das steht aber neben der halle jemals wandert auch nicht man hat deutschland hingestellt letztens ich war doch gar nicht weil der ladewagen ist nicht privat der ladewagen ist noch work in progress das stimmt deutsch ist schon wieder ein paar streams her ich habe dort nur das und mehr gab nicht das heck mehr werk ach so war er konnte ich sehe wie gesagt ich kann im stream kommen was erkennen also kann er nicht großartig klar sichtbar machen sonst aber ich meine als ich in der halle liegen hatte das heck mehr werk da ist es auch nicht gewandert dem hast du das 3 meter 50 oder das drei meter heck mehr werk glaubt 3 meter 50 ha deshalb wandert das nicht bei euch wissen noch wo ich letztens sagte dass der trecker mit dem heck mehr weg gewandert ist habe ja auch sein das meerwerk wandert sprit und schadens anzeige die ist von den hans weg das würde wohl über mir noch mal warum was war daran jetzt falsch das wird mich jetzt noch interessieren also tatsächlich feierst dann könnte sich ja auch einen balken merker auf der füße darauf stehen lassen und anderen schleppen beim ladewagen das foto holen könnt ihr auch sein so ein kleines heck mehr werk an den kleinen c-tor dran machen und dann den kleinen c-tor mit dem kleinen heck mehrwerk immer an der wiese stehen lassen der balken mehrwerk ist doch 1 1 im mord haben noch echt ja ein schönes doppelmesser balken mehrwerk echt heck mehrwerk ja echt schluck auf ich meine nicht ich meine nicht diese komischen grünen teile also wenn das wenn du jetzt das als kernschrott bezeichnet dann ist es nicht auf dem motto abwacht ich guck noch mal dann war es nicht vom motto für immer ziemlich sicher dass auch im motto war oder ich guck mal mal zu 19 aber wenn es im 19er war ja den kleinen zettel brauche ich eigentlich um die ballen hin und her zu fahren deswegen also jonas ich meine das gasparo fbr von farmaboy dingens gedönse das ist kein kernschrott wobei das jetzt hier im 19er ist ich weiß nicht ob er das im 22er schon hat ich meine ich dieses diese anderen teile da da gebe ich dir vollkommen recht laber channel ich packe es mal gerade in laber channel als noch kurz reingucken weil das nämlich ein wirklich schönes müssen wir gucken ob es das im 19 oder 22 auch ja gibt es doch im 20 ne 19 ja ich nehme es zurück das gibt es im 22 noch nicht also wüsste ich auf dem motto ab aber kannst aber gerade gucken das sieht jetzt nicht scheiße aus das meerwerk könnte man ja auch in 22 erholen nein jonas nein 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 ich habe jetzt nur gedacht dass er im 22 er schon vielleicht habe ich es auch ich weiß nicht muss mal gucken ob ich es am anderen pc konvertiert habe oder so weiß es nämlich echt cool das ist ein schönes schönes doppelmesser mehrwerk achte ich kann es ja mal ganz kurz leon vielen dank fürs reinschauen ich wünsche euch eine gute nacht hier jonas das hier meint ich kannst du selber mal gucken leon hau rein letztes mal gab es hier drei ballen als die lasche ballen vielleicht gibt es diesmal auch wieder drei komm mal da wird eng ich glaube da gibt kein ball mehr voll nöp ich habe auch noch eine rundballen presse mit 80 prozent heu drin hier stehen es haben du bist nicht weit weg war einfach rüber zu 86 und hol dir ein bisschen was weg oder ich habe ja noch mal eine wiese achso mal eine kurze einmal schön direkt in die einfahrt reingelegt falsche richtung das ist aber eine dalle in der eckklappe hast die presse mal repariert ich kenne das halt anders also ich kenne dass man vor der ernte die sachen repariert durchguckt läppe und presse vor der ande reparieren und erhalten das geht doch gar nicht also ich muss sagen jetzt würde ich mir tatsächlich so ein feuerwehrmord wünschen sowohl die presse anfängt zu kokeln und zu brennen und um die ohren fliegt und dann keiner der bereit ist im feuerwehrauto zu kommen saubergemacht habe ich die also nicht schön mit wasser ganze fett aus den lagern raus und dann wundern warum die lager heiß laufen gegen heiß laufen das ist halt betriebstemperatur schadenfreue mitspieler war es wohl nee die gibt es hier nicht hier doch nicht abendfreude klippeln 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 ich wusste gar nicht mehr wie entspannt das off-camera ist dasله zu spiel ich hab' keinen wickeler ich muss mal den ausleihen weil den holländischen von anderen muss man reparieren so meine eigenen reparieren ja eben aber da kann keiner was sagen meinst du was der matt geguckt hat als er für dich irgendwann ausgeliehen hat bei mir nicht gesagt da passt auch getankt und repariert zurückgebracht wie war es kenne ich von sam gar nicht musik will spielen nicht mit privatmods sehr schön alexander 61,7 stunden naja also ich bin aber jetzt mal so ehrlich und so frei also wenn es wenn reiner gestern nicht den trecker ausgemacht hätte als du vom server geflogen bist also über die glaubwürdigkeit des betriebsstunden zähl das muss ich jetzt aber mal so sagen also aber ist ja aus wenn niemand drauf ist ja aber bis dahin hat er schon ein paar stunden gemacht glaube ich das alles so echte stunden sind ich weiß es nicht ich weiß es nicht ach guck deswegen mache ich auch keine wartung wenn er nur im leerlauf läuft kann er nicht viel daran kaputt gehen eben den ganzen alten schleppern wo die stundenzähler am tacho dran liegen und mit der drehzahl liefen sam kennst du bauern weisheiten ja alle diese kostet ja fast nichts einfach laufen lassen das das größte problem war drückt da ist keine lüge nicht dachte immer das kann ich wieder bei mir aussieht mit stunden auf den schläppern da der 37 07 der hat 45 stunden der 5s hat 39,5 stunden und hier der der hat 20,4 und bei mir teilt sich das ein bisschen weiter auf dadurch dass ich ein paar mehr schlepper habe nee süteifel das hast du nur gedacht das hast du nicht laut gesagt laufen lässt ja so gut für die maschine jetzt setze ich im winter nix zu ja es gibt gegenden in sibirien da ist er so dann machst du den motor abends nicht aus nee weil den sonst wogs nicht mehr angriffen richtig doch musste aber lagerfeuer unter dem motor machen gzp ich verkaufe die immer bevor die zweistellig werden naja beim alien ist es so wenn der aschenbecher voll ist wird der schlepper verkauft oder wenn der tank leer ist oder bevor der aschenbecher voll ist da muss ich ja schon mit der loner telefonieren wegen der presse na welchen denn hat jemand von euch einen ballenwickler den man ausleihen kann paul und ich der einzige nachteil am heumachen ist wenn man danach so viele ballen fahren muss ja deswegen habe ich jetzt erstmal aufgehört mit pressen und fahre erstmal so ein paar ballen weg nicht dass ich alle auf einmal fahren muss naja ich hatte ja nicht gedacht ich habe ja nicht ohne grund im 19 lager gebaut für los tank leer ab zum hinter neuen dreck geholen tankfüllung auf garantie mehr wert ist als der schlepper mls ist ja ein bisschen anders wenn den neuen schlepper beim händler kauf der hat ja nach einer minute schon mehr reparatur und lackierkosten also tankfüllung kostet das ist ja nicht ganz so glücklich geregelt im ls älte ich ja du suchst doch nur was zum klippen ich dachte mir muss auch mal ein fan zeigen manchmal funktioniert das so mit der kupplung dass du den punkt so triffst und manchmal schiebst du einfach drüber hinaus kippt ist dann sehr genau wenn man klipp distanz in zu doch gar nicht längst du immer mit der nase drauf so möchte ich jetzt sehr bezweifeln dass du überhaupt da noch mit distanz hast noch ein meter top hat gelernt bei mir machte das nicht bei mir wartet der immer bis es knallt da würde ich mir gedanken ich weiß ja meine 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 rache ist süß und kommt unverhofft aber sie kommt immer wenn die ballen ganz wenig schieben muss kann man es auch übers absenken vom frontlader mann manchmal hängen die ballen dann aber fest am frontlader und dann schmeißt sie runter so ist es deutsches hochstapler so er hat doch nur eine ballenreihe drauf bis jetzt und fändest das hoch ja justin der frontlader der hat was der fänd jetzt nur noch einen schönen sound hätte ich weiß nicht was die bei giants sich gedacht haben die haben den so verkackt bei dem fliegen ja das m22 immer noch dasselbe wie im 19er wusste ja auch nicht warum weil für die allermeisten anderen flipper haben sie auch neue sounds gemacht nur für den 500er nicht vielleicht hat fänd nichts bezahlt ja selbst für den fiat haben sie einen neuen sound gemacht na gut da war es auch sehr nötig weil das war vorhin ein dreizylinder aber ok also wird es eine italienische karte ja die italiener bezahlt aber der sound vom fiat ist echt gut der 22er ja ich denke das nur dass man die gls-dateien nicht öffnen kann mit dem sound tool und bearbeiten ja das ich dachte eigentlich auch dass das gehen würde ja das ist das ist sehr sehr schade weil der fiat sound halt so drätsel limitiert ist der geht ja nur bis 19 umdrehungen oder sowas und der fiat macht den echt schon ein bisschen mehr und meine umgebauten variante noch mehr und da ist das passt halt einfach nicht wenn der motor auf 2500 umdrehungen dreht aber der sound bei 1900 schon fluss macht so bei wem kann ich mir den ersten ballenwickler ausleihen wo du möchtest wo du willst also ich hab den boah wie heißt denn das ding den ersten meiner legt aber für dich zum stapeln besser ab deutsch designer stellt auf die flache kante werde land den habe ich auf die ja mit 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 ballendreher ja ich hole den von fendi sonst muss ich wieder vor allem ins hoch fahren du meinst so wegen framerate ja wie gesagt wie willst du die haben willst du sich so liegen haben wieso ist das besser weil ich habe ja sonst nichts kein gerät also stehen habe ich ja legen genau deutsches ist stehen meins ist liegen hier war es jetzt flache seite das ist stehens ja ja dann brauche ich sie liegen also dass wir mit so zwei armen drunter waren kann dann muss man hier holen gehen haule gehen ja ich kann auch gerne bei dir wickeln kommen wenn du möchtest ich habe nichts zu tun da kannst die ballen dann auf seite fahren wenn du meinst dann drehe ich wieder um also mir ist das wie du möchtest also mach ich gerne mein gras kann noch ein bisschen liegen ich glaube ich weiß warte ich mal für die nächste saison hier auf der map bin angegriffen nehmen ich glaube ich baue neue lager ich glaube ich baue lager für loses heu ich fahre lieber mit dem ladewagen als mit ballpresse ich könnte jetzt aber wirklich nicht sagen i didn't see that coming also weil den case max um 51 40 sound update in common prefab 1 der ist voll gut in allen traktoren weiß es nicht ob er sonst so ähnlich ist wie ein fan ich habe mich ja heuer weniger das kann ja dass der 500er drin hat mbm motor glaube ich wohl könnte auch nicht glaube ich was die 800er hatten immer in und die 900er ne der 500er hatten immer in ne ich meine der hat ein mwm ja welcher excylon hat einen mwm motor ja der auf jeden fall und der fünfer hat ein mwm meine ich nämlich auch dcp schreibt so meine wir hätten nämlich damals immer damit gewitzelt haben wir gesagt die fan bei den fanfahrern musste halten wasser mäntelchen drum machen weil die außenhaut sonst vor angst wegläuft vor der kraft des motors fand ich damals gut beim 615 rsa ist das motor wie beim 681 verbauten 500 hat noch teilweise luftgekühlte deutsch motoren mhm ne die 5 ne die hatten nie also luftgekühlte deutsch motoren hatten die gta ja die sechszylinder der einzige fan der noch lange luftgekühlten deutsch motor eingebaut hat war der 200er der hatte noch luftgekühlten deutsch motor bis es ein vario wurde also bis 2006 als an welches feldlein darf ich denn kommen 55 und 80 wollen wir mal schauen ist das relativ weit unten denk ich mal ne ist nicht so weit unten 56 ach da oben ach da das ist ja direkt bei mir das ist ja direkt bei mir der 500 event der sound an sich der der lauf sound und so der passt eigentlich gar nicht schlecht der passt eigentlich ganz gut der klingt wirklich so doch ein original sound der original aufgenommen ist nur halt der last sound ist halt nicht so aber der klingt auch in echt nach nicht so viel genau luftgekühlt hatte nur gta und zwar noch da verbaut ich muss den 500 schon auch richtig unter last bringen dass ordentlich sound ist zumindest dem mit dem mit dem auspuff an der kabine ist ziemlich leise willst du die ballen jetzt einzeln von da weg fahren oder hast du nur einen ballen pro feld ne ich fahre nur ein pfeil dran ich dachte du holst direkt weil ein pfeil dran setzen kann ich dir auch die schön setzen kannst du dass sie aus dem weg sind kann ja schon eins bei einzeln weg fahren aber das ja mach ruhig dann hast du was zu tun ist ja in ordnung bin ich eine weile beschäftigt im großen fall liegen fünf ballen die kann ich nie holen die zwei vom kleinen die kann ich vielleicht weg fahren und da liegen auch nur andere wem sind denn hier rechts die ballen also ich müsste mal so ein gerät hier haben gibt es so ein gerät er doch so ein gerät gibt es für einen frontlader auch wenn man so ein gerät hier für einen frontlader holen ja liegt bei mir am hof auch wenn du möchtest zum leihen von gülwall haben wir alles da 15 fahrer muss ich sagen der brüllt echt stark auch mit auspuff an der kabine echt irgendwie dann den schalldämpfer leer gemacht oder sowas ich meine aber auch die haben ordentlich sound oder ich habe immer nur die gesehen diesen edelstahl auspuff drauf gemacht haben wenn die länger gelaufen haben dann haben die auch sound der auspuff freigebrannt hat das sieht fast nach alles 1960 aus der flöpfe jahr so in etwa ist er auch der ist anfang der 50er jahre beim praktikum auch ein bisschen 15c gefahren hat auch schon ordentlich sound ok da fährt er hinter mir da ist das komische gespannt der deutsch schlepper fehlt noch er hat schon mal auf die presse umgerüstet im von der konnten sound den vergleich zum 311 312 nicht viel aber trotzdem schön anzuhören oder 509 mit 15 kann als bisschen ganz gut rühren das war halt war halt so mein ding weil die alten die alten 300er mit dem auspuff aus der haube raus die haben ja richtig die hatten ja richtig sound also richtig oh ja oh ja vor allem wenn man den schalldämpfer auf der haube durch ein rohr ersetzt hat und dann durch die innenstadt gefahren als junger lehrling und da richtig spaß dran hat was ist denn jetzt ist das du presst jetzt gerade für ihn oder ist das dein ne ne sein feld hab mir nur mal reingeschaut ich dachte gerade die 80 wäre doch auch hier oder was ach bin ich schon dran vorbeigefahren an der 80 ach ne die 55 ist dein 80 hast du schon gewickelt die 55 sind in die andere richtung ah das ist auf der anderen seite ich werde das mit einem fütterungsrobotor-stall mit Maisplus werden der nutzt die standard fütterung also die standard recipe ja funktioniert im moment aber nicht wenn der zick mit der gehörschaden oder lieber mit ihm aus auf die ohren der probleme nicht hören er hat uns der fütterungsroboter Prozent ist eigentlich komplett so eingestellt hat auch alles drin und sollte alles funktionieren aber der macht nur eins leider voll funktioniert im moment nicht hier ist Süddeifel fahr mal dahin standard fütterung kaputt oder wie fahr mal dahin und nehmen Sound auf geht auf jeden fall nicht also ich habe das jetzt schon mehrfach ausprobiert wir haben die vollsträngen lassen ich habe die die fütterung fütterung so eingetragen dass hier wenn du mit dem futtermischer eine standardmischung machst funktioniert die dann korrekt ist schlecht noch eins für die liste das ist ein mod scheiß drauf sondern vernünftigen fütterungsroboter bauen ne muss man einfach mal gucken wo der sich da wo der sich das abgreift also der hat irgendein problem damit die die wir haben die standard forage drin und ich denke mal dass der irgendwie nicht kapiert dass das jetzt parallel ist anstatt seriell müsste man mal gucken wie der wieder wieder auf und ich denke mal der läuft nicht als normaler futtermischer denke der bestimmt ein eigenes kopf der kleine von der ich weiß auch nicht warum der nicht hoch geht welche gewichtsverteilung und sein nicht so toll das gewicht passt eigentlich das zulässige also dass das eigengewicht das ist fast also zu weit von einem schwerpunkt das könnte natürlich sein der marte kekse ist schwer ja das hat er gehoben wenn er wüsste sich vorne auf die haube setzen als gegen gewicht wenn du die 40 kilometer version sparversion hattest und den auf 50 gemacht das waren die extremst laut zwei nachbarn die den haben der eine hat den 5 14 40 kilometer mit dem spar der ist super leise da hörst du nur die reifen vorbeisausen hier der andere hat die 40 kilometer spar auf 50 km h und da hörst du alles aber die 40 kilometer spar auf 50 km h machen ist genau dasselbe wie den schlepp in 50 km h version kaufen ja mit dem unterschied dass du nicht zur jährlichen untersuchen muss ja aber ich meine das ist dann sind die 50 km h version immer laut wahrscheinlich das kann sein ja weil das ist beim 500 ist das ja nur eine software begrenzung das ist das gleiche der mit der 40 km h sparversion der auch nur 40 oder 43 fährt ist halt deutlich leiser die haben doch wahrscheinlich einfach nur die letzte letzte lastschaltstufe gesperrt ja nicht nicht gesperrt sondern die haben eine automatische rückschaltung sobald die 42,5 km h erreicht stellte von der vierten in die dritte lastschaltstufe automatisch zurück das heißt du kannst kannst den eh nie auf vollgas du musst dann mit dem handgas fahren und musst gucken dass der zu den richtigen bereich erwischt weil sonst spricht der die immer wir haben gar kein rea drauf das rea send of gravity ist auch das taugt auch nicht von allen reas ist glaubt dass das was am meisten probleme macht allerdings bei bei den farming dudes die empfehlen ja auch nicht das zu spielen das land of gravity für real auf dem app rum ja das ist aber viel schwarz hier gerade schon mal mit dem 180er ballen probiert nee ich glaube das wird auch nichts die 15c die du kennst laufen alle 50 es gibt viele die haben halt mittlerweile ihre schleppe auf 40 gemacht weil es bringt nichts mehr die 10 km h dafür musst du jedes jahr zum tüv und bei den größeren musst du dann auch noch halbjährlich zur sicherheitsüberprüfung das halt alles kosten ich wünsche auch einen schönen abend beziehungsweise eine gute nacht ja aber mit beim 500 ist ja auch mit software relativ einfach wahrscheinlich sind noch 50 zu bringen und die meisten 40 km h schlepper laufen ja auch nicht wird sich glatt die laufen ja auch ein bisschen mehr so wo packe ich die jetzt am besten hin vielleicht da oben wo die meisten ballen waren also wird es ja schon fast lohnen meinen ganzen anhänger voll zu machen bei dir das sind jetzt zwei vier sechs sieben acht neun zehn elf zwölf ballen ja dafür müsste ich mir halt etwas holen für den frontlader was nicht piekst ja habe ich doch gesagt kannst du bei mir holen habe ich doch brauchst du nicht kaufen ist service bei balle wickel auch dir eine gute nacht und vielen dank fürs reinschauen die 10 km h unterschätzt man oft wenn man sich an die 15 60 gewöhnt hat und schleppe regelbar für sich auf einmal verschreckt man sich sogar ja das ist halt 10 km h zwischen 40 und 50 das ist ein viertel mehr sind 25 prozent mehr das merkt man schon das ist wie der unterschied zwischen 100 und 125 km h das merkt man doch aus der mofa zeit das mofa was 25 lief war lahm und dass das 40 lief war schnell obwohl es eigentlich auch 15 km h waren der agro x3 der ist nicht viel langsamer wie der akutron ich weiß nicht wie die kiste läuft bestimmt 45 wir haben es noch nicht ausprobiert aber so vom vom gefühl her ja es ist halt prozentual ich meine das ist ja auch wie ein schlepper und 20 km h schlepper und 30 km h schlepper das sind 50 prozent mehr das ist sind auch nur 10 km h aber es ist halt in relation das ist halt eine ganze menge wenn du die ballen alle nach hause holen willst kannst du auch gerne einen zweiten ballenwagen bei mir leihen muss erstmal die gabel holen weil ich habe auf meinem ballenwagen noch ballen drauf bei die habe ich eh schon angepickt sie für für dich jetzt die könnte ich auch so von sich runterpacken man merken den unterschied zwischen 40 km h und 50 km h schleppe immer nur in der häckselkette wenn der 40 immer heizen muss damit bei frei abfahren keine lücke entsteht kommt halt wahrscheinlich auch ganz darauf an in welcher gegend man wohnt es gibt ja oftmals wenn man eh nur über irgendwelche gruben feldwege unterwegs ist kann man die 50 ja vielleicht gar nicht unbedingt ausfahren und wenn man dann irgendwie nur 10 10 prozent der fahrstrecke die 50 km h voll ausfährt dann macht auch keinen großen unterschied aber meist länger über bundesstraße unterwegs ist also von hier von der rübenmiete nach jülich zur zuckerfabrik ist der jörg mit seinem 40er 5 14er favorit favoriten war der exakt 5 minuten später an der zuckerfabrik als der dick mit seinem 5 15 auf 50 km h was sind jetzt fünf minuten nix nix auf 30 kilometer 25 kilometer weil zwei volle rübenanhänger hinten dran dann hast du immer irgendwelche leute die noch langsamer fahren als du die ich überholen kannst du musst eine ampel anhalten und 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 auf der kammer lohnt sich nur für landwirte und lohnt die viele auf straßen unterwegs sind wir selber haben kurze weg zu unserer fläche gekommen damit 40 kammer sehr gut klar also ich habe den unterschied gemerkt zu beim 80 06 zwischen den 32 und den 43 km h weil ich halt auch 110 120 kilometer gefahren bin in die eifel da kommt es halt auch wieder darauf an wie ihr eben sagte wie oft fährst du längere strecken ja und ich bin ja 40 50.000 kilometer im jahr gefahren mit dem trecker also rein vom gefühl her kann ich sagen dass der kramer an sich mit seinen 30 km h schon wesentlich angenehmer zu fahren ist als klassischer 20 km h flabber wie ich sehr früher viel gefahren habe und rein vom gefühl her kann ich auch sagen dass der kramer am anfang ja nur 29 km h gemacht hat und jetzt macht er 32 und das merkt man auch also ein paar km h unterschied merkt man rein vom fahrgefühl extrem bei so langsamen fahrzeugen bei dir anfangen oder bist du noch nicht so weit ich habe gerade erst mit schwadern angefangen ändert sich eine silageballen etwas in die angepickt sind in echt ja immer lässt nicht das ist wie bei autobahnfahrten manchmal ist es egal du mit 120 oder 180 fährst meistens bist du gleich schnell ja hast aber bei 180 gleich dreimal mehr liter verbraucht ja das problem ist halt die durchschnittsgeschwindigkeit man muss die durchschnittsgeschwindigkeit hoch kriegen sam ja das teil 5 frontlader steht auf dem regal wo die meist wo das maissilo war bei mir am hof weißt du noch mehr steht da im regal drin ja sicher servus fahren beim häcksel manchmal mit lkw das merkt man auch fast nicht wenn man dafür im silo oder bei häcksel wieder warten muss na gut ich habe die allseits die strecke die immer sehr viel mit dem auto gefahren bin rund in meine alte heimat habe ich damals als ich den führerschein neu hatte bin ich die sehr viel gefahren und da bin ich auch üblicherweise halt ganz wie man so normal fährt so mit 120 bis 130 km h kommt man immer um die vier stunden bei raus kann man nicht wirklich ändern man kommt immer bei um die vier stunden raus manchmal wenn es gut läuft vom verkehr dann schafft man auch drei dreiviertel stunden oder so und einmal habe ich halt gesagt ich fahre wirklich was das zeug hält ich gucke dass ich ne war so schnell es geht und ich war dann halt bei knapp über drei stunden nach unten also wenn man wirklich das richtig drauf anlegt dann kann man da schon rausfahren weil das problem ist wenn ich an wenn ich sage ich war 120 bis 130 km h dann fahre ich die ja normalerweise nicht dann fahre ich die wenn es gut läuft aber ansonsten fahre ich langsamer wenn irgendwie ein auto raus zieht weil man hat dann einen ganz anderen fahrstil man ist da dann wesentlich defensiv und nicht so aggressiv wenn irgendeiner vor einem raus zieht dann lässt man halt mal langsamer kommen und dann rollt man wieder raus wenn man es wirklich darauf anlegt und sagt okay ich nehme jetzt 150 bis 160 als meine richtgeschwindigkeit und versuchte jede mögliche situation zu halten dann kann man schon viel zeit rausfahren auch frag mal robert als wir von klaas zurück gefahren sind also ich habe auf 480 kilometer autobahn habe ich eine stunde raus gefahren weil da sind an dem tag mehrere hoch gefahren weil da sind wir zu was waren das glaube ich taufe von meinem cousin und meine tante die ist halt auch hochgefahren aber die fährt nur so ihre 120 130 wir haben halt gemacht alles was geht und wie gesagt eine stunde schneller da gewesen gleichzeitig los wenn ich nach düsseldorf gefahren bin wenn wir uns getroffen haben bin ich mittwochs immer gefahren bin um viertel vor drei los gefahren und war um halb vier spätestens da dann bin ich später bin ich um vier uhr los gefahren und warum sechs uhr es war gleiche strecke einfach nur bedingt durch den verkehr da war nirgendwo dass du auf einmal dann mal 200 fahren konntest oder so ne also es war die maximale höchstgeschwindigkeit war überall gleich aber trotzdem anderthalb stunden länger und das hast du halt auf langer strecke auch du brauchst nur mal fünf minuten im stau zu stehen dieses dein abbremsen stehen anfahren und dann nachher wieder auf tempo kommen das kann ja so schnell eine halbe stunde kaputt machen auch wenn du gar nicht eine halbe stunde gestanden hast ja ja klar kann mit einem auto langsamer als 240 km fahren je mehr verkehr hast umso weniger lohnt sich schnell fahren ja das auch wobei wie gesagt also ein bisschen das gerade dann ist es kommt es darauf an was man sich vorgenommen hat weil letzten endes die fahrweise macht das sehr viel aus weil die dem ist es gar nicht unbedingt schnell fahren an sich sondern es ist die durchsgeschwindigkeit hochzuhalten und gerade wenn viel verkehr ist ist natürlich sehr anstrengend schnell zu fahren weil man wahnsinnig viel verkehrsbeobachtung machen muss und viele ständig überholen und spurwechsel und so weiter auf autobahn aber da kann man halt tatsächlich zeit raus fahren dann deswegen fahre ich dann nur linke spur dann brauche ich die anderen nicht mehr ja bei mir war es auf dem ganzen weg dahin hat mich einer überholt das war irgend so ein borsche geht irgendwas ich konnte ja nicht du hast es aber ist aber ich bin dann rechts rüber bei 240 er hat noch weiter beschleunigt und dann kam so habe ich schon in der ferne gesehen das baustellenschild nach zwei kilometern baustelle in der baustelle war wieder vor mir habe ich ihn wieder eingeholt also der ist locker mit 2 80 der lange ball oder so ich habe zwei erlebnisse gehabt einmal mit dem pkw und einmal mit dem lkw wo ich mir fast in den butzeschüssen habe einmal war ich mit dem benz unterwegs so knapp mit 200 und sehe dann hinter mir vier lichter ziemlich schnell näher kommen und bin dann auf die mittlere spur gefahren und dann ist ein motorrad links porsche in der mitte motorrad rechts also die sind auf einem fahrstreifen mit drei personen gefahren und hatten weit 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 über 200 drauf weil ich habe gedacht ich stehe und ich hatte zwar 100 drauf ja also der eine ist also fast auf dem auf dem mittelstreifen seiten rabatt gefahren der porsche daneben und rechts daneben noch das motorrad da habe ich gedacht aber wenn sie legt total bescheuert und habe mich einmal mit dem lkw auf der autobahn richtung eifel gewesen und dann habe ich von hinten auch was gesehen was kam und hab halt so geguckt dass ich so ein bisschen weiter rechts blieb und in dem moment knallt dann einer rechts auf dem standstreifen an mir vorbei da haben sich dann rennen geliefert der eine ist links an mir vorbei der andere rechts an mir vorbei und das mit dem lkw wenn das dann auf einmal so laut ist gehörst du erst nichts und dann ruckelst du automatisch am lenkrad das hätte echt in die hose gehen können und da muss ich sagen da hätte ich dann schon mal gerne so ein backstein oder sowas in der kabine wo man einfach mal rauswerfen kann damit muss ich sagen habe ich ein arschloch also weil sowas muss halt nicht sein wie gesagt ich fahre ja mein auto nur aus wenn es halt frei ist und es ist auch erlaubt also nicht in der 130er zone 120er ja florian auf jeden fall lieber normal fahren und sicher ankommen als schnell fahren und nicht ankommen auch man nicht kriegt das ding dann nicht mehr die runde gehoben das auf jeden fall aber ich denke mir viel wichtiger als die geschwindigkeit an sich ist es konzentriert zu fahren und zumindest aus meiner erfahrung ist es so dass wenn ich schneller gefahren bin ich oft wesentlich konzentrierter war als wenn man sich sagt okay ich zuckele da jetzt hier mit 120 so diese routine kriegt man dann irgendwann genau und daher wenn ich wirklich schnell fahr und quasi ständig den verkehr immer im auge behalten muss weil ständig irgendwer vor einem rausziehen kann oder so dann bin ich dann sehr gewährleistet habe ich jetzt nicht weil der hw 80 steht da auch noch mal ganz auch zur not mitnehmen wenn du willst aber mit dem doblo jetzt kann ich eh nicht mehr schnell fahren selbst wenn ich wollte von daher ist es könnte auch zu denen die sich aufregen wenn einer vor einem rauszieht weil er hat man den schwung verloren dann muss man wieder raus beschleunigen das ist ja mal am schlimmsten vor allem diese mittelspurschleicher die dann einfach ohne zu blinken dann auch mal auf linke spur kommen und du kommst du 200 angeblasen also ich finde der doblo macht keine 200 der doblo macht wenn der glück hat 140 ich persönlich empfinde ja diese verkehrserzieher als extremst nervig ja und vor allem sinnlos weil bringt halt nix ja ja diese die dann aber in der baustelle damit 130 durchfahren ja weißt du fahren da wurde da gerade da wo sie blitzen da fahre ich kein einziges kmh zu schnell weil die stehen in jeder baustelle am schlimmsten sind ja die transporter die da versuchen in der baustelle nach am lkw vorbeizufahren und fast eine vollbremsung hinlegen ja der lkw fahrer hätten sie immer am liebsten wenn der baustelle keiner an ihnen vorbeifährt kann ich auch ein bisschen verstehen weil ich schon eng erstes eng und dann hast du teilweise auch noch fahrwillen weil du halt eben ein bisschen versetzt fährst manchmal dann wirst du halt immer wieder in diese rille reingesogen dann schwenkt die immer nach links oder rechts aus werken meter sattel auf einer unebenen baustelle dir wahrscheinlich noch eine schiefe straßenlage hat und dann anders an der linken seite nur zwei meter hat daran vorbeizufahren am lkw ist schon ziemlich um eigentlich na ja habe ich früher immer gemacht ein kleines schmales auto na ja wie gesagt nur wenn dann was wenn dann was passiert was da kann der lkw nichts machen wenn der ein bisschen korrigieren muss es macht hinten ein schwenker der merkt vielleicht noch nicht mal dass du dein auto dann entwickelt und dann heißt wieder scheiß lkw fahrer ein bisschen vermisse ich das tatsächlich ein auto zu haben mit dem man auch mal ein bisschen schneller fahren kann oder aus der situation raus beschleunigen und nicht aus einer situation raus bremsen muss aber ansonsten fährt dadurch muss ich eigentlich schon angenehm habe ich bis jetzt immer gehabt gut dass er zu sein sollte sein alexander morgen eigentlich soweit ich weiß ja ich bin sehr gespannt machen wir mal wieder headtracking hier an dann versuchen wir das mal aus der innenkamera geht total gut auch schön schräghaube und so von daher müsste das ja schon mal gucken hier da das ding kann mir jetzt auch schon alt okay okay das ist an sich nicht ganz schlecht aus weil das die beiden so kann dick sind ja ein warum der größte trommelfell der größte trommelfell was ist denn so weit warum hast du denn so weit zusammen rest in peace headphone users ja was machst du denn da ja ich weiß es nicht ballhandling ist halt einfach super wie immer heute ist jetzt mit dem ballen über die straße zum hänger fahren ja weil der hänger steht schon im nächsten feld ist ja nur ein ballen da gewesen was das halte halt keine 20 meter aus auf dem teil ohne dass er sich irgendwie runde backt kommt dann auf die bucket list war und auch was was auf der farm kommt an zu merken haben auch kurz eine rauchen wie hat sich das kleinen bleibt super nach den patchen naja weil das war das war vor den patchen deutlich besser das ballen handling zwar richtig war ich irgendwo im discord erreichbar ich bräuchte mal hilfe bei einer speck über die ladefläche eines lkw extrem grenzen lässt will da weniger glanz haben seht ihr das ding fliegt schon wieder runter ich bin im discord erreichbar ich habe ich bin auf diversen discord server aber eine speckula die in der ladefläche glänzen lässt ist alles 15 das ist mittlerweile gibt es keine speckula mehr der glanz macht oder die radios abgetragen und muss nehmen es lassen alexander auch noch glücklich gemacht es kann in ruhe schlafen ja aber ich bin nicht glücklich mein gott sind das schwade hier leck mich soll denn dieser käse ja gehen wir mal die innenkamera tun mal so als wäre nichts passiert mal so als wäre der ball nicht schon wieder gewandert mal so als wäre es einfach da hinten wieder hoch ja irgendwie sende auf master wieder von ballen aber der sende auf mass ist in der mitte von ballen das weiß ich von da das ist einfach nur die dinge stars weil die kollisionen da aufeinander liegen und dann ja unglaublich unglaublich ich habe keine ahnung von wovon du redest ich kenne die hirschfeld editions gedöhnte sachen nicht das ist mir alles zu viel breit reifen und zu viel oben und so ja ich weiß nicht wie das holz auf dem flatbett gemacht ist ja gut holz wenn das eine diffuse ist dann hat das in der tat tatsächlich wahrscheinlich spekular wo weiß ich nicht wie die dann bei der bei einer klassischen bei einer klassischen spekular müsste rot gloss sein und blau also der rot kanal gloss und der blau kanal metal ist und in dem fall nur für holz müsste der blau kanal dann komplett schwarz sein der rot kanal relativ relativ schwach ist ja schönen abend wird ja eine gute nacht der was kannst du dem freund bei dem ort helfen der hatte ich pv angeschrieben das macht sie gerne für den drittgeborenen und ein zehntel des königreichs besser was habe ich jetzt mit der holzer vor das habe ich noch nicht entschieden also ich noch nicht für sam entschieden ich denke mal die holzer irgendwie auf eine privatkonvertierung von 22 spielen fällt raus weil halt doch zu viel mod technisch angepasst werden müsste also bleibt im grunde nur entweder noch ein bisschen länger im 19 darauf spielen oder halt nicht aber habe ich noch nicht entschieden es wird bei der us-army we tell you what you want was haltet ihr von einer 2,5 meter kreis läge vor einem 32 per schlepper ein bisschen eng glaube ich hat hinter meinem kram eine 2 meter 20 fräse sam hat er ja guten abend aber der war auch in einem nicht in einem wartungs stau sondern er war immer gut repariert und geschmiert wollte ich jetzt noch mal so erwähnen ich weiß nicht falls es relevant ist also wir haben mit 2 meter 50 kreis läge hinter 150 ps akkotron das ist das andere extrem und dann die zappwelle von der stumpten fräse und die zählen im getriebe sagen so hallo hallo ja gut dann dahinter noch eine amazonic drille und vorne von packern also unsere drei meter fräse lief immer am 956 und mein chef wollte die halt nie hinter den 200 ps trecker machen weil er sagt er lieber dass der 956 in der drehzahl runter geht als das sind was kaputt geht und dann hat der sohnemann den hof übernommen und hat er erstmal hinter den 200 ps trecker die fräse gehangen ich weiß jetzt wie das getriebe innen aussieht von der fräse also rau rotortiller war es keine richtige fräse sondern rau rotortiller weiß nicht ob ihr das kennt die kannst ja entweder mit diesen finger zinken oder mit richtigen fräse zinken machen gut da der dreht halt schon seit jahren mit 2 meter 50 so oder musste dünner streuer und und spritzer auch alles anpassen wenn jetzt auf drei meter weg sitzt ja dann hinter dem hinter dem 767 606 68 606 606 die 2 meter 50 rau kreisel ecke und die 2 meter 50 isaria die wo sam die nur halt in zwei meter 50 da hat er auch gut mit zu tun gehabt kommt halt immer darauf an warte bearbeitet wenn du oben nur ein bisschen kratzt ist das ja kein problem wenn du das mehr als kreisel grubber einsetzt dann wird es halt übel und wenn du dann wenn du noch eine stahl zahnpackerwalze dran hast dann wären 32 ps halt vielleicht auch ein bisschen zahnpackerwalze und direkt ins gepflügt rein drillen der 956 hat jahrelang mit der drei meter kreisel ecke und der maschine direkt ins gepflügt rein gedrückt auch gemacht bei euch ist ja alles gerade ne ja aber dafür schwerer boden dann also es ist ja und der landwirt früher hatte mit 70 ps fendt drei meter kreisel ecke gehabt aber ohne sämaschinen dran das stimmt der 309 in der ausbildung hat auch anfangs die drei meter kreisel ecke und sämaschine aber die sämaschine nie ganz voll und die kreisel ecke halt nur auf vorbearbeiteten also geeckten oder gepackertem boden schon wahnsinn wenn man so wenn man so überlegt was eigentlich geht und man heute denkt da musste 150 ps vorhaben oder so ja gut bei den neuen aufgesattelten drillen ist halt deswegen weil der saattank halt auch so massiv ist jonas der der rototiller der war zu dem zeitpunkt locker 30 35 jahre alt ich meine die haben den gekriegt als der rausgekommen ist oder so also das ding war schon gut gebraucht als das hier ankam und wie gesagt hier arbeiten die geräte auch also müssen die auch arbeiten ob ich rototiller fan bin weiß ich habe den ja nicht als rototiller in dem sinne damit diesen zinken benutzt sondern wir haben den als fräse genommen also im prinzip wenn wir am feld außenrum nach innen geflügt haben mit so einem haben wir so ein beetschaft flug für gemacht so ein beetflug für gemacht dass die quecke und sowas weg ist was du dir von außen so ein meter fünfzig nach innen flügt und das halt nachher dann noch mal durch gefräst also die fräse hat nicht wirklich viel zu tun gehabt deshalb ich kenne halt nur mit den fräsmessern nicht mit denen nicht mit den rototillern fingern die lang hier im regal das weiß ich nicht deshalb fan kann ich echt nicht sagen hast du eigentlich noch den ersten 9 jahre zerlegt teilweise ja so in etwa ist noch alles da nur aber in teilen ja ja moppi deiner musste auch richtig arbeiten er musste auch arbeiten an dem 10 ps holder hatte ich ja auch eine 1 meter fräse dran da konntest aber nur in der ersten getriebestufe fräsen in der zweiten getriebestufe hat er sich auch bedankt dann denkst du fertig mit dem weiß ich nicht habt immer so fragen ich muss meine frage an euch so alle stellen ihr habt da bestimmt auch das eine oder andere hobby wisst ihr immer wann ihr mit was fertig werdet also habt ihr da pläne also ich meine es ist ja nicht nur nicht nur zwingend auf nls bezogen aber da kommt die frage auch immer wann ist das oder jenes fertig sondern auch wenn ich jetzt real life dinge wenn ich jetzt antworte mit ja bist du sehr traurig dann darfst du dich erklären ja pläne sind halt ja gerade das also pläne sind ja ziele und ziele hat man ja wenn man sowas macht ja irgendwo das heißt man hat ja aber reicht das dann auch also wenn es jetzt nicht gerade um wohnung putzen und müll runterbringen geht das schaffe ich nicht aber sogar hobbys und so schon es sei denn bei dem einen bösen thema da hänge ich dann auf glühende kohlen also das was hobbys die ich selber mache habe was ich machen möchte und so klar pläne haben und die dann auch erreichen das ist halt das schöne daran naja ich hatte den plan mit dem dings mit dem kramer damals auf märz zum tüv zu kommen und im april war dann fast soweit und im mai habe ich es geschafft also von daher nur zwei monate in der planung habe ich so lange keine pläne mehr ich hatte damals die pläne direkt nach dem kauf möglichst bald tüv zu machen und fünf jahre später fünf jahre reichen kann ich sieben jahre später sieben jahre er doch sieben jahre so lange hast du das ding schon hier also ich habe also nach dem prinzip was du dann vier jahre nicht angepackt dass das kannst du auch wegtun das kann man auch sein lassen was du weil totes zeug irgendwo rumstehen lassen das ist ja ist ja halt so ist jetzt egal was es ist also auch beim ob es das hobby damals modellflug war oder so dann halt ein modell angefangen und entweder hast du es fertig gebaut oder nicht aber das ziel war zu fliegen also muss es fertig bauen und als ich dann nachher keine zeit mehr hatte das zu machen habe ich das zeug halt weg getan und habe es nicht mehr gemacht weiß nicht meine ob es bleiben öfter mal liegen meine das letzte mal in der resne 9 angepackt habe ich als im ersten korona jahr da habe ich den ja nochmals erlegt auf den winter habe ich ihn ja zusammen gemacht und lief auch so weit aber kann man dann noch mal öl und dann habe ich nochmals erlegt und dann dachte ich beziehungsweise habe ich dann immer mehr probleme gefunden am getriebe und habe dann gedacht wenn schon denn schon und dann ja ich weiß nicht glaube auch bei so sachen wie oldtimer restauration oder sowas da sind ja halt auch wirklich andere sachen noch mal wie lexiker schon schreibt das problem mit dem rs 09 ist dass ich da ja überhaupt gar keinen plan habe was ich damit machen will dass ich weiß dass ich den nicht so mit nach dem originalen 14 km h getriebe haben möchte weil das macht keinen spaß aber ich da hinkomme dass es nicht so ist da habe ich noch keinen plan also ich habe ich hatte doch heute die bilder gepostet von mir erzählen von dem kramer radlader ja die sind ja auch eigentlich als projekt gekommen und da habe ich pläne gehabt bin ich dazu gekommen und habe ich verkauft weil die dinger dann jahrelang stehen zu lassen gut hatte dann noch andere hintergründe später aber grundsätzlich erst mal weg weil totes kapital und kein 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 zeitfenster in aussicht das ursprüngliche hat sich halt zerschossen und dann weg damit dann bist du glücklich damit ich bin mit der gesamtsituation nicht glücklich also das hat jetzt nichts mit dem kramer und iac zu tun aber ich bin froh dass es halt weg ist dafür tut sich dann wieder was neues auf das maximus wenn er fnabend also ich tue mich halt wahnsinnig schwer dinge abzugeben wenn sie einen schlechteren zustand sind als ich sie bekommen habe das widerspricht mir so komplett ich habe es ja nicht in dem schlechteren zustand abgegeben als zu bekommen habe sondern wir waren ja genau in dem zustand wir sind da einfach vorbeigefahren wie immer erwerbe halt so es ist wer bei maria 19 so ich meine da es war komplett zusammengebaut und lief und ich habe zwar als der motor ist jetzt besser aber es ist alles zerlegt und da wenn sich das jemand holt dann auch nur als teil der lager und mit dem ganz mit dem probe ist ja genauso der probe steht jetzt seit fünf jahren und dann getastet rum oder vier jahre der ganze kram mit dem mit denen mit den mit den höfen bauen pferdestall bauen pflastern fressständer bauen und und habe ich mir auch vorher gedanken zu gemacht wie ich es machen will plan gemacht und zeit fenster gesetzt was dann natürlich auch wetterabhängig war das ist halt auch gewisser zwang war war bis zu einem gewissen wetterfenster musste es halt fertig sein und dann gemacht und dann gut war sind legen fest ich bin zu blöd zum plan aber bisher immer wenn ich pläne gemacht haben haben sie nicht aufgegangen und dann habe ich mich nur geärgert und auch versiert sie ist lange immer wenn ich pläne mit dir zusammen gemacht habe sind ja auch gescheitert also es ist mir bewusst dass blöd und du nicht so ganz zusammen passen ich will halt etwas konsequenter dann wenn wenn es halt von der wand ist dann lass es halt auch sein was so ich quere mich da nicht damit rum so habe ich das bei hobbys halt auch immer gehalten oder bei bei freundinnen und das so wenn die halt dann sollten sie mit dem kopf vor der wand stehen bleiben da da das sammelt sich ja auch weil wenn du das eine da nicht machen kannst dann fängst du was anderes an und dann ist da wieder irgendwas und dann fängst das nächste an hast du nachher fünf sachen das also das fände ich furchtbar muss ja sagen und ich meine dass ich meine mein blender mein problem ist halt auch dass immer ganz viele sachen voneinander abhängen oder sich erst muss ich das machen dass ich das machen kann dafür muss ich aber erst das machen und wenn dann punkt 1 in der ganzen liste sich verschiebt und nicht wirklich was wird dann bleiben alle anderen punkte halt auch liegen aber die anderen punkte bleiben ja nicht unbedingt liegen weil die liegen bleiben sondern weil punkt 1 nicht möglich ist also dann um reiner so ein bisschen aufzugreifen also dann willkommen in meinem ls live was ich da gerade mache die einfach verpassen und wieder rückwärts also wieder umdrehen wieder zurück war ich bin mal gespannt ob der tank heute noch reicht also mit dem mit dem dings mit dem rs 09 ist ja so dass ich dann habe entschieden ich mache mir doch den ich hole mir einen anderen schlepper und habe mir dann den kramer geholt und dann wusste ich nicht was ich mit dem rs 09 macht habe schon gedacht entweder gebe ich den ab oder aber eigentlich habe ich halt gedacht ich möchte nicht ohne tüv abgeben weil rs 09 ohne tüv gibt viele rs 09 mit tüv es gibt wenig und das ist deutlich wert steigernd und außerdem wenn ich den rs 09 abgebe möchte ich halt eigentlich auch dass es nicht irgend so eine schrottkiste ist die bei irgendjemand rum steht der mit 6 kmh schuld ab und zu mal rumfährt und nie mehr wartung macht sondern also so ganz ehrlich jetzt wenn du da gerade sagst rs 09 gibt es viele rs 09 mit tüv wenig dann würde ich mich jetzt die frage aufwerfen warum gibt es so wenige mit tüv ist das so viel ist das so viel arbeit sind die ersatzteile so schwer da ist das so viel so schwierig zu machen oder weil die mit 6 kmh schuld rumfahren das ist ja im osten generell so im osten gibt es ja hoffen fahrzeug die das ist er hat da mehr tradition als bei uns dass sie mit 6 kmh schuld rumfahren und nachdem der rs 09 die erste ausführung eben bloß 14 kmh macht und das ist gefühlt nicht so viel schneller ist die 6 kmh und der ist eh kein straßenschlepper ist in dem sinn dass leute damit große touren fahren sondern eher die meisten leute die heutzutage noch eine rs 09 haben nutzen dem im frontlader von daher das ist dann 6 kmh schuld dran und erfährt mal zum einherzsort und und da ist ganz viele rs 09 die zum verkauf kommen haben auch keine papiere und entsprechen meiner hat ja papiere mich da jetzt dann auch noch hinbekommen würde dass er tüv hätte dann würde er sich halt schon mal deutlich hervorstehen und wie gesagt die die wahrscheinlichkeit wenn ich den verkauf wäre größer dass er bei wem ankommt der mit dem auch wirklich was macht und nicht einfach nur eine als 6 kmh schleppe irgendwo in der ecke vom garten stehen hat wo er einmal im jahr angemacht wird und eine schöne vollgas irgendwas hin und her ziehen soll und das ist halt ich hänge halt an meinen maschinen und wie gesagt habe den grundsatz doch die dinge irgendwie besser zu hinterlassen als ich sie vorgefunden habe aber natürlich ist das legt man sich damit selber stein den weg weil wenn man sich denkt mensch scheiß egal hauptsache weg klar dann kann man sich kann man sich das leben schön aufräumen aber nichtsdestotrotz je länger es her ist damals direkt als ich den grammer gekauft da war ich mir schon ziemlich sicher dass ich den rs 09 verkauf weil ich dachte das ist bauart bedingt du musst nachweislich auch eine sperre drin haben jaja das ist neue gibt es auch gar nicht mehr so kannst kein fahrzeug mehr neue 6 kmh zu lassen das ist alles nur wenn du ein 6 kmh fahrzeug hast nur bestandsschutz das beim weimarerys 09 ist es in den papieren eingetragen aber sperre ist keine mehr drin wenn ich eine sperre einmachen würde hätte ich tatsächlich den bestandsschutz original 6 kmh schlepper aber wer will das schon habe ich mir auch überlegt wäre natürlich auch eine variante ich baue wieder eine sperre ein verkauft das ding mit 6 kmh papieren an jemand der halt wirklich ein 6 kmh schlepper braucht weil wegen irgendwie führerschein problem oder sonst irgendwas aber ja wie gesagt damals direkt nach dem grammerkauf habe ich mir gedacht der rs 09 kommt weg weil jetzt habe ich ein schlepper der all die vorgaben erfüllt ich brauche mehr als zwei zylinder mehr als 20 kmh drei punkte abfälle was soll ich dann noch mit dem rs 09 aber je länger die zeit vergangen ist desto mehr vermisse ich halt doch den geräteträger und ich habe halt ein ich meine klar können sagen ich verkaufe den rs 09 und suchen einen anderen geräteträger aber ich finde geräteträger immer noch toll und hätte gar nicht und klar daran pritsche vorne dran hat joni sich drauflegen kann zum schlafen während ihr zum wenden fahrt campingaufbau darum habe ich das eigentlich mittlerweile wieder vor das ist ein relativ neuer plan eigentlich dass ich dann den rs 09 doch wieder herrichtet zeitweise habe ich halt echt gedacht ich schraubte einfach wieder zusammen und dass ich loswerter verkaufe in den teilen aber wie gesagt geräteträger zu haben fände ich schon cool aber 14 kmh ist halt nichts das ist mir zu langsam im grunde gibt es halt mehrere möglichkeiten irgendwie versuchen das getriebe schneller zu machen oder einem getriebe von dem späteren zu finden der 20 kmh läuft das wäre dann zwar auch noch langsam aber man könnte vielleicht noch eine reifengröße größer drauf machen und man kann nicht ohne führerschein fahren mit einem 6 kmh schild das war früher mal so ist aber mittlerweile nicht mehr so aber soweit ich weiß und das ist jetzt natürlich auch so dass ich das ständig ändert soweit ich weiß reicht jeder führerschein also soweit ich weiß darf man mit einem rolle führerschein dann 6 kmh schlepper fahren ja 50 kmh aufwärts ab mokic führerschein ja halt alles was ein richtiger führerschein ist moped ist ja nur nur so ein so ein dings das kriegst ja nur so ein papierwisch das ist ja kein richtiger führerschein also früher durfte mit einem 50er führerschein auch trecker fahren meine ich also wenn ich es richtig im kopf habe das letzte mal weil ich geschaut habe das aber auch schon viele jahre her da stand irgendwas drin von jeder also betreiben eines kraftfahrzeugs bedarf eines führerscheins spricht da gibt es keine ausnahmeregelung oder sonst irgendwas alles was motor betrieben es braucht führerschein für die mofas kriegst du ja so nur so eine bescheinigung ist ja 25 kmh 5 kmh ist ja roller klein krafträder da hast du ja ja und deswegen ist mit dem roller dings mit dem 25 kmh moped dings ach mist das ist ist ja kein richtiger führerschein das gilt dann da auch nicht also von daher mein letztes ding war sobald man den richtigen führerschein hat darf man 6 kmh fahrzeug fahren e-bike fahrer brauchen kein führerschein nur bei ja aber auch nur wenn das e-bike nur unterstützt ist nur 25 kmh ja und das e-bike darf halt auch nicht selber angetrieben sein das heißt das e-bike ist ist nur eine unterstützende wirkung wenn du reintrappst dass es natürlich unterstützt ein e-bike wo du gar nicht treten müsst sondern einfach nur am hebel ziehen dass es wert dass das denn nicht fahren aber mal ehrlich also diese e-bikes die unterstützend sind mit dem hofer plakett hinten drauf die fahren aber auch locker mit 50 herum ja mit dem hofer plakett hinten drauf ist ja kein unterstütztes ja dann ist es eins was zahlbeantreiben kann also die sind alle mal am treten aber viel viel langsamer am treten als bei der geschwindigkeit ja das ist halt wenn es dann über ich glaube über 25 kmh brauchst du ein mofa teil aber das ist theoretisch dann bist du damit in einer anderen klasse aber die e-bikes an sich die unterstützen sind irgendwie eine sonderregelung aber es ist auch so dass ganz viele ihre e-bikes tun also da irgendwie kriegst du fast alle e-bikes kriegst du kriegst du so kleine sensor boxen die dir dann an den radsensor dran machst und dann gaukelt er dem vor dass du viel langsamer unterwegs bist als du bist und dann hast du wesentlich mehr unterstützung musste fast nicht mehr treten das ist aber höchst illegal weil du damit halt eigentlich ein zusatzungspflichtiges fahrzeug hast also ich fand ich fand in frankreich in paris fand ich die die e-roller cool diesen schnell spedelec bis 45 kmh mit versicherungskennzeichen also bekannter von mir hat auch ein e-bike der damit als 50 kmh drauf damit aber wie gesagt ganz viele passen sich die kisten an meine nicht wenn das e-bike brennt tatsächlich vergessen eine wiese zu schwaden ein opa hatte mal ein defektes e-bike das hat er sich gekauft zum reparieren da war der sensor defekte war so dass du nur einmal ins pedal reintreten muss und dann ist das ding losgegangen und aber sowas von das war auch lustig er war mit dem hofers auch nicht anders interessieren sich die leute auch ja ich bin auch kein so großer fan von den rollern ich fand es halt nur sehr interessant wie schnell die halt wirklich waren und ich denke dann immer im verhältnis zur geschwindigkeit die vorhandene bremse war dann irgendwie so also als kind roller fahren ich weiß nicht ob das überhaupt einer kennt die roller die hinten eine fußbremse hatten und vorne dann so ein stempel der oben auf den reifen gedrückt hat mit den großen luftreifen wenn wir damit die berge runtergefahren sind oder so das war schon war schon heftig und das war mit sicherheit nicht so schnell wie diese e-roller jetzt fahren viel fieser als die klassischen roller waren die city roller die dann aufgekommen sind diese silbernen klappbaren teile da war ja wie mit den kleinen rädern diesen fies und danach kamen die breakboards die kleinen roller sind fies wenn er da so bei schwungvoll von absteigen willst und das ding dann verschieden beim trümmer oder einem oder oder wenn du schnell vor allem anhalten willst und den dann so schwungvoll vor dich hoch und habe ich jetzt gute nacht gesagt eigentlich oder nicht jedenfalls gute nacht ja mit den mit den eben mit den kleinen rollern das ist das problem irgendwie auf dem randstein das ist und so ein abgesenkt randstein hoch oder runter fahren oder so wenn du das schlecht getimt hast mit dem springen vom roller dann lag es aber auf der seite ich sehe schon ihr seid nicht mehr generation rollstuhl rollstuhl rollschuh dann würdet ihr geschwindigkeiten und gefahren noch ganz anders kennen generation rollstuhl sind wir noch nicht rollschuh meinte ich ja also in mecklenburg vorkommen ist es egal ob 6 km h führer sein oder nicht ich glaube das ist da gibt es keine bundes also keine keine bundeslandregelung das ist schon deutschlandweit so frage ist immer wie es kontrolliert wird und bevor die fzv oder die fzv also die fahrzeugzulassungsverordnung die kam ja erst mit irgend so ne eu reform und vorher waren die gesetze ganz anders und ich glaube da war es tatsächlich so dass man für 6 kmh kein führerschein brauchte und viele leute fahren ich kenne auch leute die noch nach der regelung fahren mein wer das früher schon so gemacht hat rollstuhl einmal nie mehr ich mag es nicht wenn meine füße zwei unterschiedliche richtung und kontrolliert rollen wir hatten damals in frechen sogar eine rollstuhl waren das war voll cool stimmt und der pedelex ist sehr gewagt gehen geht das alles aber rahmen und bremsen packen das nicht ja das ist halt wenn man das tuning nutzt um ein bisschen mehr unterstützung mit ein bisschen weniger trappen zu kriegen dass man wirklich nur ganz langsam treten muss aber das problem ist aber wenn man das dann nützt um 60 kmh mit so einem teil zu fahren ist dann schon grenzwertig aber andererseits ich bin früher mit dem fahrrad nach 50 bis 60 kmh berger runter gefahren und lebe noch mecklenburg darf man auch mit 4,50 m breiten fahrzeugen aus der straße fahren echt ja das ist jetzt interessant weil damit mit unserem bundesland system gibt es ja tatsächlich diverse regelungen die wirklich nur pro bundesland sind und viele davon kennt man gar nicht so wirklich aber ich glaube führerscheinrecht ist schon bundesweit geregelt ich glaube da kann kann kein einzelnes bundesland was ändern aber ich weiß nicht ich lerne auch immer wieder was neues dazu soweit ich weiß sind die sondergenehmigungen halt bundesland geregelt kreis geregelt und wenn du nachweisen kannst dass du halt nicht überhaupt verkehrsstraßen bla 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 und sowas alles oder verkehrsbehindert unterwegs bist du kommst du halt gegebenenfalls schon mal eine sondergenehmigung das ist ja bei den mähdreschern mit den überbreiten genau das gleiche ja beim bayern hat es ja zum beispiel das gesetz dass da irgendwie vorne so komische wandtafeln am drescher sein müssen das hast du ja sonst nirgendwo in deutschland und du musst glaub ich auch begleitfahrzeug dabei aber trotzdem christel 3 meter 50 nicht überall und über 3 meter 50 meist schon mal gar nicht das ist halt und da kann es halt durchaus sein dass in neuen bundesländern das nicht alles noch ein bisschen anders geregelt ist also in der elfe sind unpraktisch bergauf ich scheiße ein paar grunde noch viel mehr ja ich meine auch 4 meter 15 ein bisschen übertrieben ist das eine ausnahmeregelung die für alle gilt voraussetzung ist halt das begleitfahrzeug und ich habe noch nie ein mober gefahren wenn wir schon dabei sind hier mit der ballen gabel dingster boomster dann holen wir gleich die alten silo ballen auch vor ins rumfeld rum herbst ich weiß ja nicht wie das bei euch ist paul aber bei uns ist es ja auch schon so du brauchst in drei meter schneidwerk beim drescher wenn es dran lassen willst auch schon eine sondergenehmigung ja weil es nicht genau drei meter ist das ist halt das wir sind da also bei uns kontrollieren die mittlerweile auch ziemlich heftig wie gesagt unser mail drescher ist halt vier meter 40 breit mit den 800 reifen und da würden wir keine ausnahmegenehmigung für kriegen oder sonst wie was das ist immer nacht und nebel aktion wenn wir dann auf die weiteren felder fahren müssen und ich würde damit noch nicht auf der straße fahren mit dem mail drescher weil dann wäre mein lappen sofort weg und das ist kein arbeitgeber wert geilste zeit schöne prima 5 lief fast 120 am ende das schock da ich hatte mal gut die 50 80er block 125 kubik drauf allerdings hatte die als mofa schon vorne scheibenbremse das war ganz gut allerdings die versteifung der vorderer der 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 gabel war nicht so professionell wie meine 80er oder so dass dann gerne vorne auch schon mal das rad sich ein bisschen verdrehen gesehen beim bremsen das war schon eine coole zeit willst du hier den polnischen verkehr mit einbinden sam was warum was dass du die straße halb zu geschwadet hast mit dem heu nein das hat sich als ergeben und man kann ja leider im ls nicht mit einem brechen das nachher beiseite rechnen wie man das in echt machen würde wenn man ein bisschen so weit raus geschwadet hat ja fehlt das fehlt deutlich so ein rechen der nicht gilt sondern ach er ist der meist groß geworden in mofa ist nicht so teuer wäre hätte ich mir tatsächlich mal eins geholt gibt ein rechen er hat gibt ein rechen aber der der löscht halt die halt halb so jetzt ist die große frage fahr ich bei deutsch durchs feld oder bei mir durch ein mais ihr durch mails na ich würde sagen ich fahr bei dir durchs feld bist du ähnlich mit bist du doch ähnlich mit das fall da waren sie viel besonders trocknen dann auch gut ja so kann man sich auch sehen ein bisschen zu schnell ist das penetrant was der sound vom scheiben mehrwerk vom heckscheiben mehrwerk der trifft zu sehr das original ist mit headset ist das sehr unangenehm gerade weil ziemlich hat man zuletzt noch darüber unterhalten aber den schönen sound vom scheiben mehrwerk eigentlich müsste ich ein heckgewicht hier mitnehmen weil das ist schon sehr schlecht für die vorderachse und spricht von einer bau bedingten höchstgeschwindigkeit eine drosselung reduzierte geschwindigkeit aber bei den kann der dreck ja schneller ja wie gesagt deswegen das gibt es nur noch gibt es nur noch bestandsschutz kriegst keine neue neue 6 kmh eintragung mehr das ist halt deutschland all die regelungen die werden nach und nach abgeschafft die irgendwas noch irgendwie vereinfacht haben und warum weil irgendein deb meinte sich dagegen zu widersetzen ist doch immer so einer macht für ganz viele was kaputt ja wobei immer wieder mich frage ob ob es da wirklich einen schaden gibt das ist ja genau dasselbe mit den kurzzeichen sein das thema hatten wir auch schon öfter wo die kurzzeichen seien abgeschafft wurden weil viele leute die genutzt haben um mal mit ihrem oldtimer eine ausfahrt zu machen ist in kurzzeichen seien für fünf tage geholt haben und damit zum treffen zu fahren oder sowas wo ich mir dann denke diese fünf tage kennzeichen ja ja aber du darfst du nicht mehr fahren ohne tiff ach so früher durfte es ohne tiff fahren ja nur noch händler kennzeichen ja für überführungsfahrten für testfahrten und zu werkstatt und sowas und überführungsfahrt ist natürlich eine fahrt zum all-time-treffen streng genommen nicht aber viele leute haben es halt dafür benutzt und haben gesagt das ist eine testfahrt oder sowas haben das ja wieder den grau bereich mit genutzt und deswegen haben die das irgendwann abgeschafft darf man nicht mehr ja gut wenn ich mal ein kennzeichen bräuchte ich hab mein mechaniker hat ein rotes ja ah mist das ist jetzt schlecht naja kommt halt nicht jeder an rotes kennzeichen dran jetzt ist es halt ist halt wieder so ein ding aber wo ich mich frage ob das wirklich der die begründung ist weil wie viele leute haben mit einem fahrzeug mit kurzzeit kennzeichen ohne tüv das nicht verkehrstauglich war ein unfall verursacht das können ja nicht ne also insgesamt haben generell nicht so viele leute das benutzt und kurzzeit kennzeichen dass da wirklich eine gefahr von ausgegangen ist was ich halt auch schön fand was wahrscheinlich glaube ich auch nicht mehr gibt ist dieses kennzeichen dass du für mehrere fahrzeuge nutzen könntest wechsel kennzeichen doch jetzt noch immer nur keinen sinn die gibt es mir nicht noch höher weil da war es doch damals so da hast du dann für das fahrzeug was halt die höchste steuer war das hast du bezahlt und dann konntest du die anderen fahrzeuge mit benutzen das problem ist dass das system in deutschland die richtig implementiert wurde in österreich haben die das ja in österreich funktioniert das auch aber in deutschland ist das problem dass das ich weiß nicht wie es mit der steuer aussieht ob du wirklich nur die eine steuer zahlst oder ob du dann für die andere reduzierte steuer zahlen muss oder sowas aber das problem ist dass du kein versicherungstarif gibt weil das in deutschland so selten genutzt wird gibt es ja keine passenden versicherungstarife das heißt du musst dann trotzdem für jedes auto die volle versicherung zahlen das einzige was du dir sparst ist ein bisschen steuer aber dafür ist irgendwie die ganze zulassung und so wesentlich teurer also das ist kann man sich gucken gibt es im internet auch berichte für die das vorrechnen dass man halt sich am ende nicht wirklich was bei spart also sind verfehlt sozusagen ja es wäre halt interessant gewesen für leute dieser ein paar oldtimer daheim stehen haben und halt nicht jeden anmelden wollen dafür gibt es ja die roten 07er kennzeichen aber die sind ja extrem eingeschränkt im roten 07er kennzeichen kannst du fahrzeuge ohne tüv fahren das ist für oldtimer sammler gedacht das ist aber ziemlich teuer und das problem ist dass du halt damit nicht zu einem treffen fahren darfst oder sowas und damit dass du wirklich nur testfahrten und überführungsfahrten machen ich meine dafür ist ja mal wer viele oldtimer sammelt sollte auch die kohle haben die anzumelden die oldtimer sind alle zugelassen angemeldet tüv alles ja gut also so leute wie wir verdienen einfach keine oldtimer wir sind einfach zu schlecht dafür genau ich auch nicht ich werde mein porsche auch nicht kriegen aus baujahr 72 die kosten mittlerweile eine viertel millionen kommt doch wann wenn du turbo haben willst bis über 100.000 sauger kriegst du noch unter 100.000 72 da gab es kein turbo aber war das nicht 9 64 ist viel später eine gute nacht über 80 82 war der 2,7 liter ist er gut der war letztens besser bis war einer in der auktion der hatte nur eine halbe million gekostet das problem ist einfach dass wir bei uns ganz oft gesetze machen oder gesetze abschaffen die dinge einfach vereinfacht haben und die logisch waren oder sind ergeben haben und meine rauchen man sagen kann natürlich klar werden sich eine große oldtimer sammlung zulegt er braucht halt die kohle um die alle zuzulassen aber andersrum wer zehn fahrzeuge hat zehn autos und mit jedem von diesen autos im jahr vielleicht 400 kilometer fährt wo ist da der sinn dahinter wenn er die voll zulassen soll ja oldtimer versicherung ist ja nun mal noch mal was anders da darfst du eh nur bis 4000 oder so kilometer fahren ja aber du musst ja trotzdem die volle steuer zahlen du musst die volle versicherung zahlen du musst alle zwei jahre zum tüv und all das drum ja aber oldtimer steuer und oldtimer versicherung ist doch viel billiger ja klar ich weiß nicht ob es 80 oder 180 euro ist pauschal was der 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 sechs liter acht zylinder ist oder der andere kostet das gleiche und versicherung ist dann apple und ei ne so günstig ist versicherung auch nicht ist original 200 euro steuern im jahr ist eine ganze menge naja also dann einen ohne plakette und alles mit 5 oder 6,3 liter hubraum also ja verglichen damit sparst du schon aber verglichen mit fast allen neueren autos die dazu lassen kannst ist das deutlich mehr und da ist es nicht so dass oldtimer günstiger sind als ein reguläres auto sondern oldtimer sind teurer als ein reguläres autos ist sie nur wenn sie als h-kennzeichen zugelassen sind nicht ganz so teuer wie sie sonst wären ein doppler kostet 300 euro steuern im jahr und wir aber selbst meinen dings mein mein brauer pro pad plus 140 euro gekostet mein beatle hat 80 euro gekostet ja eben also du brauchst du brauchst nicht irgendwie in fünf jahre altes auto um günstig gesteuert zu haben selbst in 20 jahre altes auto ist deutlich günstiger als ein oldtimer und daher bekommen jetzt bald an die zeit wir kommen jetzt eher die zeit wo die autos die jetzt so zwischen 25 und 30 jahre alt sind in ein paar jahren sind wir dann an dem punkt dass die autos die man dann mit haken sein zulassen kann von der steuer günstiger sind als die oldtimer steuer wäre und da andere frage wer von euch hat den kleinsten schwader ich glaube deutsch und ich haben den gleichen den den kleinen ein kreisel aus dem standard spiel ich habe den fünf meter glas dann reiner hättest du zeit bei dir direkt am hof die wiese die da ist wo ich gerade stehe wieder vom zaun das einmal weg zu schmeißen gerade nicht bin gerade selber am spiel muss 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 nicht muss nicht jetzt sein also nur wenn du zeit hast und das mit den kurzem geld sein ist halt auch so eine sache warum schafft man sowas ab außer dass man nicht möchte dass eine privatperson der und auto ohne tüv bewegen kann vielleicht einige privatpersonen auf irgendwelche treffen mit dubiosen autos gekommen sind die jenseits 1000 ps waren und da krawall gemacht haben ja aber ist davon jetzt wirklich die welt untergegangen weil muss man deswegen das gesetz für alle anderen abschaffen nee aber da machen die schon ganz gute wette draußen also ja aber wäre es dann nicht sinnvoller die die dass man das gesetz einfach besser kontrolliert weil das gesetz war ja vorher schon da es wurde ja genau festgelegt was mit den überführungskennzeichen machen darf eine ahnung einfach die strafen erhöhen würde oder besser kontrollieren würde anstatt das ganze abzuschaffen keine ahnung ich meine das ist ich weiß nicht wie sie in anderen eu ländern ist oder so aber fast überall ist es so dass du möglichkeiten hast wenn in den meisten us-bundesstaaten selbst in denen denen das alles ziemlich genau kontrolliert es ist es so dass du wenn du ein auto neu kaufst du irgendwie einen zeitraum von 15 oder 20 oder 30 tagen hast wo du das auto nicht zulassen muss und nicht versichern muss wurde quasi einfach so eine ok ich habe das auto gekauft ich habe jetzt zeit um das auto heimzufahren und die ganzen sachen zu erledigen hast naja usa ist aber ein schlechtes beispiel für regulär für regulär ja aber ich meine dass das ergibt ja irgendwie eigentlich sinn weil es ist halt nun mal so was machst du kannst auch eine ak 15 kaufen ja aber ich meine das ist mich würde mal interessieren wie das in anderen eu ländern sie müssen mich da mal ein bisschen mit beschäftigen aber ja in schweden gibt es auch ausnahmeregelungen und möglichkeiten zum beispiel wo packt man die jetzt am besten hin dass die nicht im weg stehen wenn doch da hinten in den divide mal bei herein tun weil es halt einfach keine möglichkeit gibt wenn ich als privatperson ein auto kaufen möchte wo kein tüv mehr drauf ist dann kann ich das nicht transportieren hänger und dann ab dafür ja aber die allermeisten autos dürfen ja kein auto auf dem anhänger ziehen ja aber das ist doch das problem dass das problem des käufers also ich habe mir nie gedanken gemacht hänger geholt auto drauf und gut ist ja weil du lkw führerschein hast und kumpelst mit anhänger und sonst irgendwas aber die allermeisten privatpersonen haben das nicht dafür gibt es dann 6 auto vermietung oder was weiß ich ja aber weißt du was das kostet ja weiß ich so zahlst du nachher um die um die 400 euro allein um ein auto und anhänger zu mieten transport ja weißt du was das kostet ich habe gut das war nur das quad aber für was war das 400 kilometer transport durch deutschland 200 euro bezahlt normalerweise bei einem fahrzeug großen fahrzeug sagt mal ungefähr 1 euro pro kilometer also auto oder traktor oder sowas mich ärgert sowas halt weil wir hatten so eine regelung und die regelung war gut und irgendwann schafft man das ab gut wenn eben für ein anderer braucht man extra führerschein den heutzutage keiner mehr hat aber die meisten autos wenn die schon kein tüv mehr haben dann stehen die wahrscheinlich auch schon länger und dann willst du mit der kiste auch keine 200 kilometer fahren aber wenn das trifft aber auch nicht zu wenn du mal bei kleinen zeigen guckst die allermeisten autos die verkauft werden haben ablaufenden tüv mehr lauf zu den 1 2 monaten ab oftmals verkaufst du die autos aber nicht innerhalb von den 1 2 monaten und das problem ist ja du kannst in deutschland kein auto mehr anmelden wenn der tüv abgelaufen ist das heißt wenn der verkäufer das auto abmeldet und dann verkauft dann kann sein der tüv ist jetzt erst zwei wochen abgelaufen aber du kannst es nicht mehr zulassen und dann kannst du es auch nicht mehr transportieren ja aber was kann denn was also ich meine dann gibt doch die möglichkeit einen anhänger führerschein zu machen dann muss man den halt machen ja aber ich meine das ist alles das ist alles ein riesen aufwand und riesen kosten was halt was die durchschnittsperson in deutschland halt einfach nicht hat man nimmt halt einfach der durchschnittsperson in deutschland die möglichkeit sich ein auto ohne tüv irgendwie zu bewegen habe ich mich nie durch gedänge gefühlt ja weil du ja die probleme nicht hast du hast du kannst ja alles fahren wenn ich ein autoführerschein für anhänger hätte und das anhänger ziehen kann und möglichkeiten auto anhänger günstig auszuleihen da würde mich das auch alles nicht interessieren aber habe ich halt nicht was glaubst du wie oft ich schon irgendwie ein auto für einen guten preis gesehen habe bei kleinen zeigen aber halt leider der tüv ist abgelaufen und schon abgemeldet und das ist wenn wenn ich irgendwie ein gebrauchtes auto suche oder so ich muss drauf gucken ob das ding noch zugelassen ist ja wie oft kaufst du dir denn gebrauchtes auto ja nicht so oft ich würde mir öfter eins kaufen wenn das mit einem kurze erkennt sein noch möglich wäre ja dann kauft ihr dann holt ihr doch den anhänger führerschein fürs auto dann hast du eine hürde schon mal genommen ja will ich ja machen aber ich brauche dran trotzdem anhänger ein auto was ein anhänger ziehen kann ja gut aber ein problem nach dem nächsten lösen mit dem doppel kann man nicht viel ziehen da kann 1100 kilo gebremst ziehen der der gymni der konnte 1300 durfte 3 durfte 1300 ziehen ziehen können konnte mehr eben es lohnt sich nicht extra einen geführerschein lohnt sich dann nur wenn man das öfter macht das ist halt ja aber wenn es sich nicht lohnt weil man zu selten braucht dann lohnt es sich auch nicht die stadt darüber aufzuregen dass man es braucht wenn man es dann mal braucht das meine ich natürlich also darf man sich nicht mehr aufregen wenn gesetze nach unsinn gemacht werden oder ja dann hätte ich mich darüber aufregen müssen dass ich jetzt nicht mehr nur einfach nur klasse 2 abmachen müssen sondern cce machen musste ja das viel teurer war und warum soll ich mich darüber aufregen warum nicht ich habe es gemacht und gut ist ich habe ein problem auf der wiese jahr allerdings allerdings so sorry aufgrund des fans kann ich jetzt nicht hoch lesen was da gerade stand ja wozu ein auto anhänger führerschein machen wann braucht man den mal für alltagskram kommt man mit dem 750 kilo hänger hin also damals sind 650 7c aus bayern mit der spedition hierhin hat auch nur 500 euro kostet die fahrt ja bestimmt ohne be kannst du auch nicht viel fahren was auto geht allgemein konnten bei uns die strafen ähnlich in der schweiz gestaltet werden abhängig vom einkommen so dass es schön weh tut und sowohl den reichen als auch den armen gleich schmerzt und wieder zum nachher noch zum existenzproblem führt naja gut wo ist das problem dann transportunternehmen zu beauftragen was man eben die karren hause holt reaktionen kleinen transporter mit abholbarer ladefläche mieten ja das problem ist dass da die allermeisten nicht mit dem b zu fahren sind die allermeisten sind über dreieinhalb tonnen gibt viele die bis dreieinhalb tonnen gehen ja aber die stehen dann meistens 500 kilometer entfernt zu mieten und nicht um die ecke glaubt ich habe das alles schon durch wenn ich das alles schon geguckt habe ja aber die frage ist wie oft brauchst du es dann halt wenn du es oft brauchst dann lohnt es sich einen anhänger führerschein zu machen wenn es nicht oft brauchst ich brauche es nicht oft aber vielleicht alle paar jahre mal wenn ich mir ein neues auto kaufen kann will muss weil es halte kaputt ist aber das hat sich halt erledigt damals mein mein probe damals habe ich auch mit kurzzeichen sein geholt gut er hatte noch tüv aber das ist ja das nächste selbst wenn ich ein auto mit tüv kaufe man genommen das auto ist weit weg ich kann das auto ja nicht vor ort zulassen ich darf ein auto auf mich ja nur in dem kreis zulassen in dem ich zuhause bin das heißt mal angenommen ich kaufe jetzt ein auto bei münchen dann fahre ich nach münchen runter holt mir da die papiere fahr wieder rauf geht bei mir auf die zulassungsstelle um es zuzulassen war runter nach münchen um das auto zu holen früher ein kurzer kennzeichen hätte ich mir hier ein kurzer kennzeichen gemacht wäre das mit runter genommen und hätte das auto hochgefahren im auto ohne tüv dann 500 kilometer gefahren ja aber wie gesagt sei es mit dem auto mit tüv ist ja das problem und warum mit einem auto ohne tüv 500 kilometers waren also ich habe das damals gemacht weil ich habe ja den auch den einen film war habe ich bei aschaffenburg so was frankfurt die ecke da geholt erreicht ist dass ich mir brief und sowas fotografiert habe und dann durch zur zusammensurzulassungsstelle und die haben daraufhin ein kurzzeitkennzeichen mir ausgestellt hast du wieder runter gefahren und habe die karre geholt war das vorder nach 2014 na seit 2014 haben sie das mit dem kurzzeitkennzeichen geändert und seither ist es so dass du eigentlich die papiere brauchst du mit dem kurzzeitkennzeichen zu machen wo ist denn bei den papieren das ja wie gesagt die papiere sind beim auto normalerweise wenn du ein kaufst schickt der verkäufer die die dinger nicht überpost zu ja gut wenn du halt jetzt ein auto kaufst guckst ja vorher an dann kannst du ja direkt wenn du die kohle dabei hast nimmst du die papiere mit und das auto hole ich dann ja wir reden jetzt hier aber nicht von autos die 20.000 euro kosten wir reden hier von autos die 500 euro kosten die gucke ich mir nicht vorher an ja dann kannst du willst du willst du willst das volle du willst volle sparpreis haben für ein auto was irgendwo so billig ist weil es so weit weg ist ja und dann wenn du dann dafür aber was bezahlen musst du holen musst das willst du dann nicht und dann dann lohnt sich ja schon nicht mehr da musst du ja woanders ein auto so ja mache ich ja deswegen kaufe ja keine autos ja aber wenn man das rechnet wenn man das jetzt rechnet hänger kauf führerschein machen dann den sprit was die kare mehr verbraucht wenn du ein auto hinten drauf hast und so weiter also da hat es ja liefern lassen ja genau wie mit den pferde pferde fahren kannst du wenn man mein pferd fahren ja was kriegst du für 100 euro wie 100 euro ja wir fahren wir fahren 200 kilometer mal noch mal ganz kurz schnell ist einfach führerschein machen so viel kostet er nicht und dann gleich den thema und dann kannst du nebenher noch ein bisschen schlepper fahren für uns gleich wieder bezahlt ich glaube ich bräuchte keinen tee um schlepper zu fahren die fahren hätte alle 40 km aber um schlepper zu fahren kannst du nicht einfach zum nächsten land wird gehen und kann sagen hallo ich bitte dann schlepper fahren dann sagt er wer bist du kannst du und dann sage ich ja ich kann einen kleinen kram erfahren dann sagt er unter von meinem hof andreas das mit dem mit dem abschleppen nicht zugelassenes auto und fahrer ohne führerschein und das ist nie mehr das ganze also da kommst du in teufels küche da kannst du auch im dorf noch machen aber es ist auch so ein grau bereich wo es gibt ein unterschied zwischen abschleppen und dann noch was anderes auch führen genau unterschiedlich abschleppen und überführen abschleppen ist du bleibst liegen und du schleppst das fahrzeug zur nächsten werkstatt oder wenn es bei dir zu hause näher ist nach hause überführen ist du hängst das ding an und fährst das von weiter weg haben ich meine damals bei der nähe von gießen liegen geblieben bin als die zylinderkopfdichtung kaputt war dann haben wir auch mit abschleppstange geholt aber war auch ein bisschen grau bereich mäßig obwohl natürlich alle autos zugelassen waren und alle beteiligten führerschein hatten und so aber streng genommen darfst du so eine lange strecke selten als überführen und nicht als abschleppen und das darfst du eigentlich gar nicht aber das ist halt so eine sache früher war das alles ein bisschen nicht so genau kontrolliert und viele leute machen sie immer noch so und wo kein kläger da kein richter und sowas früher 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 sind es auch noch mit dem vw kübel durch köln gefahren mit einem rechts erhobenen arm also das ist halt so weit früher muss man jetzt auch nicht unbedingt gehen ja gut aber da konnte es doch mehr machen es höchste sei dass du mal mit landwirt bei dir ins gespräch kommt das sind wichtige kontakte ja hier es gibt ja halt auch nicht so viele landwirte und wenn man halt komplett aus fremd ist kommt man halt auch nicht so einfach eine erst recht nicht so einfach mit landwirten ins gespräch landwirte sind total nette menschen aber nicht sehr gesprächige zumindest hier bei uns in hessen sind generell alle leute nicht gesprächig ja das ist aber dann geografisch und nicht berufsständig kann da keine los sicher weil für der warum ja weil da kein ballentrigger drin ist haben dann ballentrigger reingemacht ich habe definitiv vor dem b führerschein zu machen weil ich halt doch mal gerne mit einem größeren anhänger fahren würde und einfach die möglichkeit gerne hätte aber ich muss mich mal erkundigen wie das ist ob man wenn man jetzt ein b nach macht ob man dann noch mal erste hilfe kurs machen muss oder ob man ob das zählt dass man b führerschein schon hat und dann mal gucken was das mittlerweile kostet letztes mal wo ich mich erkundigt habe hieß es bei der fahrschule zu den 450 und 600 euro kostet rb aber ich könnte werden das mittlerweile wesentlich teurer also nicht immer noch dass ich den damals nicht gleich mitgemacht habe dessen ist ein autotransporter dann spätürbe auftragen billiger ja ja auf jeden fall ich habe ja mein f-250 damit darf ich eigentlich alles an treiben fahren aber ich sage mal für normalen menschen reichen meistens und 57 kilo an ihn aber ab und einmal was wegbringen tut es das ja mit dem f-250 kannst du auch alles ziehen das ist natürlich das ist natürlich ideal dann ist es ja so du brauchst ja du brauchst an der 750 kilo ist ja nur das minimum das normale regelung es ist ja so dass du der text geht ja weiter 750 kilo oder solange das zulässige gesamtgewicht vom anhänger kleiner ist als das lehrgewicht vom auto und das zulässige gesamtgewicht von der kombination klein ist als 3,5 tonnen das heißt ich dürfte theoretisch der doblo darf 1,1 tonnen gebremst ziehen das darf ich nicht dranhängen was ich aber dranhängen darf an den doblo ist knapp eine tonne theoretisch mit meinem führerschein weil der doblo hat ein zulässiges gesamtgewicht von gab es nicht mehr so ganz im kopf wo kommen wir irgendwas weiß nicht mehr müsste mal gucken jedenfalls einer wie weit bist du bin gerade fertig mit schwaden aber ich werde wollte jetzt eigentlich schluss machen du glaubst ich bin vor allem genommen als die ich weiß es nicht na ich mein ich komme dass das ist halt das ist halt wirklich so im schwäbischen ist das ganz anders und er sagt nicht nur ich das sagen viele leute die von da hier her gezogen sind meine mutter ist neulich halt auch festgestellt mutter war unten im schwäbischen hatte da ein arzttermin war dort in der arztpraxis saß dort im wartezimmer und dann haben die leute einfach angesprochen und die hatten ziemlich lange gewartet und die hatten einfach eine unterhaltung über alle möglichen dinge passiert hier nicht mehr hier irgendwo ins wartezimmer hockt das schweigen sich alle an leute reden nur miteinander wenn sie sich kennen und selbst wenn sie miteinander reden dann sind es nur zwei worte und dann gucken sie gleich wieder weg da würde ich nicht wohnen wollen es ist hier sind die leute einfach nicht gesprächig weil reiner hattest du zufällig mal ein tnsns weiter vom server geschmissen oder war ich das nicht dass ich wusste wieder nach bw ziehen ist da keine option da sind die lebenshaltungskosten viel zu hoch mir fehlt mir fehlt mein erst weiter mit windrack ich habe ein problem ja dass man beim t führerschein den be nicht mit dazu bekommt ist auch irgendwie lustig das ist wohl so na gut was hat der t mit einem mit dem auto und anhänger zu tun gut wenn der 60 kmh mit 40 tonnen fahren kannst dann kannst du theoretisch auch 100 kmh mit 3,5 tonnen fahren oder weil es keine landwirtschaftliche zugmaschine ist ja aber rein von dem wissen dass du dafür brauchst ob du fahren kannst das ist nirgendwo auf dem papier ob du es fahren darfst also im moosbau und das vom fast hessen sind die leute nicht so ich glaube das ist hier die ganz spezielle gegend von hessen da wo wir früher gewohnt haben in der nähe von fulda war das auch nicht so extrem das ist hier hier die spezielle gegend von hessen da sind sind die leute sagen aber andere leute auch die hier her ziehen und nicht von hier sind sagen dass die leute hier irgendwie nicht sehr redefreudig sind und sehr verschlossen und eigentlich nur mit leuten reden die sie schon lange kennen ist jetzt ist jetzt die frage ob sie leute sind die da wohnen dass die so sind oder ob sie leute sind die dahin ziehen dass dann bei den leuten die da wohnen verursacht dass sie nicht mehr reden wollen ich weiß es auch nicht nee ich glaube das ist wirklich so ein bisschen so die meisten leute die ich direkt hier aus der gegend kennen sind so reden nicht viel und was machen wir mal gucken ob wir noch stroh drin haben ja silage alleine kann man ohne meist bloß auch nicht füttern aber der stall hat auch kein ballen träger ohne ohne dass man den um einbaut die ballen träger gewesen willkommen zurück tatsache ist jedenfalls dass wir jetzt insgesamt seit fast zehn jahren hier wohnen und sehr wenig kontakte haben weil das einfach was ist schwierig kontakte zu knüpfen und das ist halt schon rum gegangen hast dich mal vorgestellt deshalb ein riesen unterschied ich meine mir eine zeit lang viele häuser angeguckt haben auch im schwäbischen häuser angeguckt und wenn man da irgendwo ein haus angeguckt habe dann haben die nachbarn die köpfe aus dem fenster gestreckt und haben hallo gesagt und haben gerne auch mal eine halbe stunde eine ganze stunde über die leute erzählt die da vorher gewohnt haben und über das haus und über die dorfgeschichte und über ihre eigene geschichte und sowas gibt es hier nicht hier muss man den leuten alles aus der nase ziehen wenn man irgendwas erfahren will also ich glaube rein reiner und ich wir planen unsere tour um wir umgehen da einen landkreis also das klingt nicht nach much fun we have to reroute einfach obstbaumstück kaufen äpfel sammeln apple wollen machen also most aber fertig gehren lassen und durch geschirr durchfiltert und die leute dazu einladen dann sind das sind immer die riesen events der kleinen landwirte das ist also das rezept wenn es nur das ist ja mal hoch feste gehen und hier gibt es keine hoffeste hier gibt es immer hoffeste ob du willst oder nicht der grill fest machen er ist ich will ja auch gar nicht sagen dass es nicht auch ne also ich bin halt kein kontaktfreudiger mensch das kontakte knüpfen zählt nicht zu meinen talenten aber ich bin ja nicht der einzige der das so sieht wie gesagt es ist diverse leute von woanders hierher gezogen sind die sagen dass alle das ist hier ziemlich schwierig ist dass die leute einfach nicht so kontaktfreudig sind der dzp ich hoffe bei dir ist das alles ein bisschen anders und beim 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 südeifel agrar ist es ja auch nicht sowieso anders ich glaube wo dzp ist da sind die leute da ist dann schon von fast die die nordische herzlichkeit oder ist war das die die nordische habe habe ich war das muss reichen wird bei viel bei viel zuneigung gibt es auch noch ein nicken reiner wir müssen die route umplanen also da wo es da will ich nicht hin da fahrt da fahren wir nicht hin da sind nur das sind nur lalalalalala hier muss auch 40 jahre lang wohnen bevor du als doch bewohnen akzeptiert wirst ja ich habe ja schon mal die story erzählt als meine mutter damit den nachbarn von der einen wiese geredet hat und die dann erzählt haben ja die einen da drüben die sind auch zugezogene sie sind ja auch noch nicht so lange da hat meine mutter gefragt wie lange geht schon da sind mein jahr ja so 45 jahre oder so noch nicht lange ne noch nicht lang also selbst nach 45 jahren sind wir bei uns im dings noch als zugezogen von daher keine option sam ist schon beim im kreis laufen angekommen dann ist wohl gleich ende würde ich sagen ja ich habe im moment nichts zu tun das ist das problem andere option wäre ernte halt wohl ganz anders ich war letztes jahr zwei monaten mv auf einem 3000 hektar betrieb bei einer genialen familie es war die beste erfahrung die ich hätte machen können was dem hatten wir glaubt schon mal ja das problem hatten wir schon das thema hatten wir schon mal wie gesagt ich habe halt auch absolut null erfahrung mit absolut null erfahrung ist es schwierig ich hätte noch genug ballen zu fahren war ja ich lasse ich lasse mein gepresstes bis morgen liegen hat robert eventuell was zu tun im stream beziehungsweise das was gepresst werden muss so morgen bist du morgen da ja also tendenziell hätte morgen vielleicht zeit da an dem zaun noch vorbeizurücken ja ja das kochen ist gut weil ich mache dann da wahrscheinlich auch noch irgendwie heu oder so ich muss den weg noch dazwischen deutsch und mir machen verabschiede mich dann jetzt auch schon mal essen ist nämlich fertig reiner reingehauen bis morgen was fliegt der sam dann hier schon wieder über die map gucken was da wäre so worum fährt ich muss in der halle verschwinden ich bin im menü ich gehe mich mal schnell umziehen wenn er hier vorbeifliegt wo fliegst du denn herum ist doch der händler oder nicht richtig sein packt die gute drohne aus tobi keine gute nacht also hier sind unsere nachbarn sind top der ganze sonntags wieder flex handieren der fängt keine an um zu jammern oder so würden eher mitmachen wenn ich jetzt die reaktion hier vom server auf dein real life beziehen du jetzt hier so kontakte knöpfen willst mit der drohne und wir uns alle in häusern verstecken wenn er parallel sind also wundert mich jetzt nicht was hat sich denn hier verschoben warum hat sich das denn verschoben wieso ist die biogasanlage nach unten gehüpft und das nach oben komisch und so fliegt so schön außerhalb ich kann habe keine nachbarn die kann sonntags am drei anfangen irgendwas klein zu flexen das ist traumhaft das ist traumhaft sie kommt aus der halle nicht mehr raus ja weil der so weit von den nachbarn weg wohnt deshalb kommen die auch nicht wenn er mit der flex ist das hören die gar nicht ist ja im haupt mit der drohne da kommt einer mit der flinte hätte das nicht für möglich gehalten aber ich muss mir echt noch weiter kaufen ich hätte das schon für möglich gehalten ja ich habe nicht damit gerechnet dass ich an dem großen walter eine rückfahreinrichtung brauche da habe ich die wahrscheinlich wieder vom server getan aber jetzt habe ich ja das schöne schmetterling für die rückfahr da macht sich der große walter natürlich schöner dran ich bin mal kurz weg was machst du da eigentlich stolz ballen schlafen ach so ich dachte drohne flüchten das auch aber ich war gerade erst ein rauchen das ist schon authentisch mit dem Rückhall und so, das ist schon echt cool sind das jetzt 1,50er? ja was ist da drin an Litern? oh Gott, geh doch dran guck dann will ich im Fernsehen ich will nicht ins Fernsehen dein Name ist sowieso im Fernsehen die ganze Zeit ach ja stimmt, scheiße bin ich wieder weg ja hab ich nicht für unterschrieben für RTL ich kann mir das so richtig gut vorstellen wenn da bei Sam im Kreis irgendwo ein Unfall passiert oder so keiner weiß Bescheid auch hinten rum oh guck mal, der hier hat einen Unfall gebaut oder Oma 87 Jahre wurde am Zebrastreifen überfahren ach die Zugezogene wurde da geboren oder so weißt du ja oh Eckart guck mal da Neubau gebaut 1851 luftige 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 ähm helle Neubauwohnung zu verkaufen in der Wand hängt dann noch hier so äh Schutzbunker Deutsche Wehrmacht oder so frisch errichtet ja Flüssigdünger was muss ich düngen Frage ist brauche ich den Ertrag auch wirklich oder brauche ich ihn nicht Jo Jo Ich sollte auch das Mikrofon im Stream unmuten. Da bin ich wieder. Warum? Dann hätten wir ja gar nichts gehört. Rainer steht bei mir noch auf der Karte. Steht bei mir noch auf Feld 60. Ich werde verfolgt. Rainer ist sogar noch auf dem Server. Hat er wieder vergessen auszumachen. Jetzt hat er ausgemacht. Könnte ja eine Runde Gülle fahren, aber eigentlich ist das Wetter nicht ideal, um Gülle zu fahren. Wieso kannst du ein Schlitzgerät nehmen? Kein Schlitzgerät. Hm. Ja, die Nachbarn, die ich sagte, sind nur am Lauern. Das ist echt so. Oder doch schon anfangen zu pressen. Das wäre auch eine Variante. Haben wir hier hoch, so mal. Das tauscht uns sehr früh weg. Leute, was sollen wir machen? Chat. Chat, sag mal was. Pröse. Er kann auch bei mir ein bisschen Ballen fahren. Da gibt es bestimmt wieder was zum Klippen. Ja, das will er doch mal vermeiden. Ich weiß nicht, ich habe keinen guten Ballenfahreranhänger. Sam, wie alt ist eigentlich dein Haus? Das weiß niemand so genau. Ja, ich kann schon Ballen fahren, aber ich bräuchte im Idealfall vielleicht einen Schlepp und Anhänger dafür. Bei Sam hängt bestimmt auch die deutsche Zertifizierung. Der Reichsadler hängt dann noch im Keller. Deutscher Qualitätsbau. Siehste? Deshalb sage ich ja, guck mal lieber. Ich habe den hinzugeschüttet. Schlepper hätte ich noch den Deutz mit dem MP-Left-Bundlader. Aber Ballenwagen habe ich keinen. Da habe ich nur den einen hier. Und der Ballenwagen ohne Anschlag fahren und hinten ist halt ein bisschen unpraktisch. Ballenwagen mit Anschlag steht da noch beim Händler. Schätze ich von der Bauweise her. Ich weiß von den Papieren her, dass der ältere Teil vom Haus 1860 hier aufgebaut wurde. Und ich weiß auch von den Papieren, dass der Teil vorher abgebaut wurde in einem anderen Ort und hier wieder neu aufgebaut wurde. Das heißt, ich weiß, dass der ältere Teil vom Haus älter als 1860 ist. Also Ballenwagen steht noch beim Händler einer. Mit Anschlag. Da brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich kann jetzt hier nicht... ...nix klicken. Mein anderer... Hä? Doch, auch die... Du musst ja beim Händler klicken, dann kannst du... Beim Händler kannst du auch reinspringen. Ach, ich habe da keine Lohnerechte, deswegen kann ich da nicht... Ah, deswegen. Wahrscheinlich. Brüne neuner, was sind das für ein Viech? Agro-Liner, der gleiche steht nochmal an der Kartoffelhalle, aber sind noch alle Kartoffelkisten drauf, deshalb kannst du die nicht... Ist schon ein paar Jährchen her, ja. Sam, jetzt hast du... Von der Bauweise her würde ich mal sagen, ne... Man kann es halt schwierig einschätzen. Man kann es halt schwierig einschätzen. Ich muss die Gewichte noch wegmachen. Per Config. Hier bei der Burg weiß man es ziemlich genau, die hat nämlich 1377, ihre Erwähnung. Ja, aber steht sowas nicht im Grundbuch drin, ne? In der Burg? Nein, ich bin jetzt bei Sam, seinem Haus. Ja, wie gesagt, das wurde 1860 hier aufgebaut. Ach so. Aus. Kann nicht einsteigen, ach, weil ich noch im Flugmodus bin vielleicht. Von daher, das so viel steht sicher, aber da steht halt auch drin, dass es... In der Ortschronik steht das drin, dass es vorher im Nachbarort stand. Und jetzt müsste man natürlich, wenn man... Vielleicht ließe sich das schon rausfinden, wenn man jetzt irgendwie in der Ortschronik vom Nachbarort recherchieren würde, welche Häuser 1860 abgebaut wurden, ob das irgendwo steht, dann könnte man es vielleicht rausfinden, was für ein Haus das war. Aber... Ja, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nie drum gekümmert, war jetzt auch mit Dings Corona die Ämter alle zu und so. Hinter dir ist dir der Werkstattträger, ne? Stimmt, da muss ich ja erst hin. Und von daher lässt sich das nicht so ganz genau rein vom Baustil her, würde ich sagen. Das ist... Ich sag mal, älter als von 1780 wird es wohl nicht sein vom Baustil, eher jünger. Also bist du ein doppelt zugezogener, ja? Dein Haus ist zugezogen, wie du auch? Ja, ja. Alter, Alter, ey, was ist das nicht... Ja, das dauert gleich 100 Jahre, bis er dann, äh... Die Frage ist halt, ne? Wann baut man denn so ein Haus ab und woanders wieder auf? Kann sein, das war schon 100 Jahre an dem Ort, kann aber auch sein, das war erst 10 Jahre an dem Ort. Von daher, das ist, äh... Weiß man nicht so genau, so, wo ist jetzt hier der? Hä? Äh, rechte Seite. Neben dem Kärcher. Äh... Warte, ich glaube mal. Briefliche Ersterwähnung oder Zurückbefolge war es 1653, von da an, äh, wir sind in Familienbesitz, das ist natürlich cool. Ich hätte die Gülle jetzt dahin gefahren, wo ich das Silo weggeholt habe, aber wenn es 30 Grad über den Tag über hat, bringt es jetzt nichts, wie heute Morgen Gülle zu fahren. Deshalb habe ich Schlitzgerät hier verwendet. So, das ist schön, ungedrunger. Ist halt immer schön, wenn man die Technik hat, ne? Äh, wo muss ich dann hin zum Ballenladen? Äh, 86. Da, wo du eben schnacken warst, glaube ich, ist das doch, ne? Wo du am Pressen warst, wo du am Pressen warst, als ich da kurz bei dir aus Feld gefahren bin, ich dachte, die müsste ich wickeln, oder wie war das? Ah! Da muss der Konserfassbendler vorbei, ich muss doch nicht. Nee, du musst da schon direkt auf die gegenüberliegenden Seite. Ich vergaß! Naja, die spätere, spätere Anbauten aus dem Haus sind von 1898, also der, die eine Hälfte vom Haus und die, das ist der L-Anbau von der Scheune. Früher hier bei uns in der Gegend, bei den Häusern, ist überall über der Tür, war da oftmals ein Baujahr eingeschlagen. Das Problem ist aber, dass die Wand mal mit Siegeln gemauert wurde. Quasi im unteren Geschoss, die vordere Wand, wurde mal mit Siegeln nachgemauert, da ist nichts mehr von da. Äh, Ballengabel hast du auch noch auf dem Hof, ne? Ballengabel hab ich eine, ja. Achso, hättest du meine nehmen können, ich hab die Saphir noch da. Ja gut, dann müsste ich nicht da runterfahren, wobei, wo ist die 86? Die ist, äh, im Westen. Aus dem Händler raus, links. Ja gut, ne, dann hol ich's wohl, ich guck ich, ob ich die bei dir finde. Ja, Gabel am Lade, Deutsch-VTR, ja. Ich bin, ich bin nicht mehr so ganz, äh, nicht mehr so ganz bei der Sache. Sonst wird das Baujahr in die Mistkuhle in den Beton geschrieben. Wär schön, wenn ich hier irgendwo mal sowas war, ein Baujahr identifizierendes Merkmal finden würde. Tatsache ist, dass, äh, einer von den Fachwerkbalken, äh, in, in dem älteren Teil vom Haus, hat diverse Einkerbungen drin, wo nicht zum Haus passen. Das heißt, entweder war der früher woanders im Haus verbaut und wurde, als das Haus, äh, im einen Ort ab und im anderen aufgebaut wurde, da umgebaut, oder aber der kommt von einem anderen Gebäude. Was natürlich entweder bedeutet, dass, als das Haus hier 1860 neu aufgebaut wurde, der Balken ersetzt wurde durch was, was von einem anderen Gebäude kommt. Oder aber, jetzt machen wir mal eben Ballengabel suchen. Oder aber, dass, äh, das Haus was vorher. Äh, links. Einmal rumdrehen, einmal rumdrehen. Ja, da bei den Hochsilos rechts daneben, wo der Werkstattträger war, noch ein bisschen weiter rechts daneben. Ähm, eventuell das Haus damals schon aus gebrauchten Balken gebaut wurde, beim ersten Mal. Das heißt, manche Balken sind vielleicht noch älter. Wurde ja früher nicht so, ne, wie heute. Alles abreißen, Becken werfen und neu machen. Früher hat man durchaus Sachen wiederverwendet. Konnte man ja damals auch, ne. Man hat den Lehm rausgehauen zwischen den Gefachen, hat die, äh, die Staketen oder wie die Dinger heißen rausgemacht. Und dann hat man die Holznägel rausgemacht, das Fachwerk abgebaut, eine andere Stelle wieder aufgebaut, hat den Lehm wieder mit Wasser vermischt und das Zeug wieder reingebastelt. Ja, unser, unser Fachwerkhof ist auch aus von verschiedenen Häusern. Also, nicht woanders her aufgebaut worden, sondern als das, äh, kernsaniert worden ist. Sind halt teilweise ganz neue Eichenbalken reingekommen und teilweise aus anderen Häusern. Sonst steht im alten Stallwohnhausteil noch 16, 14 drauf. Das könnte bis aufs Bäuer deuten, aber so genau wissen wir das nicht. Das könnte schon hinkommen dann. Na, wir hatten früher auf dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, an der Scheune das Dach neu gemacht. Da sind auch Balken drauf von der uralten Scheune, die da zu der Zeit abgebrochen wurde im Dorf. Da haben wir uns die Balken gesichert, beziehungsweise wir und meine Eltern damals haben sich die Balken gesichert und damit das Dach gemacht. Das Haus hat, äh, war zurückgedatiert bis 1622 in der Ortschronik. Original noch mit Reetdach und so, aber in, als meine Eltern das übernommen haben, natürlich schon kräftig verändert und umgebaut. Achtungsspeicher. Hab's gemerkt. Grundmauern war kein Fachwerk, sondern massives, aus, äh, eine Sandsteinbruchstein gebautes, Gebäude, die Grundmauern waren auf jeden Fall noch aus dem, aus der Zeit. Ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ich muss noch was essen und bin mit. Wir sehen, hören uns morgen. Bist du morgen mit dabei? Denkt mal, ja. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Viel, viel Spaß euch im Chat. Bleibt bitte lieb. Und, äh, dann sag ich mal bis morgen, ne? Tschüss. Bis morgen. Gute Nacht. Okay, bis jetzt sag euer, unser Haus ist bald 2000. Das ist ja noch ein Baby, das Haus. Und, äh, Nico, hallo. 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 Was hat er jetzt gemacht? Head-Tracking aktiviert. Wir haben eine Wirtschaft, die würde 1024 erstmals urkundlich erwähnt. Das ist natürlich auch cool. Der Wohnhaus hier am Hof ist bei 1902 richtig schön norddeutsch gebaut. So, wie macht man das jetzt hier? Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ballenfahren klappt mit diesem Gerät hier. Kann sie ganz gut. Oder meinst du den Enger? Beides. Alter, das war zu weit. Blüttchen. Ah. Lebt der Ballen. Lassen wir's mal so. Ne, das... ...klappe bewegt sich zu schnell. Achso. Du kannst auch noch ne, äh, Stufe runterschalten, ne? Ja. Ach, ich werde da auch eine Stufe runterschalten und dann aber im dritten Gang hin und her fahren und im ersten Gang stapeln. Ja. Mal das jetzt eigentlich im 22er definieren, dass die Rückwärtsgänge nicht so schnell fahren wie die Vorwärtsgänge. Also alle insgesamt. Das sind 0,75% oder so. Ja, klar, wenn du ne Rückwärtsgruppe machst. Auch beim Reverser kannst du auch ne Ratio definieren. Stimmt, Rückwärtsgruppe. Ah! Ich kenne einen Hof, der auf dem ist über der Tür an der Diele 1810 eingeschnitzt, aber am Dachstuhl siebt 1712 von den beiden Scheunen. Das Hof ist in beides im Jahr 1743. Ja, oftmals ist ja so, wenn irgendwas angebaut oder umgebaut wurde, dass dann eine neue Jahreszahl eingeschnitzt wurde. Oftmals wurde ja bei alten Gebäuden viel umgebaut. Ich meine, ne, wenn man sich überlegt, so ein Haus, was 300 Jahre alt ist, da ist schon viel renoviert und umgebaut und angebaut und entgepasst worden. Ah! Ah! Ja, zum Beispiel, dass das Gebäude mal aufgestockt wurde und quasi der alte Dachstuhl übernommen wurde, aber die Fassade, beziehungsweise dass das Gebäude an sich neu gebaut wurde. Ich würde schon einige sagen, gemacht. Generell bei so einem Hausumbau. Ich frage mich auch, wie die das damals gemacht haben, als sie das Haus jetzt hier umgebaut haben. Weil die Scheune ist ja noch die alte und die eine Haushälfte ist auch die alte, aber in der Mitte wurde was erneuert quasi. Das heißt, die haben irgendwie quasi aus der Mitte von dem ganzen Gebäude komplex was rausgemacht und das dann mit was Neuem ersetzt, was gemauert ist. Da ist auch hier ja kein Fachwerk mehr in der Mitte und so. Aber wie die das nachher damals bewerkstelligt haben, dass das nicht alles ineinander zusammengefallen ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, 1898 war ja auch noch weit vor modernen Kranen und Gerüstbau und sonstigen Sachen. und dann we Path und dann ja mit ganzer menge geduld haben die das gemacht viel handwerklichem geschick und vor allem viel hilfe gerade auf dem dorf auf dem land wenn da ein bauer was gebaut hat dann haben meistens die anderen landwurter aus dem ort mitgeholfen ein paar jahre später beim anderen landwurter was gebaut hat dann wieder alle mitgeholfen das wäre so schön gewesen man ja das wäre cool so was zu sehen wie die das gemacht haben ich meine es gibt ja schon viele gibt ja auch diese mittelalterliche burg die da gebaut wird und so aber einfach zu sehen wie das jetzt nicht unbedingt eine große burg oder sowas gebaut wurde sondern also ein ganz stinknormales haus waren ja damals auch keine reichen leute und waren ja klassisch arme leute und vor allem so hätte sie ein kleines fachwerk höflein oder sowas gebaut haben insgesamt wäre die geschichte von meinem gebäude hier schon interessant in der scheune habe ich so ganze ganz ganz massive dicke eichenbalken noch also so wirklich so 30 zentimeter dicke teile wo die herkommen und ob das ursprünglich so war oder ob die von einem anderen gebäude sind oder ob die scheune vielleicht älter ist als das haus oder was weiß ich aber wie gesagt ich habe halt keine ahnung wo das gebäude vorher stand ich weiß auch nicht ob ich das jemals rausfinden kann wir haben schon mal daran gedacht dass der dachstuhl von der scheine von des nachbarn übernommen wurde als das haus 1810 9 gebaut wurde diese ein jahr zuvor 189 nachwärts abgeboren das kann natürlich auch sein ja ich meine man muss bedenken das waren zeiten in denen noch relativ wenig holz im sägewerk gemacht wurde in denen die allermeisten balken und sogar bretter von hand aufgesägt oder behauen wurden da hat man sich das schon ganz genau überlegt ob man jetzt was neu macht oder ob man was verhandeln es nimmt und da wenn beim nachbarn die scheune abgebrochen wurde zu der zeit wenn du das durchaus so sinn ergeben das denn davon der dachstuhl übernommen wurde letztes jahr ist das letzte alte haus im dorf abgerissen worden aus dem jahr 16 oder so das ist schade das ist schade das haus ist gekauft und zur miete würde ich niemals in so eine bruchbude und dann so viel arbeit reinstecken das ist schade Hier ist es so, dass zwei Häuser weiter im Grunde, ein Haus, was meinem sehr ähnlich aussieht, wurde auch in dieselben Nachbarort abgebaut und hier aufgebaut, nur 20 Jahre später ungefähr. Also das ist, gab es hier wohl öfter, dass die das gemacht haben. Ich frage mich aber, warum, ob in dem Nachbarort die Gebäude im Weg standen, ob da ja dann dort abgerissen und quasi verkauft wurden oder ob die Familien dann mitsamt ihrem Gebäude in einen anderen Ort gezogen sind, wie das zustande gekommen ist. So, wieder da. Komm zurück. Danke. Das würde mich schon sehr interessieren, ob das da irgendwie die Geschichte noch erweitert, aber das ist halt das Problem. Ich meine, 1860, da ist halt schon sehr lange her, da ist niemand mehr, lebt niemand mehr und wird auch niemand mehr leben, der jemanden gekannt hat, der zu der Zeit gelebt hat und da noch Geschichten von erzählen kann. Da kann man halt wirklich nur noch über irgendwie Chroniken und Texteinträge in irgendwelchen Registern oder sowas was rausfinden. Auf einem kleinen Dorf ist halt nicht alle so wahnsinnig fest und lange und genau dokumentiert, als wir jetzt irgendwie in einer Innenstadt oder sowas. Ich würde als Kind von meiner Uroma über den Hof erzählt, von meinem Opa und seine Geschichten haben viele Fotos vorher gemacht, das ist immer wieder schön anzusehen, wenn man sowas hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist sowieso, wenn man so ein Gebäude hat, was schon länger in der Familie ist oder so, ein Hof oder generell eine Anlage, die länger in Familienbesitz ist und halt auch die Geschichte mit dazu hat. Das ist schon ziemlich cool. Das haben wir halt alles nicht. Ich meine, wie gesagt, das Haus hier ist jetzt vor dreieinhalb Jahren in unserem Besitz übergangen und das andere Haus vor zehn Jahren. Zu den beiden Häusern ist die einzige Geschichte, die wir haben, halt die, die man so ein bisschen rausfinden kann. Und das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das haben meine Eltern gekauft, als ich geboren war. Das war jetzt auch nicht so ewig lang in unserem Besitz. Da habe ich tatsächlich schon öfter gehört, dass die ganze Familien mit ihrem Haus damals umgezogen sind. Hier einen abgebaut und der anderen sind aufgebaut. Ja. Von daher, ich könnte mir das schon vorstellen, dass da tatsächlich irgendwie ein paar Familien mitsamt ihrem Haus hierher gezogen sind. Die Frage ist aber, ich meine, warum aus dem Nachbarort? Das ist jetzt nicht, streng genommen sind es zwei Orte weiter, wenn man über die klassische Straße fährt, aber, oder drei Orte weiter, je nachdem wie man fährt, aber früher waren die Wege eh ein bisschen anders. Warum zieht man jetzt zwei, drei Orte weiter? Was war hier besser oder anders oder so? Aber vielleicht gab es hier mehr Möglichkeiten für Kühe weiden lassen oder sind es irgendwie was? Für so einen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb ist das ja viel wert, ob er da die Möglichkeiten hat. Und wir hatten hier früher eine Alm, also eine öffentliche Alm, wo quasi alle Dorflandwirte ihre Kühe über den Sommer weiden lassen konnten. Vielleicht sind hier tatsächlich Landwirte, keine Landwirte hierher gezogen aus dem Nachbarort, dass die hier ihre Kühe weiden lassen konnten. Ich glaube, in einem anderen Ort gab es das nicht. Ich finde so Sachen auch wahnsinnig spannend, aber ich bin da leider ziemlich alleine, gerade für Leute in meinem Alter, weil es eher wenige zu geben, die sich so wirklich für die Geschichte von den Gebäuden interessieren und so. Hier ist schon mal. Hier ist ein paar Leute. Hier ist es ein paar Minuten. Und jetzt bitte? Hier ist es ein paar Minuten. Ich freue mich. Hier ist ein paar Minuten. Ich freue mich. Aber ich bin hier dann. Ich freue mich. Hier ist ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn man nämlich den Namen da in den beiden Ortschroniken finden würde zur selben Zeit, dann könnte man auch gucken, wie das passiert ist. Ich glaube, den Landspolager ist in den Jahren 1937 noch. Das ist natürlich cool. Der erste Dreckhofenhof, das ist cool. Und auch sehr selten. Die wenigsten Höfe haben ihren ersten Trecker noch. Jetzt probieren wir es mal, ob alles durch die Gegend fliegt, wenn ich die Gatter hochmache oder nicht. Rathaus, Bürgermeister. Ja, das Problem ist halt, dass die Orte wurden ja alle zusammengelegt. Und das ist ja, ob dann die, ob quasi der Ort selber noch ein Archiv hat, wo man sowas bekommt. Oder ob man dann beim übergelegten Bezirk, ob das dann dort ist. Weil das weiß ich auch nicht. Erst so vielleicht und dann so? Gibt es ja bestimmt irgendeinen Ortsvorsteher oder so. Ja. Das darf jetzt auch keiner sehen. Hast du jetzt alle da weg? Nee. Gut. Aber ich packe da nochmal hier oben drauf. Ach so. Falls der Akkus da so hochkommt, ich weiß nicht, ob der so hochkommt. Nun mal gucken, wie viele hier nur liegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf liegen hier noch. Die würde ich theoretisch hier noch drauf bekommen. Ja. Und wenn es geht, dann fahre ich noch eine 6. Ich weiß nicht, ob ich die hier drauf bekomme, weil die hier so schräg liegen. Aber ich probiere es mal. Ja, wenn nicht, dann lass es. Dann fahr zum Hof. Dann komme ich da hin. Ja gut, nee, dann fahre ich zurück. Oh ja, erster Drecker steht beim Nachbarn. Ist auch nicht schlecht. Habt ihr schon mal versucht, den wieder zurückzubekommen? Hatten wir das Thema nicht mal? Oder nee, das war mit jemand anderem, glaube ich. Holy Christy, servus. Hi. Also erster Schlepper war ein Elferdeutz, 1939 bekommen und 45 kam dann der 15er Fahrer. Oh, wie honger mittlerweile. Hat sich das auch gelohnt, die hoch zu schalten, hier kommt eine Kürze. Nach dem Lanzkammer in D25, den haben wir seit letztem Jahr wieder zurück. Der lief bis dahin bei den Verwandten noch. Wir haben unseren Tiger auch wieder an den verkauft, der er den ursprünglich hatte. Er wollte den restaurieren und dann als Schaustellungsstück im Hof verwenden. Aber ich weiß nicht, ob daraus was geworden ist. Alter, muss ich ja reinfahren. Uiuiui. Auf unserem Hof sind noch alle Schlepper, die je hier gehörten, vorhanden. Das ist auch immer wieder cool. Kleinen Schlepper wie der Senior zu fahren. Wir hatten das Thema glaube ich nicht, aber darüber nachgedacht habe ich wohl schon mal. Es ist ein kleiner 15er Deutz. Ja zumindest, zumindest mal, ich weiß ja nicht, in welchen Umständen der ist, aber nicht, dass der mal irgendwann wegverkauft wird. Zumindest mal voranmerken, dass man da Interesse hätte, falls die ihn jemals abgeben. Weil sowas ist natürlich schon cool. Und wenn es erstmal weg ist, ist es schwierig wieder zu finden. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich versuchen soll, die Ballen da rein zu stapeln, oder ob ich da lieber die Finger von lasse. Ich soll den Hänger stehen lassen. Ich will jetzt eigentlich auch Feierabend machen. Ja gut, dann stellen wir den Anhänger einfach mal hier ab. D25 wird mein Minderprojekt, der wird seine Partner behalten, aber technisch wieder auf den Rand gebracht. Das finde ich gut. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch so in Richtung Feierabend. Kann ich nämlich was essen. Den Deutz, den Stürmer, vielleicht einfach mal hier rein. Dann kann irgendwann der Elfer Deutz weg. Und dann verkam der 25 PS Eicher auf den Hof, den wir jetzt auch noch haben, aber wann das war, kann ich nicht sagen. Ja, der Stürmer wurde, aber ich glaube nicht, dass der dann einfach so weg gibt. Der kommt eher noch was zu. Aber man weiß es nie, ne? Man weiß es nie. Deswegen. Aber dann kann man sich dann hinterher immer, wenn man denkt, ach, hätte ich bloß was gesagt. Zumindest nicht einfach mal so, falls er den jemals verkauft, dann denkt an mich, geht es. Leute, die schreiben das in den Kaufvertrag rein. Das heißt, du müsstest den vorher fragen, bevor du das Ding wieder verkaufen willst. Ja, so Möglichkeiten gibt es auch, wobei, ob das rechtssicher ist oder ob das einfach sich dann nur ein bisschen besser anfühlt, weiß ich auch nicht. Ja, genau, genau. Wenn man rechtlich sowas wirklich machen kann. Hey, aber das ist, äh, passiert halt öfter mal, ne? Dass man denkt, ach, den hätte ich gern mal und irgendwann ist er dann eines Tages weg und dann fragt man ja, was ist mit passiert? Ja, hab ich letzte Woche verkauft. Dann denkt man sich, ja Mist, warum hab ich ihn nie da gefragt, ne? Passiert natürlich auch, dass man sagt, wenn er den jemals verkauft, dann denk an mich und dann wird er doch anderweitig verkauft. Aber, äh, wenn du dann nicht wirklich Interesse dran hast, dann brauchst du es ja auch nicht, aber so als, ne? Wie gesagt, den ersten Schlepper auf dem Hof später wieder zu suchen. Gibt halt viele Leute, auf Facebook gibt es das ja regelmäßig in den ganzen Schleppergruppen, dass irgendwelche Leute mit einem alten Foto oder einer Fahrgestellnummer ankommen und sagen, weiß jemand, wo der Schlepper ist und das war unser erster Schlepper damals. Ist halt schwierig wieder zu finden dann. Mich würde es auch mal interessieren, wo unser 16er eigentlich abgeblieben ist, also wo der mittlerweile ist, aber keine Ahnung. Mich würde es auch interessieren, wo unser D40 luftgekühlt ist. Oh ja, was war der, 63 oder so? Wenn man halt keine Fahrgestellnummer mehr weiß oder sowas und wer weiß das schon, dann ist das fast unmöglich rauszufinden. Heute beim Internet, wenn man eine Fahrgestellnummer hat oder so, man kann es durchaus tatsächlich mal finden. Aber ich habe von unserem 16er IQ, habe ich nichts mehr. Ich meine, ich weiß, wie er aussieht, aber der wurde mittlerweile sicher restauriert und sieht nicht mehr so aus. Bei uns sind noch der 3D25, die 360, die 360 und die 360 im Einsatz, alle Erstbesitz. Nur der 360 kam er vor 15 Jahren vom Nachbar, als er aufgegeben hat. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sammlung. Und den 360, wenn er Allrad hat, würde ich sofort kaufen. Die 40 hatten wir auch schon, aber der war fertig mit der Waldor weggegangen ist. Der 13er Power. Was habt ihr damit gemacht? Gewiss, wir haben jetzt reinschauen, again. Ich wünsche dir nochmal eine gute Nacht und schlaf gut. Wann läuft dann der 605 am ersten Tag? Ja gut, solange der Öl drin hat, läuft er bis in die Steinzeit zurück. Wie gesagt, der eine, den ich kenne, der hat ein 605 vom Futter-Mischwagen. Das war minus 5 Grad draußen. Er macht die Kiste an, macht den Mischwagen an und direkt auf Vollgas. Und ich sage so, machst du das jeden Tag? Jo. Die Kiste läuft immer noch. Ist halt ein Mischwagen schleppern. Das ist scheißegal, ob so die Kiste läuft. Ich glaube aber auch, dass die Luftgekühlten da vielleicht fast ein bisschen weniger empfindlich für sind, weil die schneller warm werden als die Wassergekühlten. Ja. Man hat weniger Masse, die da erhitzen muss, dass er nur den Zylinder und die Kühe rippen drumherum. Das wird ziemlich schnell heiß. Ja, bei unserem, beim 4007 ist das mal heiß geworden beim Wenden. War ein bisschen Dreck in den Kühe rippen. Und das hat schon ausgereicht, dass der beim Wenden heiß geworden ist. Deswegen finde ich es auch immer wieder ein Wunder, wenn man die Bilder von Restaurierungen von alten, luftgekühlten Schleppern anschaut, wenn die teilweise Verkleidung abmachen und der ganze Mäusennester und uraltes Fett und Dreck und sonst was vorkommt und ich mir denke, wie ist die Kiste noch gelaufen? Ja. Warum hat er nicht schon längst einen Kolbenfresser? Aber ich denke mal, das kommt halt auch daher, viele von den Flabber in den letzten 20 Jahren nur noch so ein bisschen spazieren getuckert sind oder so. Ja, oder eben als Mischwagen missbraucht. Irgendwann ist der 15er von einem Handelmarkt perfekt für nur eins abgelöst worden und dann der 3er kam ein Jahr später dazu. Ja, das ist schon die neuere Haube, aber die alte Kabine. Da gibt es so viele, da gibt es 3,10, da gibt es 3,30. Du bist ja auch noch hier. Der wollte sich da irgendwie was zählen machen, glaube ich. Ja. Ich bin schon seit Längerem auf der Suche nach einem 3,60, 3,65 Allrad, aber die Dinger kannst du halt nicht mehr bezahlen. Du kannst 20.000, 25.000 hinlegen. Da halt irgendwie so ein Hinterrad holen. Ja, da kann ich auch den 6,33 lassen. Weil der hat ja 52 Pace, aber kein Allrad. Ich meine, gut, für den 6,33 würden wir jetzt wahrscheinlich auch noch so acht Scheine kriegen, aber trotzdem, da musst du halt 14.000, 15.000 drauflegen. Das ist mir einfach zu viel. Ja, ne, aber für den Hinterrad ja nicht unbedingt und Kabine 40 kmh lohnt sich ja auch schon. Ja, aber da kann ich ja, wenn ich halt keinen ohne Allrad kaufe, da kann ich halt eine 6,33 behalten. Ja, aber hast du keine, hast du Kabine drauf? Ja, diese komische Niedrigkabine. Ja gut, dann ist natürlich... Das Einzige ist halt, wenn du, wir nehmen den ja im Forst, und wenn du halt mit der Finder arbeitest, da ist halt ein bisschen schwierig dann, ne, ohne Allrad. Hm. Ja, neue Haube, alte Kabine mit runden Kotflögel, nicht unbedingt bequem zum Ein-Aussteigen. 13.000 Power, viel nach fürs Reinschauen. Och, der Mensch, eine gute Nacht. Ja, dann müsste der Kleinst aus der 450-470-Reihe sein. Ich. Naja, eigentlich ist das kein Problem, DX360 war ja Hinterrad und DX365 war da mit Allrad und bei dem Hinterrad, die Hinterachse hat die Abtriebe für Allrad, alle da, soll heißen, man kann Allrad nachrüsten. DX360 gibt's auch mit Allrad. Das konntest du damals bestellen, entweder ohne oder mit. Gibt's sogar DX370 ohne Allrad. Da hast du dann vier Zylinder, 75 PS ohne Allrad. Ja, in den Niederlanden findest du viele von denen. Aber ist auch nicht in der Option, ein Allrad kaufen und dann Allradachse verkaufen und Allrad runter bauen. Das vergleicht das bisschen mehr Geld ausgeben und ja einen mit Allrad zu. Ja, nur die Preisunterschiede sind dann teilweise schon relativ groß. Vor allem, wenn du den Schlepp aus Belgien oder Niederlande oder so holst. Gut, die sind dann meistens auch nicht im besten Zustand, aber da kannst du richtig günstig. Da musst du aber auch Zeit und Geld investieren. Ja. So, und dann kannst du aber währenddessen deinen anderen Schlepper noch nicht verkaufen, wenn der noch nicht fertig ist. Ja, gut, das stimmt, das ist ein Problem. Ja, gab auch viele 106 ohne Allrad, ja. Aber gerade so die 50 bis 70 PS Schlepper ohne Allrad ist, findest du halt in den Niederlanden ganz viele. Weil du den ja auch so flach ist, da brauchst du nicht unbedingt Allrad. Ja, und wenn es da nass ist, sitzt du sowieso fest, egal ob mit oder ohne Allrad. Ja. Ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden, nee. Bin jetzt dann bald so weit, dass ich mir einen neuen kaufen muss. Aber ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Bild von dem Schlüssel habe, weil ich erstmal rausfinden sollte, was das für eine Form ist. Von Bosch gab es ja zweierlei Formen. Nett, dass ich nahe den falschen kauf. Man könnte natürlich jetzt ja auch, und habe ich auch schon öfters mal gesehen, die standen dann so für 15, 16 drin, ohne Kabine. Nur mit diesem Bügel von der VarioCab. Da könnte man natürlich dann auch gucken, man holt sich hier so eine VarioCab, also keine StarCab. Kabine und baut die drauf. Weil mit der StarCab hast du ja hinten auch andere Goatflüge und so. Ja. Wenn die VarioCab ausreicht. Es ist egal, ob es auch die Kiste hat, eine Kabine und Allrad. Hat er auch schon mal zwischenzeitlich bei MF geguckt. Der 362er. Er hat auch um die 63 PS, der würde auch ganz gut zählen. Aber die sind halt auch, statt einer drin, für 20.000 Euro. Aber der hatte gerade mal zweieinhalbtausend Betriebsstunden. Das ist aber auch teuer, die gibt es ja teilweise schon günstiger. Ja. Na gut, was da steht und was du letztendlich bezahlt hast, ist ganz was anderes. Aber hast du halt auch, der hat ja glaube ich auch noch Mittelschaltung dann, ne? Ne. Das ist schon die 300er Serie, die hat seitenschaltung. Sicher? Ich weiß nicht, ob ich den auch finde. Was hat denn der Dings für einen, der Obermühle Niederhof? Ja. Hat noch, der Dings, Mittelschaltung. Kann sein, dass er ein 200er hat. Nein, ich habe auch 70 PS. Ja, die 200er gibt es da irgendwie auch bis 90 PS oder so. Hier Zylinder, Turbo. Ja. Das ist halt eine Option wäre, aber ich kann gerade keinen Link posten. Ich schicke den mal in Team Voice Media. Die in der Obermühle Niederhof hatten, äh, 1004. Was auch immer das dann für eine Baureihe ist. Ne, die wäre auch nicht schlecht. Ich muss halt Reifen vorne hinten neu kaufen. Bescheid des Aquatron. Vielen Dank fürs Reinschauen. Auch dir wünsche eine schöne, gute Nacht. Ja, in der Niederlande finden sie jetzt generell noch viele tolle Schlepper. Bei den Größeren halt schwierig, was mit Allrad zu finden. Aber wenn man nicht so scharf ist auf Allrad oder was Kleineres sucht. Wario Cap ist ja auch eine bessere 06. Im Endeffekt, Master und Wario Cap sind schon gute Kabinen. Aber ist nicht so, dass du mit der Wario Cap hast du doch noch den Getriebetunnel in der Mitte, die ist doch niedrig, oder? Wo du täusche ich mich da? Mit dem, äh, der Star Cap hast du den Getriebetunnel in der Mitte, ja. Ich dachte mir, der Wario Cap. Ja, warte mal. Ja, mit der Wario Cap. Mit der Star Cap hast du doch, äh, quasi ein ganz anderes Heck. Das ist höher, hast du die Kotflügel höher, dass, dass quasi das alles oben drauf sitzt. Und der Wario Cap ist ja mehr so eine Art Halbkabine, die auf, auf dem klassischen Schlepper drauf ist. Das ist der M11, 20 schwimmt, oder soll er kosten. Gerade mal 1.900 Betriebstunden. Sieht natürlich auch dementsprechend auch gut aus, ne. Ja. Trotz dem viel Geld für den MF. Ja. Wenn er wirklich erst 2000 Stunden hat. Das ist halt auch das Problem, dass, wie bei den Autos, ne, vor ein paar Jahren hättest du ihn wahrscheinlich noch für 16 gekriegt. Ja. Und bei der Obermühle in die Dorf ist er auch angegangen mit seinem Flapper. Der Flapper hat auch erst irgendwie um knapp 3000 Stunden oder sowas drauf. Ist ganz viel. Nur bei einem Hobbyholzroller gelaufen. Und das hat er trotzdem irgendwie eine 8000 Euro Werkstatt Rechnung gekriegt, weil es so viel undicht war und kaputt waren. Schlepper mit wenig Stunden ist auch nicht unbedingt immer gesagt, dass das Ding dann ohne Ärger läuft. Ja. Hast du, glaube ich, bei der Vario Cap noch... hast, dass du, äh, die Kadernwelle, die nach vorne geht, äh, noch seitlich hast, glaube ich. Und nicht mittig. Wie seitlich nach vorne geht. Bei den 07ern. Glaube ich. Ja, immer was, was günstiges mit Allradzug, dann ist man wahrscheinlich beim MF schon nicht ganz verkehrt. Oder bei einem alten Fiat. Auch immer wieder ziemlich günstige. Teilweise auch Same. Alte Same, so in der 60, 70 PS Klasse. Ja, und hier, äh... Renault natürlich auch. Acro Xtra, äh, 417. Der hat 75 PS. Die Dinger sind ja unbezahlbar. Ja, da, äh... Also 30, 35.000. Kannst du nicht mehr zahlen, die Dinger, nee. In Trax mittlerweile auch. Äh, seit lang hat die niemanden wollen und... Die Dinger hat noch ein seitlichen Allradabtrieb, die Dx3 schon mittig. Aber wie gesagt, der erste, der wäre ja nicht schlecht, weil der ja auch nicht weit weg steht, ne? Aber da musst du halt auch ein bisschen was investieren. Ja. Und wenn du alleine schon mal Reifen kaufst, dann bist du auch schon ein bisschen was los. Ja. Na gut, vielleicht hast du Glück und kannst irgendwas Gebrauchtes erwischen oder so, wenn du eine ziemlich gängige Größe hast. Ja. Aber der hat gut 6000 Stunden, das geht eigentlich. Das ist im Rahmen. Ich meine, selbst ein Schlepper mit 10.000 Stunden. Die vom Schnacki haben alle über 10.000 Stunden. Die sind in einem guten Zustand und laufen top. Ja, kommt halt immer drauf an, wie sie gewartet wurden. Mal halt einfach... Also wir haben hier einen in der Gegend, der hat die Schlepper auch immer herangenommen. Immer was ging. Wenn der bei dem Schlepper 8.000 Stunden gehalten hat, dann war es ein guter Schlepper. Jetzt sind die neuen Geräte, also da gab es nix. Aber als ich mir den Traum vom 7810 erfüllt habe, muss der leider gehen. Der Fiat hat halt auch sehr massive Motoren verbaut. Diese... Oh, wie heißen die denn da hier? 110-90 oder so, ne? Ja. Die gibt es ja auch noch mit kleiner. Da habe ich auch mal einen gesehen mit 70 PS. Die Dinger sind auch nicht schlecht. Ja, das ist dann glaube ich 75-90 oder sowas. Ja. Ne, das ist auf jeden Fall eine gute Serie. Die ist aber auch relativ vergleichsweise teuer schon. Aber wenn man eine Baureihe zurückgeht, die sind relativ ähnlich. Aber die haben noch... Das ist dann nicht 90, sondern die heißen dann... Müsste fast so eine sein. 80-88, die 88er Baureihe. Müsste sowas in die Richtung sein. Die waren dann teilweise noch orange und nicht das Fiat Braun. Weiß nicht, was die von der Ausstattung her weniger haben, warum die so deutlich günstiger sind. Aber die gibt es auf jeden Fall günstiger noch. Ich habe halt tatsächlich auch überlegt, einfach mal hier so ein DX90 oder DX110 zu kaufen, weil die Dinger kriegst du irgendwie hinterhergeschmissen, die wir kein Mensch haben. Na, DX110 sowieso. Warum? Weil groß. Ja. Und 30 kmh. Ja, stimmt. Das macht einen riesen Unterschied tatsächlich im Preis bei ganz vielen Flappern. Ob sie 30 kmh oder die 40 kmh-Ausführung ist es bei Eicher auch so. Die alten kantigen Eicher mit Kabine, die 30 kmh-Ausführung, die sind gleich mal einige Tausende günstiger als 40 kmh-Ausführung, als wenn es sonst derselbe Schlepper ist. Ja, das stimmt. Und daher bei den DX die alten mit der alten Kabine, aber wo nur 30 kmh ist. Und vor allem, wenn der halt eine entsprechende Größe erreicht hat, bist du halt einfach in dem Bereich, wo eigentlich niemand in der Leistungsklasse ein 30 kmh-Ausführung will. Wir haben ja letztes Jahr an zum 75.07 circa komplett restauriert für 22.000 verkauft. Also ich muss sagen, der DX90, der ist zwar unbändig, ja, das ist ein Eisenschwein, der ist auch zum Ackern da und nicht zum Transportarbeiten. Aber an dem ist nichts dran, dass da vielleicht mal vom Gas durch ein Hohlspin kaputt geht, das war's. Der läuft immer. Aber der hat aber auch das 25 kmh-Getriebe, was keine Probleme gemacht hat. Wenn du das 5-Gang-Getriebe hattest damals, da konntest du mehrere tausend D-Mark reinstecken, weil die Probleme gemacht haben. Ja. Von den alten Serien, die anderen, die hatten ja dann schon 6-Gang, wenn es dann so gegen 6.05 und sowas ging, die sind ja dann auch schon 40 gelaufen. Da war wieder Betriebeproblem, gar nichts mehr. Ist der 5-Zylinder echt so schlecht? Was, der ist gut? Die DFL meint, dafür hast du 5-Zylinder-Motor. Ich weiß nicht, warum den... Das finde ich geil, vor allem den Sound finde ich geil. 5-Zylinder hat was. Ich meine, ob ein Deutschmotor, ob 4 oder 5 oder 6-Zylinder, ist auch immer alles dasselbe. Ja, so ein 6-Zylinder, da geht nichts drüber. Der Baukast im Prinzip, von daher. Ja, aber vom Sound her ist der 6-Zylinder einmalig. 6-Zylinder sind halt 6-Zylinder. Aber 6-Zylinder musst du halt auch tanken können. Ja, das ist klar. Und 6-Zylinder hast du halt auch eine gewisse Länge vom Schlepper, die dann auch nur sich in der Wendigkeit widerspiegelt. Wobei ich sagen muss, der Akko-Xtra ist sehr wendig für seine Größe. Der ist halt wirklich auch so ein... Ja, Grünland-Schlepper, würde ich so fast behaupten. Der hat halt auch nicht viel Eigengewicht, nicht so wie die alten DX. Ich meine, kannst du auch zum Pflügen benutzen und sowas, aber da nehme ich aber lieber den alten DX zum Pflügen. Ja, die 6-Zylinder Akko-Xtra sind ja im Grunde 4-Zylinder-Motor, äh Schlepper mit 6-Zylinder-Motor davor, so von der gesamten Bauweise her. Nico, Update vom Hausprojekt ist nicht wirklich was, was es zu zeigen gäbe. So viel hat so eine MFs kriegt man teilweise echt preiswert, auch mit Allrad- und Frontlaser-Geschichten, ja. Wir hatten MFs und teilweise noch Same. Wie gesagt, Renault sowieso, aber Renault ist schwierig und manchen Gegenden von Deutschland gibt es ja gar keine. Ja, klar, der V8 ist natürlich auch wieder in der eigenen Liga. Aber was machst du mit so einer Kiste praktisch? Das ist außer zum Traktor-Pooling, kannst du die wie in Deutschland für nichts verwenden. V8, das ist der Knicklenker, ne? Ne, Kopfgetriebeöl hat so ein Dings, ein Hinterrad V8 MF. Achso. Original oder irgendein V8 vom Auto reingebaut? Ne, ne, Original. Irgendwie MF 11 08 oder sowas. Das ist schon, das ist schon ein Biest, aber da ist halt, ne, das, was machst du damit? Hat der Deutz auch mal gebaut, ein V8. Ja. Ne, ne, war das ein Rhein-Achtzylinder oder war das V? V. V. Im Deutz hat er eh alles, aber im Flapper, der Knicklenker hat ja den V8 drin gehabt. Aber im LKW gab's ja auch V10 und V12. Glaub nicht, dass Deutz jeden Rhein 8 für Fahrzeuge gemacht hat, nur für Schiffsdiesel und sowas. Es gibt, äh, hab ich letztens sogar mal gesehen, das ist ein LKW, der hat zwei Motoren drin, zwei Vierzylinder-Motoren hintereinander geschaltet, weil die damals nach dem Krieg Regularien hatten, dass die nur kleine Motoren bauen durften. Hm. Und dann haben, so wie die Deutschen halt waren, ne, wir können keinen V8 bauen, also bauen wir zwei Vierzylinder hintereinander. Ja, die waren auch schön alles getrennt, ne, also. Grupp Titan, sagt die X4. Ja, genau, genau. Das ist echt eine geile Doku, das musst du hier mal reinziehen. Also, ich bin ja auch so, LKW ist eigentlich, geh weg, aber, äh, das ist echt geil. Vor allem der Zustand von dem Ding, ne. Der hat ja mit dem Ding eine Ausfahrt gemacht, mit Anhängern hinten dran. So geil. Bei dem Büssing mit dem liegenden, waren, glaub ich, Büssing mit dem liegenden Zweitakt. Sechszylindern. Interessant. Ja, das war echt überraschend, ich hätte echt gedacht, der Motor ist hinüber. Also, so wie die Kiste lief, dachte ich echt, der Motor ist hinüber. Da ist Kompression weg. Wobei, ich weiß nicht mehr, war nicht auf dem einen, war nicht auf dem einen Kopf, dass da die Dichtung durch war zwischen zwei Zylindern? Haben die nicht auf einem Kopf die Kopfdichtung neu gemacht? Das ist echt, äh, der läuft jetzt ja echt richtig gut. Also zumindest für einen alten MF halt. Ich kann's einkaufen. Mit kleinen Zeugen steht einer drinne für 14.000 Euro. Aber nur einer. Ist schon eine wilde Kiste. Ja, das dann, das dachte ich auch. Dachte ich auch. Ich mein, beim Kramer hat's auch viel gebracht mit den neuen Einspruchsdüsen, aber vor allem auch das Anpassen vom Zündzeitpunkt. Aber bei so einem, bei allermeisten Dieselmotoren haben wir, haben wir keine Steuerkette. Er kann der Zündzeitpunkt sich auch nicht verstellen. Ja, genau, der Farmer-Treff von Hessen Gaming, der müsste auch den Fünfzylinder haben. Ja, ja, der Import von so einem MF. Aber die haben den da in den Niederlanden gekauft, also muss der nicht in den Container. Wie der natürlich in die Niederlande gekommen ist, weiß ich nicht. Ich find das, ich find das so mutig, dass die mit dem Karren durch die Straßen fahren. Ich mein, nicht nur die Steckachsen dran, auf der einen Seite ist ja sogar noch das Teil drauf für, wo der Reifen festgemacht ist. Und dann fahren die mit dem Teil da durch die engen Straßen an den Autos vorbei und ich denk mir, Menschenskind, da hängt einen halben Meter links und rechts die Steckachse raus. Ja, ich müsste mein, das für deutsches Straßenverhältnis, aber wenn's einmal abgesägt, das Ganze nicht mehr länger machen. Nee. Fußgängersäbel, ja. Wurde an den Autos vorbei, einmal nur von vorne bis hinten so aufgeschlitzt, also. Wenn der da ein Auto erwischt, das wird teuer. Und wenn der da oben auf der Karre sitzt, so kannst du ja nicht so genau abschätzen, wo der ist letzten Endes. Oder ich würd mir dann wenigstens oben auf die, oben auf die, muss wahrscheinlich eh, wenn der mit dem Teil im Straßenverkehr unterwegs ist, dann eh so Warnschuld oder was oben drauf haben. Aber zu meiner eigenen Sicherheit, dass ich nix kaputt fahr, will ich mir da irgendwie so oben Stangen oder Warnschuld da dran machen, einfach, dass ich ne Breite seh. Von der Breite her wird das schon passen. Ich glaub, dass der unter drei Meter ist wahrscheinlich dann, ich weiß es nicht. Aber ich glaub, du darfst in Deutschland brauchst ja dann, ne, die Lichter dürfen ja nur irgendwie 30 Zentimeter von der Außenkante entfernt sein, ansonsten brauchst du die Wandtafeln und Zusatzlicht und so wie bei Zwillingsreifen halt auch. Also denk ich mal, sowas bräuchte es das da auf jeden Fall. Ist ja nicht auch irgendwie EU-Achsen? Ja, bei den John Deere, da gab's so ne, so ne Kappen drauf, bei den, bei den John Deere mit Steckachsen. Die hatten so, so Radkappen, eigentliche Dinger so, die so ganz rund waren, die man da drauf gemacht hat. Das könnte sein, dass das ne EU-Vorgabe war. Hat der einen Frontladereicher? Bei den alten Viertausender-Johnnies gibt's ja auch mit Steckachsen. Ja. Ja, hier der halbe, hat der im LSD nicht sogar diese Kappen drauf? Ja. Ne, der hat die nicht drauf. Aber der von AAA-Modding, der hat so Kappen drauf. Ist dann hier quasi auf der Steckachse so ne Kappe drüber. Aber weiß nicht, ob das damit was zu tun hat oder nicht. Wo da die Steckachse ist ja quasi, selbst wenn man schmale Reifen drauf macht, noch innerhalb vom Kotflügelbereich bei dem MF, guckt das Ding ja einen halben Meter raus. Ah, die haben in der Tat einen schönen Vierzylinder-Eicher. Hat auch einen schönen Klang, aber der ist auch ziemlich aufgedreht. Da qualmt ein bisschen zu viel. Ja, liebe Leute, wir sind immer noch 73 Leute hier. Ach, sie sind doch nochmal Kühle fahren. Der Eicher von den Scho hat einen Scholl-Klink-Lade, glaube ich, echt. Ist das der Vierzylinder, der 3075 Turbo? Ich meine, es ist ein Turbo sogar, oder? Ja, ja, der Eicher hat die bekannt gemacht mit den Ringen aus dem Auspuff. Der MF, der hier bei eBay-Kleinerzeigen drin steht, der steht in Belgien, nahe der deutschen Grenze. Es gibt auch ein Video vom, wie er läuft. Ja, kaufen. Was will ich mit dem V8, Alter? Ich habe erst, ich habe erst mal mein Auto V8 verkauft. Da wollten wir jetzt nicht den Schlepper kaufen mit V8. Ist das denn dann eine Benziner, oder ist das Diesel? Nee, nee, das ist Diesel. Bei den Amis würde ich auch denken, dass sie da einfach mal hingehen und ein Benziner einbauen. Ja, ja, das gab es auch. Ah, ein 130-06 Allrad, aber ohne Kabine. Steht aber auch Preis-VB. Da willst du wahrscheinlich gar nicht anrufen. 130-06. Selbst wenn die halber auseinanderfallen. Die sind so viel wert, die Dinger. Naja. Da kannst du aber auch gleich ein 130-06 kaufen und ein Turbo draufsetzen. Ja. Ein Dorf weiter hat einer ein 180-06, der würde mir auch schon reichen. Obwohl, ich muss ja gar nicht weit gehen mit großen Motoren. Bei mir in der Verwandtschaft hat ja einer den K701P. Oha. Das sind 23, 22 Liter Hubraum und 12 Zylinder. Jupp. Das Ding ist krank, ey. Jetzt ist es ja irgendwo oben an der Mecklenburg irgendwo hat der Ding gekauft. Auch nur für Schleppertreffen. Mhm. Ich weiß gleich, wie der das gemacht hat. Er wollte, dass irgendwie geig sind, dass er die Kiste als selbstfahrende Arbeitsmaschine eintragen lässt. Ja, das ist aber schwierig. Er wollte es irgendwie regeln. Aber dann war er sowieso wieder kaputt. Dann musste er komplett auseinander. Da war irgendwas kaputt. Und jetzt ist er wieder zusammen. Dann war ja irgendwie Corona. War sowieso nichts mit Schleppertreffen. Das Erste, was er gemacht hat, da hat er jetzt mal einen Unterstand gebaut, wo du die Kiste reinstellst und nicht in die Scheune. Weil wenn du das Ding in der Scheune anmachst, siehst du nichts mehr. Ich muss das auch, weil da denkt man, das ist ein Loch im Tank. Ich glaube schon. Nee, der 1006 ist kein 1306. Das Getriebe vom 1306 ist ein anderes. Aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das Getriebe vom 1006 gleich kaputt geht, wenn man da ein bisschen mehr Pest durchjagt. Der Rahmen ist anders. Hat er geschrieben. Ich glaube. So, jetzt ist er eh Blockbauweise und keine Rahmenbauweise. Was ist denn der kleinste 607806? Also da gab es ja noch mal so einen. Aber die gab es glaube ich nicht mit Allrad, oder? War das nicht 72 06? Hat er 72 06 nicht die Vierzylinder noch? Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. 8006 gibt es auf jeden Fall mit Allrad. Ja, aber es gab noch mal eine Nummer kleiner. Irgendwie mit irgendwas in den 70er PS gab es noch einen 6 Zylinder. Aber ich meine, den gab es nur als Hinterrad. Aber die gibt es auch ab und zu mal gar nicht so teuer. Zumindest für eine 6 Zylinder nicht so teuer. Aber ich glaube, das ist noch nicht mit Allrad. 75 06. Ne, die gab es nicht so lange. Irgendwie so ein Zwischending halt. Um eine Pestlücke zu füllen oder so. Gab es auch ein Metallrad? Der Vorteil bei so einem Deutzmotor ist halt, wenn du da mit einem Zylinder Probleme hast, dann kannst du das machen, wo der seinen ganzen Motor machen muss. Je mehr Zylinder der Motor hat, desto mehr Sinn macht das natürlich. Wenn du so ein 6 Zylinder hast und der letzte Zylinder immer ein bisschen wenig Kühlung abkriegt und dann irgendwann mal anfängt, Probleme zu machen, dann machst du halt den letzten Zylinder neu und dann läuft die Kiste wieder. Oder machst gleich zwei weg. Mach es halt nur noch 4 Zylinder, aber läuft auch gut. Auch in Amerika haben die das schon gemacht mit den V8. Vor allem mit den Dings mit den Detroit Diesel 2 Taktoren, V8 und V10. Wenn die da einen kaputten Zylinder hatten, haben die das da halt einfach Kolben und Pläuel rausgenommen, Karriere dazu und weitergefahren. Jo. Die Motoren waren so grob motorisch gebaut, was ging das? Aber mit neuen Zylindern, ich weiß nicht, ob das dann so... So richtig gut balanciert ist das ja nicht mehr, aber... Über den 120-06 streiten sich die Leute immer noch, ob es den jemals tatsächlich gab. Ich meine, ich ist noch nirgendwo einer aufgetaucht. Gab nur mal wohl ein Prospekt, wo mal 120-06 drauf stand. Ja, die 07er gingen gar nicht so hoch, ne? Die waren dann bei... 78, 07 war Ende. Oder gab es da noch einen größeren? Ne. Die 07er waren ja im Grunde... Die waren ja zeitgleich mit den großen DX. Ja. Stimmt, ja. Dann hat es ja angefangen mit DX 90. Da haben die für die große Leistungsklasse schon die DX gehabt und für die kleine noch die 07er. Ja, die Einsprissdüse muss man natürlich deaktivieren. Das ist beim Detroit Diesel aber auch kein Problem, weil die haben so Pumpe-Düse-Elemente, ähnlich wie bei den VW-Motoren manchmal, wo das direkt über eine Nockenwelle oben im Kopf angetrieben wird. Kannst du einfach die Mechanik ausklinken und dann läuft der eine nicht mehr mit. Die 07er wurden 1983 dann vom DX 3 Punkt abgelöst. Ja. Aber es war im Grunde, war das ein fliegender Wechsel. Die großen 06er wurden direkt von den DX abgelöst und die kleinen 06er wurden von den 07ern abgelöst. Und später wurden die kleinen 07er dann von den kleinen DX abgelöst. Ich finde die 07er deutlich interessant, gerade weil es so eine Zwischenserie ist. Also wir hatten den 52 07er und waren hellauf begeistert. Ich finde es auch spannend, dass es in den 07er noch den 25 07 gab, mit 25 PS-Zweizylinder-Motor. Irgendwie fast bis in die 80er Jahre hinein. Also was Verbrauch angeht, was Durchzugkraft angeht und der hatte ja diesen Hase, diesen Schnellgang zwischen dem 2. und dem 4. Gang. Das heißt, der lief 30. Der war wunderbar, der Schlepper. Hat aber auch kein Allrad gehabt. Gab es aber auch mit Allrad. Und dann hat er damals noch, gut, da war ich ja war ich noch nicht auf der Welt, da hatten wir damals auch, wo die 07er rauskamen, da hatten die einen 62 07. Vor allen Dingen die C-Kabine. Warum walten besser als die enge, nicht geräumige Spezialkabine? Meine Freundschaft gibt es auch noch in den 4507 Festival, nur ich habe keine Ahnung, was das mit dem Festival auf sich hat. Das weiß ich auch nicht. In dem Art hat einer einen Dix 120, er fährt damit Holz holen. Auch ein Viech. Was halt geil war, bei dem 52 07 mit dem Kunstwasser auf der Stelle wenden. Also der hat so einen Lenk-Eingeschlag gehabt, das habe ich beim IAC noch nicht gesehen. Na liebe Leute, ich würde mal sagen, ich übergebe das Wort nochmal an den Chat für ein paar Momente und dann machen wir Feierabend. Das gab es in der damaligen Zeit dann auch nur 06, dann die Agro-Stars und so weiter. Dann gab es in Deutschland dann nicht mehr, dann wurde der Hof immer mehr zum Fendt-Hof. Weil das der nächste Händler war von uns aus. Das ist mein bisschen so. Wir haben auch nur einen 52 06, die Wendigkeit gerade beim Schwaden ist einfach göttlich. sagst du, die Wendigkeit vom Kramer, seitdem ich die Kotflügel weggemachte, bist auch quasi auf der Stelle. Aber wie gesagt, die sind nur so wendig, wenn du keine Allradachse hast. Wenn du Allrad hast, dann... die alten Allradachsen haben ja alle nicht wirklich Lenkeinschlag. Bestwill war eine Sonderproduktion, wie sie, glaube ich, die größeren Produktionsstücksal erreicht haben. Ich glaube, 100.000. 07er, 06er. Wenn du überlegst, wie viele Schlepper, die da damals hergestellt haben, weil beim Agro X3 waren sie ja dann schon bei einer Million. Nö, Deutz ist schon ganz andere Stückzahlen als viele andere. Irgendwas Stückzahlmäßig ist Deutsch fast mit IHC zu vergleichen. Würde mich heute mal interessieren, wo die ganzen Schlepper alle sind. Naja, sieht man doch noch an fast jeder Ecke in Deutsch oder in IHC. Ja, aber du musst mir überlegen, eine Million Schlepper. Das sind schon ein paar. Ich meine, ich weiß nicht, wann die angefangen haben zu zählen. Wahrscheinlich seit dem ersten Deutz. Aber ob es da direkt nach dem Krieg auch irgendwelche Produktionszahlen gab oder Buchhaltung, glaube ich, eher weniger. Die haben einfach gebaut. Ja, ja gut, ne, ja, eine Million. Schon viel, aber wo es halt auch viel exportiert. Ja. Wenn wir dir vorstellt, dass in Deutschland eine Million Deutsch sind, dann ist das viel. Aber wenn du dir das in ganz Europa verteilt vorstellst und diverse andere Kontinente, wo hin exportiert wurde. Aber ich meine, es ist halt auch viel verschrottet worden. Würde mich mal interessieren, ob irgendwer Statistiken führt, zu wie viel Prozent von Schleppern aus den 50er Jahren zum Beispiel verschrottet wurden oder Schlepper aus den 40er Jahren. Weil gerade so Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er waren ja die alten Schlepper gar nichts mehr wert. Da wird echt viel verschrottet. Ja gut, ein 4,51 wäre jetzt auch schon wieder ein bisschen zu groß. Du hast ja 85 PS für den Wald und vor den Spalter vor die Kreissäge ein bisschen zu groß der Schlepper. Ja gut, aber vor Spalter und vor Kreissäge ist ja im Grunde auch schon drei Zylinder zu viel eigentlich. Ja, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Deswegen, ich habe hier so 65 PS habe ich eigentlich angepeilt. Gut, wenn er jetzt 70 PS hatte, ist auch gut. Aber so was habe ich eigentlich angepeilt. Ich kann natürlich auch bei 50 PS landen. Die 52.07 mit Allrad. Hauptsache man muss Allrad haben. Am besten noch beim Händler stehen, dann kannst du mich den IAC direkt in Zahlung geben. Da brauchst du dich nicht damit rumärgern. Weil die machen dann teilweise doch, also bei Schleppern einen richtig angemessenen Preis. Wo wir damals den IAC gekauft haben, haben wir den D40 in Zahlung gegeben und der war echt fertig. Der Kupplung durch, hinten die Reifen müssen gemacht werden. An der Hydraulik waren Probleme, weil die Unterlenker einfach hochgingen, wenn nichts dran war. Noch ein paar Sachen, der Motor musste überholt werden, keine Kompressionen mehr im kalten Zustand so richtig und wir haben noch 3000 Euro gekriegt, da war er damals. Gut, der stand halt vom Blechgleit richtig gut da, der hat kaum Rost gehabt, so eigentlich wie gar keinen. und das Verdeck war noch einigermaßen in Ordnung. Von Spalterblätter finden wird sich in der Sektor von Rückgewagen und so Geschichten macht er 54 schon gut. Ja, ist klar. Musst du halt einfach zwei Schlepper holen, einen großen und einen kleinen. Also wenn ich mal einen großen Schlepper brauche, dann die Straße runter ist der Landwirt, dem ich helfe. Von D25 oder sowas vor Sägen und Spalter machst du dann schönen Sprit. Ja, aber den brauchst du nicht vor die Winde hängen. Weil wir teilweise auch ziemlich lang rücken müssen dann schon im Platz wo du dann halt auch mal in Ruhe sägen kannst, ohne dass du absägst und das Ding rollt erstmal 150 Meter die Böschung runter. Da musst du halt schon ein bisschen weiter Strecken rücken. Wir haben ja früher mit dem 16er Eicher gesägt und das ist halt schon sehr praktisch, weil er braucht halt einfach nichts. Er kann den ganzen Tag laufen und muss kaum was reinfüllen. Ich wollte gerade blockieren, aber ich bin ja hier kein Moderator. Wie, du bist kein Moderator? Nö, bin ich nicht. Nicht? Nö. Wieso nicht? Das ist dein Kanal. Schreib mal was. Ach, jetzt ist es blau. Bin ich blau. Das ging aber schnell. Jo. Guck mit an, guck. Pastian, den wir gerne drin und der andere ist Armin im Wald. Der ist auch so ein großer Schlepper. Ja. Wie gesagt, hier im Ort hat einer, der macht Holz, der hat einen DX 120 und einen großen schon hier irgendwie so ein 36,50 oder sowas. Gut, kommt auch an, wie viele Meter Holz der im Jahr macht. Der hat einen Rückewagen. Ja, gut, dann ist es logisch, dass man so einen Schlepper davor hat. Je nachdem, wie groß der Rückewagen ist. Eher kleiner, was Rückewagen angeht, aber... Also ich glaube, den Schlepper quält er damit nicht. Besser als quälen. Ja. Wobei, ich glaube, wenn du... Obwohl, beim Schlepper geht sich das nicht aus. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen untermotorisierten Schlepper nimmst, dann hast du einen großen Rückewagen und musst den immer hier, wenn du die Berge hochfährst, immer quälen, ob der dann vielleicht nicht sogar mehr frisst wie so ein Sechszylinder. Aber ich glaube, bei Schleppern ist das nicht so. Beim Diesel nicht. Das heißt, den Effekt hast du eher beim Benziner. Also ich habe mal eine gesehen, die hat mit einem, also war glaube ich auch ein DX120. Die hatte komplett Forstumbau und Ketten an den Rädern und die ist da teilweise Ecken hochgefahren, da hätte ich mich nie im Leben hochgetraut. ist da teilweise fast solche Böschungen hochgefahren, da denke ich mir, ach du Scheiße, das war auch noch eine Frau. Ich meine, ist jetzt nichts ungewöhnliches, kein Klischee hier, aber hat mich schon beeindruckt. Aber wenn du so einen Schlepper mal guckst hier, ich habe damals mal gesehen, hier so ein 1300 MB-Trag mit Ritter Forst Aufbau, da kostet der Forstaufbau ja noch mal so viel wie der Schlepper. Jupp, da zahlst du viel für. Vor allem sind meistens die Forstschlepper hat sie mich mitgenommen. Ja. Wobei der sah noch echt noch gut aus. sind hier halt im absoluten Flachland, also wir sind vielleicht 20 Meter über Null, aber dafür sind so viel. Moorland im Wald, da macht der 309 vor der Winde teilweise schon gut Spaß. Kannst du auch im flachen den Schlepper beanspruchen, je nachdem wie viel da in die Winde dranhängst. also wir hatten mal einen, der hat einen Baum umgemacht, den konnten wir selber nicht ummachen, weil wir nur ein 45er Schwert hatten und der hatte Motorsäge glaube ich ein 60er Schwert und der hat den umgemacht und war mit seinem Fender 612er glaube ich auch mit Winde und der wollte uns sehen stammt dann weil der unten in so ein Tal gefallen ist wollte er den hoch ziehen wir haben so gesagt ja lass uns den erst einmal in der Mitte durch schneiden dann kannst du hoch ziehen nein ich will den in einem stück dann stand der fan kerzen gerade in der luft das war eine mordsbuche aber auch eine quälerei das kannst ja so die dinge wenn du die auf den meter runter geschnitten hast durch geschnitten hast konntest du die ja nicht auf unter spalter machen eben so musst du halt hingehen mit der motorsäge einschneiden spaltkeil und kippie zwar eine quälerei der ganze stammel aber der hat ordentlich meter gegeben ich weiß gar nicht mehr wie viel ich glaube acht meter oder so oder sechs irgend so irgendwas muss musste aber leider abgemacht werden weil da ist ein anderer baum drauf gefallen den haben wir aber schon dann irgendwann weg gemacht und dann ist er aber faul geworden sonst hätten wir das fette vieh stehen gelassen ja gut wofür brauchst du ein meter schwert hast du jemals einen stamm der zwei meter weit ist im durchmesser das heißt wenn du kommst über 50 dann hast du eigentlich schon die meisten stämme mit abgedeckt wenn du jetzt bei 60 bist ungefähr das reicht auch so hört mal sagen wir machen Feierabend ich glaube da werden die Akkus leer und ich hab's ja glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt dass man Feierabend macht weiß auch nicht irgendwie ist so Talkrunde so spät am Tag wenn der Chat ein bisschen ruhiger ist aber dafür aktiv macht irgendwie schon Spaß aber ich habe trotzdem ziemlich Hunger und da würde ich sagen machen jetzt Feierabend bedanke mich mal bei allen für das reinschauen für das kommentieren vor allem jetzt auch um die zeit noch so aktiv im chat zu sein wir hatten sehr interessante Themen sehr viel Spaß gemacht Mist jetzt habe ich alles minimiert wo sind meine Programme hier da dort halt nein nicht alles aufmachen ach jetzt macht sich gleich ein zweiter alles auf ei ei ach meckert der da nicht rum das da schon ein auf ne das geht tatsächlich im 22 geht das zumindest also über steam geht es nicht aber über den launcher geht das wollte immer schon mal probieren ob ich dann auch als zweiter Typ auf dem server spawn host steunen kann schon dabei sind kommt aber wahrscheinlich irgendwie kann keine verbindung oder so schauen wir mal ne der wird wahrscheinlich rum er wegen key wollte zweimal ich weiß das nicht ja aktivierungsprodukt wird bereits verwende bitte versuch später nochmal genau schade das wäre lustig gewesen ja es geht eifelt ja auch eine gute nacht auch allen anderen die noch hier sind wünsche ich eine gute nacht schlaf gut deut sie vielen dank für so lange noch dabei sein in diesem sinne gute nacht auf wieder sehen und tschüss gute nacht